Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Der Schimmelreiter von Theodor Storm, gelesen von Felix. Was ich zu berichten beabsichtige, ist mir vor reichlich einem halben Jahrhundert im Hause meiner Urgroßmutter, der alten Frau Senator Feddersen Kund geworden, während ich an ihrem Lehnstuhl sitzend mich mit dem Lesen eines in Blaue Pappe eingebundenen Zeitschriften heftig beschäftigte. Ich vermag mich nicht mehr zu entsinnen, ob von den Leipziger oder von Pappes Hamburger Lesefrüchten. Noch fühle ich es gleich einem Schauer, wie dabei die linde Hand der über 80-Jährigen mitunter liebkosend über das Haupthaar ihres Urenkels hingelitt. Sie selbst und jene Zeit sind längst begraben. Vergebens auch habe ich seit dem jenen Blättern nachgeforscht und ich kann daher umso weniger weder die Wahrheit der Tatsachen verbürgen, als wenn jemand sie bestreiten wollte, dafür aufstehen. Nur so viel kann ich versichern, dass ich sie seit jener Zeit, obgleich sie durch keinen äußeren Anlass in mir aufs Neue belebt wurden, niemals aus dem Gedächtnis verloren habe. Es war im dritten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts, an einem Oktobernachmittag, so begann der damalige Erzähler, als ich bei starkem Unwetter auf dem nordfriesischen Deich entlang ritt. Zur Linken hatte ich jetzt schon seit über einer Stunde die Öde, bereits von allem Vieh gelehrte Marsch, zur Rechten und zwar in unbehaglichster Nähe das Wattenmeer der Nordsee. Zwar sollte man vom Deiche aus auf Halligen und Inseln sehen können, aber ich sah nichts als die gelb-grauen Wellen, die unaufhörlich wie mit Wutgebrüll an den Deich hinaufschlugen und mitunter mich und das Pferd mit schmutzigem Schaum bespritzten. Dahinter wüste Dämmerung, die Himmel und Erde nicht unterscheiden ließ. Denn auch der halbe Mond, der jetzt in der Höhe stand, war meist von treibendem Wolkendunkel überzogen. Es war eiskalt. Meine verklommenen Hände konnten kaum den Zügel halten und ich verdachte es nicht den Krähen und Möwen, die sich fortwährend, krächzend und gackernd vom Sturm ins Land hineintreiben ließen. Die Nachtdämmerung hatte begonnen und schon konnte ich nicht mehr mit Sicherheit die Hufen meines Pferdes erkennen. Keine Menschenseele war mir begegnet, ich hörte nichts als das Geschrei der Vögel, wenn sie mich oder meine treue Stute fast mit den langen Flügeln streiften und das Toben von Wind und Wasser. Ich leugne nicht, ich wünschte mich mitunter ein sicheres Quartier. Das Wetter dauerte jetzt in den dritten Tag und ich hatte mich schon über Gebühr von einem mir besonders lieben Verwandten auf seinem Hofe halten lassen, den er in einer der nördlicheren Harden besaß. Heute aber ging es nicht länger. Ich hatte Geschäfte in der Stadt, die auch jetzt wohl noch ein paar Stunden weit nach Süden vor mir lag und trotz aller Überredungskünste des Vaters und seiner lieben Frau, der schönen, selbstgezogenen Perinette und Grand-Richard-Äpfel, die noch zu probieren waren, am Nachmittag war ich davongeritten. Wart nur, bis du ans Meer kommst, hat er noch aus seiner Haustür mir nachgerufen, du kehrst noch wieder um, dein Zimmer wird dir vorbehalten. Und wirklich, einen Augenblick, als eine schwarze Wolkenschicht es pechfinster um mich machte und gleichzeitig die heulenden Böen mich samt meiner Stute vom Deich herabzudrängen suchten, fuhr es mir durch den Kopf. Sei kein Narr, kehr um und setz dich zu deinen Freunden ins warme Nest. Dann aber fiel es mir ein, der Weg zurück war wohl noch länger als der nach meinem Reiseziel und so trabte ich weiter den Kragen meines Mantels um die Ohren ziehend. Jetzt aber kam auf dem Deiche etwas gegen mich heran. Ich hörte nichts, aber immer deutlicher, wenn der halbe Mond sein karges Licht herabließ, glaubte ich eine dunkle Gestalt zu erkennen und bald, da sie näher kam, sah ich es. Sie saß auf einem Pferde, einem hochbeinigen, hageren Schimmel, ein dunkler Mantel flatterte um ihre Schultern und im Vorbeifliegen sahen mich zwei brennende Augen aus einem bleichen Antlitz an. Wer war das? Was wollte der? Und jetzt fiel mir bei, ich hatte keinen Hufschlag, kein Keuchen des Pferdes vernommen und Ross und Reiter waren doch hart an mir vorbeigefahren. In Gedanken darüber ritt ich weiter, aber ich hatte nicht lange Zeit zum Denken. Schon fuhr es von rückwärts wieder an mir vorbei. Mir war, als streifte mich der fliegende Mantel und die Erscheinung war wie das erste Mal lautlos an mir vorüber gestorben. Dann sah ich sie fern und ferner vor mir. Dann war es, als sähe ich plötzlich ihren Schatten an der Binnenseite des Deiches hinuntergehen. Etwas zögernd ritt ich hintendrein, als ich jene Stelle erreicht hatte, sah ich hart am Deich im Kuge unten das Wasser einer großen Wehle blinken. So nennen sie dort die Brüche, welche von den Sturmfluten in das Land gerissen werden und die dann meist als kleine, aber tiefgründige Teiche stehen bleiben. Das Wasser war, trotz des schützenden Deiches, auffallend unbewegt. Der Reiter konnte es nicht getrübt haben. Ich sah nichts weiter von ihm. Aber ein anderes sah ich, das ich mit Freuden jetzt begrüßte. Vor mir, von unten aus dem Kuge, schimmerten eine Menge zerstreuter Lichtscheine zu mir herauf. Sie schienen aus jenen langgestreckten friesischen Häusern zu kommen, die vereinzelt auf mehr oder minder hohen Werften lagen. Dicht vor mir aber, auf halber Höhe des Binnendeiches, lag ein großes Haus derselben Art. An der Südseite, rechts von der Haustür, sah ich alle Fenster erleuchtet. Dahinter gewahrte ich Menschen und glaubte trotz des Sturmes, sie zu hören. Mein Pferd war schon von selbst auf den Weg am Deich hinabgeschritten, der mich vor die Tür des Hauses führte. Ich sah wohl, dass es ein Wirtshaus war. Denn vor den Fenstern gewahrte ich die sogenannten Ricks, das heißt, auf zwei Ständern ruhende Balken mit großen, eisernen Ringen zum Anbinden des Viehs und der Herde, die hier Halt machen. Ich band das meine an einen derselben und überwies es dann dem Knechte, der mir beim Eintritt in den Flur entgegenkam. Ist hier eine Versammlung? frug ich ihn, der mir jetzt deutlich ein Geräusch von Menschenstimmen und Gläserklirren aus der Stubentür entgegendrang. Ist wohl sowas, entgegnete der Knecht auf Plattdeutsch und ich erfuhr nachher, dass dieses neben dem Friesischen hier schon seit über hundert Jahren im Schwange gewesen sei. Die Kraft und Gevollmächtigten vom Wecke, von der anderen Interessenten, das ist um Toge Warta. Als ich eintrat, sah ich etwa ein Dutzend Männer an einem Tische sitzen, der unter den Fenstern entlang lief. Eine Punschbowle stand darauf und ein besonders stattlicher Mann schien die Herrschaft über sie zu führen. Ich grüßte und bat, mich zu ihnen setzen zu dürfen, was bereitwillig gestattet wurde. Sie halten hier die Wacht, sagte ich, mich zu jemem Manne wendend. Es ist Böswetter draußen. Die Deiche werden ihre Not haben. Gewiss, erwiderte er. Wir hier an der Ostseite aber glauben, jetzt außer Gefahr zu sein. Nur drüben, auf der anderen Seite, ist es nicht sicher. Die Deiche sind dort meist noch mehr nach altem Muster. Unser Hauptdeich ist schon im vorigen Jahrhundert umgelegt. Uns ist vorhin da draußen kalt geworden und ihn, setzt er hinzu, wird es ebenso gegangen sein. Aber wir müssen hier noch ein paar Stunden aushalten. Wir haben sichere Leute draußen, die uns Bericht erstatten. Und ehe ich meine Bestellung bei dem Wirte machen konnte, war schon ein dampfendes Glas mir hingeschoben. Ich erfuhr bald, dass mein freundlicher Nachbar der Deichgraf sei. Wir waren ins Gespräch gekommen und ich hatte begonnen, ihm eine seltsame Begegnung auf dem Deiche zu erzählen. Er wurde aufmerksam und ich bemerkte plötzlich, dass alles Gespräch umher verstummt war. Der Schimmelreiter, rief einer aus der Gesellschaft und eine Bewegung des Erschreckens ging durch die Übrigen. Der Deichgraf war aufgestanden. Ihr braucht nicht zu erschrecken, sprach er über den Tisch hin. Das ist nicht bloß für uns. Anno 17 hat es auch denen drüben gegolten. Mögen sie auf alles vorgefasst sein. Mich wollte nachträglich ein Grauen überlaufen. Verzeiht, sprach ich, was ist das mit dem Schimmelreiter? Abseits hinter dem Ofen, ein wenig gebückt, saß ein kleiner, hagerer Mann in einem abgeschabten, schwarzen Röcklein, die eine Schulter schien ein wenig ausgewachsen. Er hatte mit keinem Worte an der Unterhaltung der anderen teilgenommen, aber seine bei dem spärlichen, grauen Haupttaar noch immer mit dunklen, wimpern besäumten Augen zeigten deutlich, dass er nicht zum Schlaf hier sitze. Gegen diesen streckte der Deichgraf seine Hand. Unser Schulmeister, sagte er mit erhobener Stimme, wird von uns hier Ihnen das am besten erzählen können, freilich nur in seiner Weise und nicht so richtig, wie zu Hause meine alte Wirtschafterin Antje Vollmers es beschaffen würde. Ihr scherzet, Deichgraf, kam die etwas kränkliche Stimme des Schulmeisters hinter dem Ofen hervor, dass ihr mir mit eurer dummen Drachen wollt zur Seite stellen. Ja, ja, Schulmeister, erwiderte der andere, aber bei den Drachen sollen derlei Geschichten am besten in Verwahrung sein. Freilich, sagte der kleine Herr, wir sind hierin nicht ganz derselben Meinung. Und ein überlegenes Lächeln glitt über das feine Gesicht. Sie sehen wohl, raunte der Deichgraf mir ins Ohr, er ist immer noch ein wenig hochmütig. Er hat in seiner Jugend einmal Theologie studiert und ist nur einer verfehlten Brautschaft wegen hier in seiner Heimat als Schulmeister behangen geblieben. Dieser war inzwischen aus seiner Ofenecke hervorgekommen und hatte sich neben mir an den langen Tisch gesetzt. Erzählt, erzählt nur, Schulmeister, riefen ein paar der Jüngeren aus der Gesellschaft. Nun freilich, sagte der Alte sich zu mir wendend, will ich gern zu Willen sein, aber es ist viel Aberglaube dazwischen und eine Kunst ist ohne diesen zu erzählen. Ich muss euch bitten, den nicht auszulassen, erwiderte ich. Traut mir nur zu, dass ich schon selbst die Spreu vom Weizen sondern werde. Der Alte sah mich mit einem verständnisvollen Lächeln an. Nun also, sagte er. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts, oder vielmehr um genauer zu bestimmen, vor und nach derselben, gab es hier einen Deichgrafen, der von Deich- und Sielsachen mehr verstand, als Bauern und Hofbesitzer sonst zu verstehen pflegen. Aber es reichte doch wohl kaum, denn was die studierten Fachlaute darüber niedergeschrieben, davon hatte er wenig gelesen. Sein Wissen hatte er sich, wenn auch von Kindesbeinen an, nur selber ausgesonnen. Ihr hörtet wohl schon, Herr, die Friesen rechnen gut und habt auch wohl schon über unseren Hans Mommsen von Fahretoft reden hören, der ein Bauer war und doch Bussohlen und Seeuhren, Teleskopen und Orgeln machen konnte. Nun, ein Stück von solch einem Manne war auch der Vater des nachjährigen Deichgrafen gewesen, freilich wohl nur ein kleines. Er hatte ein paar Fennen, wo er Raps und Bohnen baute, auch eine Kuh graste, ging unterweilen im Herbst und Frühjahr auch aufs Land messen und saß im Winter, wenn der Nordwest von draußen kam und an seinen Lädeln rüttelte, zu ritzen und zu prickeln in seiner Stube. Der Junge saß meist dabei und sah über seine Fibel oder Bibel weg dem Vater zu, wie er Maß und berechnete und grub sich mit der Hand in seinen blonden Haaren. Und eines Abends fragte er den Alten, warum denn das, was er eben hingeschrieben hatte, gerade so sein müsse und nicht anders sein könne und stellte dann eine eigene Meinung darüber auf. Aber der Vater, der darauf nicht zu antworten wusste, schüttelte den Kopf und sprach, das kann ich dir nicht sagen. Genug. Es ist so und du selber irrst dich. Willst du mehr wissen, so suche morgen aus der Kiste, die auf unserem Boden steht, ein Buch. Eine, der Euklid hieß, hat's geschrieben. Das wird's dir sagen. Der Junge war tags darauf zu Boden gelaufen und hatte auch bald das Buch gefunden, denn viele Bücher gab es überhaupt nicht in dem Hause. Aber der Vater lachte, als er es vor ihm auf den Tisch legte. Es war ein holländischer Euklid und holländisch, wenngleich es doch halb deutsch war, verstanden alle beide nicht. Ja, ja, sagte er, das Buch ist noch von meinem Vater, der verstand es. Ist denn kein Deutscher da? Der Junge, der von wenig Worten war, sah den Vater ruhig an und sagte nur, darf ich's behalten? Ein Deutscher ist nicht da. Und als der Alte nickte, wies er noch ein zweites, halb zerrissenes Büchlein vor. Auch das, frug er wieder, nimm sie alle beide, sagte Tederhain, sie werden dir nicht viel nützen. Aber das zweite Buch war eine kleine holländische Grammatik und da der Winter noch lange nicht vorüber war, so hatte es, als es endlich die Stachelbeeren in ihrem Garten wieder blühten, dem Jungen schon so weit geholfen, dass er den Euklid, welcher damals stark im Schwange war, fast überall verstand. Es ist mir nicht unbekannt, Herr, unterbrach sich der Erzähler, dass dieser Umstand auch von Hans Mommsen erzählt wird. Aber vor dessen Geburt ist hier bei uns schon die Sache von Hauke ein, so hieß der Knabe, berichtet worden. Ihr wisset auch wohl, es braucht nur einmal ein Größerer zu kommen, so wird ihm alles aufgeladen, was in Ernst oder Schimpf seine Vorgänger einst mögen verübt haben. Als der Alte sah, dass der Junge weder für Kühe noch Schafe Sinn hatte und kaum gewahrte, wenn die Bohnen blühten, was doch die Freude von jedem Marschmann ist, und weiterhin bedachte, dass die kleine Stelle wohl mit einem Bauer und einem Jungen, aber nicht mit einem Halbgelehrten und einem Knecht bestehen könne, in Gleichen, dass er auch selber nicht auf seinen Grünzweig gekommen sei, so schickte er seinen großen Jungen an den Deich, wo er mit anderen Arbeiten von Ostern bis Martini Erde karren musste. Das wird ihn wohl vom Euclid kurieren, sprach er bei sich selber. Und der Junge karrte, aber den Euclid hatte er allzeit in der Tasche, und wenn die Arbeiter ihr Frühstück oder Vesper aßen, saß er auf einem umgestülpten Schubkarren mit dem Buche in der Hand. Und wenn im Herbst die Fluten höher stiegen und manch einmal die Arbeit eingestellt werden musste, dann ging er nicht mit den anderen nach Haus, sondern blieb, die Hände über die Knie gefaltet, an der abfallenden Seeseite des Deiches sitzen und sah stundenlang zu, wie die trüben Nordseewellen immer höher an die Grasnabe des Deiches hinaufschlugen. Erst wenn ihm die Fiese überspült waren und der Schaum ihm ins Gesicht spritzte, rückte er ein paar Fuß höher und blieb dann wieder sitzen. Erhöhte weder das Klatschen des Wassers noch das Geschrei der Möwen und der Strandvögel, die um oder über ihm flogen und ihn fast mit ihren Flügeln streiften, mit den schwarzen Augen in die Seinen blitzend. Er sah auch nicht, wie vor ihm über die Weite wilde Wasserwüste sich die Nacht ausbreitete. Was er allein hier sah, war der brandende Saum des Wassers, der, als die Flut stand, mit hartem Schlage immer wieder dieselbe Stelle traf und vor seinen Augen die Grasnabe des steilen Deiches ausfuß. Nach langem Hinstarren nickte er wohl langsam mit dem Kopfe oder zeichnete, ohne aufzusehen, mit der Hand eine weiche Linie in die Luft, als ob er dem Deiche damit einen sanfteren Abfall geben wollte. Wurde es so dunkel, dass alle Erdendinge vor seinem Auge verschwanden und nur die Flut ihm in die Ohren donnerte, dann stand er auf und trabte halb durchnässt nach Hause. Als er so eines Abends zu seinem Vater in die Stube trat, der an seinen Messgeräten putzte, fuhr diese auf, was treibst du draußen? Du hättest ja versaufen können, die Wasser beißen heute in den Deich. Hauke sah ihn trotzig an. Hörst du mich nicht? Ich sag, du hättest versaufen können. Ja, sagte Hauke, ich bin noch nicht versoffen. Nein, erwiderte nach einer Weile der Alte und sah ihm wie Abwesen ins Gesicht. Diesmal noch nicht. Aber, sagte Hauke wieder, unsere Deiche sind nichts wert. Was für was, Junge? Die Deiche, sag ich. Was sind die Deiche? Sie taugen nichts, Vater, erwiderte Hauke. Der Alte lachte ihm ins Gesicht. Was denn, Junge? Du bist wohl das Wunderkind aus Lübeck. Aber der Junge ließ sich nicht irren. Die Wasserseite ist zu steil, sagte er. Wenn es einmal kommt, wie es mehr als einmal schon gekommen ist, so können wir hier auch hinterm Deich ersaufen. Der Alte holte seinen Kautaback aus der Tasche, drehte einen Schrot ab und schob ihn hinter die Zähne. Und wie viel Karren hast du heute geschoben? frug er ärgerlich, denn er sah wohl, dass auch die Deicharbeit bei dem Jungen die Denkarbeit nicht hatte vertreiben können. Weiß nicht, Vater, sagte dieser, sowas wie die anderen machen, vielleicht ein halbes Dutzend mehr. Aber die Deiche müssen anders werden. Nun, meinte der Alte und stieß ein Lachen aus, du kannst ja vielleicht zum Deichgaf bringen, dann mach sie anders. Ja, Vater, erwiderte der Junge. Der Alte sah ihn an und schluckte ein paar Mal. Dann ging er aus der Tür. Er wusste nicht, was er dem Jungen antworten sollte. Auch als Ende Oktobers die Deicharbeit vorbei war, blieb der Gang nordwärts nach dem Haf hinaus für Hauke Hain die beste Unterhaltung. Den Allerheiligentag, um den herum die Äquinoctialstürme zu Tosen pflegen, von dem wir sagen, dass Friesland ihn wohl beklagen mag, erwartete er heute wie die Kinder das Christfest. Stand eine Springflut bevor, so konnte man sicher sein, er lag trotz Sturm und Wetter weit draußen am Deiche, Mutterseelen allein. Und wenn die Möwen gackerten, wenn die Wasser gegen den Deich tobten und beim Zurückrollen ganze Fetzen von der Grasdecke mit ins Meer hinabrissen, dann hätte man Haukes zorniges Lachen hören können. Ihr könnt nichts Rechtes, schrie er in den Lärm hinaus, so wie die Menschen auch nichts können. Und endlich, oft im Finstern, trabte er aus der weiten Öde den Deich entlang nach Hause, bis seine aufgeschossene Gestalt die niedrige Tür unter seines Vaters Rohrdach erreicht hatte und darunter durch in das kleine Zimmer schlüpfte. Manchmal hatte er eine Faust voll Kleierde mitgebracht. Dann setzte er sich neben den Alten, der ihn jetzt gewähren ließ, und knetete bei dem Schein der dünnen Unschlittkerze allerlei Deichmodelle, legte sie in ein flaches Gefäß mit Wasser und suchte darin, die Ausspülung der Wellen nachzumachen, oder er nahm seine Schiefertafel und zeichnete darauf das Profil der Deiche nach der Seeseite, wie es nach seiner Meinung sein musste. Mit denen zu verkehren, die mit ihm auf der Schulbank gesessen hatten, fiel ihm nicht ein. Auch schien es, als ob ihnen an dem Träumer nichts gelegen sei. Als es wieder Winter geworden und der Frost hereingebrochen war, wanderte er noch weiter, wohin er früher nie gekommen, auf den Deich hinaus, bis die unabsehbare eisbedeckte Fläche der Watten vor ihm lag. Im Februar, bei dauerndem Frostwetter, wurden angetriebene Leichen aufgefunden. Draußen, am offenen Haf, auf den gefrorenen Watten hatten sie gelegen. Ein junges Weib, die dabei gewesen war, als man sie in das Dorf geholt hatte, stand redselig vor dem alten Hain. Glaubt nicht, dass sie wie Menschen aussahen, rief sie. Nein, nein, wie Seeteufel. So große Köpfe. Und sie hielt die ausgespreizten Händen von weitem gegeneinander. Gnitterschwarz und blank, wie frischgebacken Brot. Und die Krabben hatten sie angeknabbert. Und die Kinder schrien so laut, als sie sie sahen. Dem alten Hain war sowas just nichts Neues. Sie haben wohl schon seit November in See getrieben, sagt er gleichmütig. Hauke stand schweigend daneben. Aber sobald er konnte, schlich er sich auf den Deich hinaus. Es war nicht zu sagen, wollte er noch nach weiteren Toten suchen oder zog ihn nur das Grauen, das noch auf den jetzt verlassenen Stellen brüten musste. Er lief weiter und weiter, bis er einsam in der Öde stand, wo nur die Winde über den Deich wehten, wo nichts war, als die klagenden Stimmen der großen Vögel, die rasch vorüberschossen. Zu seiner Linken die leere, weite Marsch, zur anderen Seite der unabsehbare Strand mit seiner jetzt vom Eise schimmernden Fläche der Watten. Es war, als liege die ganze Welt in weißem Tod. Hauke blieb oben auf dem Deiche stehen und seine scharfen Augen schweiften weit umher, aber von Toten war nichts mehr zu sehen. Nur wo die unsichtbaren Wattströme sich darunter drängten, hob und senkte die Eisfläche sich in stromartigen Linien. Er lief nach Hause, aber an einem der nächsten Abende war er wiederum da draußen. Auf jenen Stellen war jetzt das Eis gespalten. Wie Rauchwolken stieg es aus den Rissen und über das ganze Watt spann sich ein Netz von Dampf und Nebel, das sich seltsam mit der Dämmerung des Abends mischte. Hauke sah mit starren Augen darauf hin, denn in dem Nebel schritten dunkle Gestalten auf und ab. Sie schienen ihm so groß wie Menschen. Würdevoll, aber mit seltsamen, erschreckenden Gebärden, mit langen Nasen und Hälsen sah er sie fern an den rauchenden Spalten auf- und abspazieren. Plötzlich begannen sie wie die Narren unheimlich auf- und abzuspringen. Die Großen über die Kleinen und die Kleinen gegen die Großen. Dann breiteten sie sich aus und verloren alle Formen. Was wollen die? Sind es die Geister der Ertrunkenen? dachte Hauke. Heuho! schrie er laut in die Nacht hinaus. Aber die draußen kehrten sich nicht an seinen Schrei, sondern trieben ihr wunderliches Wesen fort. Da kamen ihm die furchtbaren norwegischen Seegespenste in den Sinn, von denen ein alter Kapitän ihm einst erzählt hatte, die statt des Angesichts einen stumpfen Pull von Seegras auf dem Nacken tragen. Aber er lief nicht fort, sondern beute die Hacken seiner Stiefel fest in den Kleid des Deichs und sah starrt dem possenhaften Unwesen zu, das in der einfallenden Dämmerung vor seinen Augen fortspielte. »Seid ihr auch hier bei uns?« sprach er mit harte Stimme. »Ihr sollt mich nicht vertreiben!« Erst als die Finsternis alles bedeckte, schritt er steifen, langsamen Schrittes heimwärts. Aber hinter ihm dreien kam es wie ein Flügelrauschen und hallendes Geschrei. Er sah nicht um, aber er ging auch nicht schneller und kam erst spät nach Hause. Doch niemals soll er seinem Vater oder einem anderen davon erzählt haben. Erst viele Jahre später hatte er sein blödes Mädchen, womit später der Herrgott ihn belastete, um dieselbe Tages- und Jahreszeit mit sich auf den Deich hinaufgenommen und dasselbe Wesen soll sich derzeit draußen auf den Watten gezeigt haben. Aber er hat ihr gesagt, sie soll sich nicht fürchten, das seien nur die Fischreier und die Krähen, die im Nebel so groß und fürchterlich erschienen. Die holten sich die Fische aus den offenen Spalten. »Weiß Gott, Herr,« unterbrach sich der Schulmeister, »Es gibt auf Erden allerlei Dinge, die ein ehrlich Christenherz verwirren können. Aber der Hauke war weder ein Narr noch ein Dummkopf.« Da ich nichts erwiderte, wollte er fortfahren, aber unter den übrigen Gästen, die bisher lautlos zugehört hatten, nur mit dichterem Tabaksqualm das niedrige Zimmer füllend, entstand eine plötzliche Bewegung. Erst einzelne, dann fast alle, wandten sich dem Fenster zu. Draußen, man sah es durch die unverhangenen Fenster, trieb der Sturm die Wolken und Licht und Dunkel jagten einander. Aber auch mir war es, als hätte ich den hageren Reiter auf seinem Schimmel vorbeisausen sehen. »Wart er ein wenig, Schulmeister,« sagte Deichgraf leise. »Ihr braucht euch nicht zu fürchten, Deichgraf,« erwiderte der kleine Erzähler. »Ich habe ihn nicht geschmäht und habe auch dessen keine Ursache.« Und er sah mit seinen kleinen, klugen Augen zu ihm auf. »Ja, ja,« meinte der andere, »lass er sein Glas nur wieder füllen.« Und nachdem das geschehen war und die Zuhörer, meist mit etwas verdutzten Gesichtern, sich wieder zu ihm gewandt hatten, fuhr er in seine Geschichte fort. So für sich und am liebsten nur mit Wind und Wasser und mit den Bildern der Einsamkeit verkehrend, wuchs Hauke zu einem langen, hageren Burschen auf. Er war schon über ein Jahr lang eingesegnet, da wurde es auf einmal anders mit ihm und das kam von dem alten, weißen Angorakater, welchen der alten Trin Jans einst ihr spätverunglückter Sohn von seiner spanischen Seereise mitgebracht hatte. Trin wohnte ein gut Stück hinaus auf dem Deiche in einer kleinen Karte und wenn die Alte in ihrem Hause herumarbeitete, so pflegte diese Umform von einem Kater vor der Haustür zu sitzen und in den Sommertag und nach den vorüberfliegenden Kiebitzen hinaus zu blinzeln. Ging Hauke vorbei, so mautzte der Karte ihn an und Hauke nickte ihm zu. Die beiden wussten, was sie miteinander hatten. Nun aber, was einmal im Frühjahr und Hauke lag nach seiner Gewohnheit oft draußen am Deich, schon weiter unten dem Wasser zu, zwischen Strandnelken und dem duftenden See Wermut und ließ sich von der schon kräftigen Sonne bescheinen. Er hatte sich tags zuvor droben auf der Gist die Taschen voll von Kieseln gesammelt und als in der Ebbezeit die Watten bloßgelegt waren und die kleinen grauen Strandläufer schreiend darüber hinuschten, holte er jährlings einen Stein hervor und warf ihn nach den Vögeln. Er hatte das von Kindesbeinen angeübt und meistens blieb einer auf dem Schlick gelegen. Aber ebenso oft war er dort auch nicht zu holen. Hauke hatte schon daran gedacht den Kater mitzunehmen und als apportierenden Jagdhund zu dressieren. Aber es gab auch hier und dort feste Stellen oder Sandlager. Solchenfalls lief er hinaus und holte sich seine Beute selbst. Saß der Kater bei seiner Rückkehr noch vor der Haustür dann schrie das Tier vor nicht zu bergender Raubgier so lange bis Hauke ihm einen der erbeuteten Vögel zuwarf. Als er heute seine Jacke auf der Schulter heimging trug er nur einen ihm noch unbekannten aber wie mit bunter Seide und Metall gefiederten Vogel mit ihm nach Hause und der Kater mautzte wie gewöhnlich als sie ihn kommen sah. Aber Hauke wollte seine Beute es mag ein Eisvogel gewesen sein diesmal nicht hergeben und kehrte sich nicht an die Gier des Tieres. Umschicht rief er ihm zu heute mir morgen dir das hier ist kein Kater fressen. Aber der Kater kam vorsichtigen Schrittes herangeschlichen Hauke stand und sah ihn an der Vogel hing an seiner Hand und der Kater blieb mit erhobener Tatze stehen. Doch der Bursche schien seinen Katzenfreund noch nicht so ganz zu kennen denn während er ihm seinen Rücken zugewandt hatte und eben für Bass wollte fühlte er mit einem Ruck die Jagdbeute sich entrissen und zugleich schlug eine scharfe Kralle ihm ins Fleisch. Ein Grimm wie gleichfalls eines Raubtiers flog dem jungen Menschen ins Blut. Er griff wie rasend um sich und hatte den Räuber schon am Genicke gepackt. Mit der Faust hielt er das mächtige Tier empor und wirkte es dass die Augen ihm aus den rauen Haaren vorquollen nicht achtend dass die starken Hintertatzen ihm den Arm zerfleischten. Hoi ho schrie er und packte ihn noch fester wollen sehen wer es von uns beiden am längsten aushält. Plötzlich fielen die Hinterbeine der großen Katze schlaff herunter und Hauge ging ein paar Schritte zurück und warf sie gegen die Karte der Alten. Da sie sich nicht rührte wandte er sich und setzte seinen Weg nach Hause fort. Aber der Angora-Kater war das Kleinod seiner Herrin. Er war ihr Geselle und das einzige was ihr Sohn der Matrose ihr nachgelassen hatte nachdem er hier an der Küste seinen jählen Tod gefunden hatte da er im Sturm seiner Mutter beim Porren fangen hatte helfen wollen. Hauge mochte kaum hundert Schritte weiter getan haben während er mit einem Tuch das Blut aus seinen Wunden auffing als schon von der Karte her ihm ein Geheul und Zetern in den Ohren gelte. Da wandte er sich und sah davor das alte Weib am Boden liegen. Das greise Haar flog ihr im Wind um das rote Kopftuch. Tod rief sie Tod und er hob dreuend ihren mageren Arm gegen ihn. Du sollst verflucht sein, du hast ihn totgeschlagen, du nichtsnutziger Strandläufer, du warst nicht wert ihm seinen Schwanz zu bürsten. Sie waff sich über das Tier und wischte zärtlich mit ihrer schürzte ihm das Blut fort, das noch aus Naas und Schnauze ran. Dann hob sie aufs Neue an zu zetern. Bist du bald fertig, rief Hauke ihr zu, dann lass dir sagen, ich will dir einen Kater schaffen, der mit Maus und Rattenblut zufrieden ist. Darauf ging er, scheinbar auf nichts mehr achtend für Bass. Aber die tote Katze musste ihm doch im Kopf Wirrsalm machen, denn er ging, als er zu den Häusern gekommen war, dem seines Vaters und auch den übrigen vorbei und eine weite Strecke noch nach Süden auf dem Deich der Stadt zu. Inmittels wanderte auch Trinians auf dem selben in der gleichen Richtung. Sie trug in einem alten blaukarierten Kissenüberzug eine Last in ihren Armen, die sie sorgsam als wie es ein Kind umklammerte. Ihr greises Haar flatterte in dem leichten Frühlingswind. Was schleppt sie da, Trina, frug ein Bauer, der ihr entgegen kam. Mehr als dein Haus und Hof, erwiderte die Alte, dann ging sie eifrig weiter. Als sie dem unten liegenden Hause des alten Hain nahe kam, ging sie den Akt, wie man bei uns die Trift und Fußwege nennt, die schräg an der Seite des Deiches hinab und hinaufführen, zu den Häusern hinunter. Der alte Tedehain stand eben vor der Tür und seins Wetter. Natrin, sagte er, als sie pustend vor ihm stand und ihren Krückstock in die Erde boote. Was bringt sie Neues in ihrem Sack? Erst lass mich in die Stube, Tedehain, dann soll er es sehen. Und ihre Augen sahen ihn mit seltsamen Funkeln an. So kommen sie, sagte der Alte, was gingen ihnen die Augen des dummen Weibes an? Und als beide eingetreten waren, fuhr sie fort, bringe den alten Tabakskasten und das Schreibzeug von dem Tisch. Was hat er denn immer zu schreiben? So und nun wische ihn sauber ab. Und der Alte, der fast neugierig wurde, tat alles, was sie sagte. Dann nahm sie den blauen Überzug bei beiden Zipfeln und schüttete daraus den großen Katerleichnam auf den Tisch. Da hat er ihn, rief sie. Sein Hauke hat ihn totgeschlagen. Hierauf aber begann sie ein bitterliches Weinen. Sie streichelte das dicke Fell des toten Tieres, legte ihm die Tatzen zusammen, neigte ihre lange Nase über dessen Kopf Hauke hat ihn totgeschlagen. Er wusste nicht, was er mit dem heulenden Weibe machen sollte. Die Alte nickte ihn grimmig an. Ja, ja, so Gott, das hat er getan. Und sie wischte sich mit ihrer von Gicht verkrümmten Hand das Wasser aus den Augen. Kein Kind, kein Lebiges mehr, klagte sie. Und er weiß es ja auch wohl, uns Alten, wenn es nach aller heiligen kommt, frieren abends im Bett die Beine und statt zu schlafen hören wir den Nordwest an unsere Fensterläden rappeln. Ich höre es nicht gern, Tederhain, er kommt daher, wo mein Junge mir im Schlick versank. Tederhain nickte und die Alte streichelte das Fell ihres toten Katers. Der aber, begann sie wieder, wenn ich winters am Spinnrad saß, dann saß er bei mir und span auch und sah mich an mit seinen grünen Augen und kroch ich, wenn es mir kalt wurde in meinem Bett, es dauerte nicht lange, so sprang er zu mir und legte sich auf meine frierenden Beine und wir schliefen so warm mitsammen, als hätte ich noch meinen jungen Schatz im Bett. Die Alte, als suche sie bei dieser Erinnerung nach Zustimmung, sah den neben mir am Tisch stehenden Alten mit ihren funkelnden Augen an. Tede Hain aber sagte bedächtig, ich weiß ihr einen Rat, Trinians, und er ging nach seiner Schatulle und nahm eine Silbermünze aus der Schublade. Sie sagt, dass Hauke ihr das Tier vom Leben gebracht hat, und ich weiß, sie lügt nicht. Aber hier ist ein Krontaler von Christian dem Vierten, damit kauft sie sich ein gegerbtes Lammfell für ihre kalten Beine. Und wenn unsere Katze nächstens Junge wirft, so mag sie sich das Größte davon aussuchen. Das zusammen tut wohl einen alters schwachen Angorakater. Und nun nehmen sie das Vieh und bringen sie es meinethalb an den Racker in der Stadt und halt sie das Maul, das es hier auf meinem ehrlichen Tisch gelegen hat. Während dieser Rede hatte das Weib schon nach dem Tal gegriffen und ihn in einer kleinen Tasche geborgen, die sie unter ihrem Rücken trug. Dann stopfte sie den Kater wieder in das Bett bür, wischte mit ihrer Schürze die Blutflecken von dem Tisch und stagte zur Tür hinaus. Vergiss ihr mir nur den jungen Kater nicht, rief sie noch zurück. Eine Weile später, als der alte Hain in dem engen Stüblein auf und ab schritt, trat Hauke herein und warf seinen bunten Vogel auf den Tisch. Als er aber auf der weiß gescheuten Platte den noch kennbarem Blutfrag sah, frug er wie beuläufig, was ist denn das? Der Vater blieb stehen. Das ist Blut, was du hast fließend machen. Dem Jungen schoss es doch heiß ins Gesicht. Ist denn Trinjanz mit ihrem Kater hier gewesen? Der alte nickte. Weshalb hast du ihn tot geschlagen? Hauke blöste seinen blutigen Arm. Deshalb sagte er, er hatte mir den Vogel fortgerissen. Der alte sagte nichts hierauf. Er begann eine Zeit lang wieder auf und ab zu gehen, dann blieb er vor dem Jungen stehen und sah eine habe ich reingemacht, sagte er dann. Aber siehst du, Hauke, die Karte ist hier zu klein. Zwei Herren können darauf nicht sitzen. Es ist nur Zeit, du musst dir einen Dienst besorgen. Ja, Vater, entgegnete Hauke, hab der gleichen auch gedacht. Warum? frug der alte. Ja, man wird grimmig in sich, wenn man es nicht an einem ordentlichen Stück Arbeit auslassen kann. So, sagte der alte, und darum hast du den Angora totgeschlagen? Das könnte leicht noch schlimmer werden. Er mag wohl recht haben, Vater, aber der Deichgraf hat seinen Kleinknecht fortgejagt, das könnte ich schon verrichten. Der alte begann wieder auf und ab zu gehen und spritzte dabei die schwarze Tabaksjauche von sich. Der Deichgraf ist ein Dummkopf, dumm wie eine Sattgans. Er ist nur Deichgraf, weil sein Vater und Großvater es gewesen sind und wegen seiner 29 Fennen. Wenn Martine herankommt und hernach die Deich- und Sielrechnungen abgetan werden müssen, da füttert er den Schulmeister mit Gansbraten und Meht und Weizenkringeln und sitzt dabei und nickt, wenn der mit seiner Feder die Zahlenreihen hinunter läuft und sagt, ja, ja, Schulmeister, Schulmeister nicht kann oder auch nicht will, dann muss er selber dran und sitzt und schreibt und streicht wieder aus und der große dumme Kopf wird ihm rot und heiß und die Augenquellen wie Glaskugeln, als wollte das bisschen Verstand da hinaus. Der Junge stand gerade auf vor dem Vater und wunderte sich, was der reden könne. So hatte er es noch nicht von ihm gehört. Ja, Gott tröst, sagte er, dumm ist er wohl, aber seine Ahoi Hauke rief er, was weißt du von Elke Volkertz? Nichts Vater, der Schulmeister hat es mir nur erzählt. Der Alte antwortete nicht darauf, er schob nur bedächtig seine Tabaksnoten aus einer Backe hinter die andere. Und du denkst, sagte er dann, du wirst dort auch mitrechnen können. Oh ja, Vater, das möchte schon gehen, erwiderte der Sohn und ein ernstes Zucken lief um seinen Mund. Der Alte schüttelte den Kopf. Nun, aber meinet halb, versuch einmal dein Glück. Dank auch, Vater, sagte Hauke und stieg zu seiner Schlafstadt auf dem Boden. Hier setzte er sich auf die Bettkante und sann, weshalb ihn denn sein Vater um Elke Volkertz angerufen habe. Er kannte sie freilich, das ranke 18-jährige Mädchen mit dem bräunlichen schmalen Antlitz und den dunklen Brauen, die über den trotzigen Augen und der schmalen Nase ineinander liefen. Doch hatte er noch kaum ein Wort mit ihr gesprochen. Nun, wenn er zu dem alten Tete Volkertz ging, sollte er sie doch besser darauf angesehen, was es mit dem Mädchen auf sich habe. Und gleich jetzt wollte er gehen, damit kein André ihm die Stelle abjage. Es war Das langgestreckte Haus des Deichgrafen war durch seine hohen Werfte, besonders durch den höchsten Baum des Dorfes eine gewaltige Esche schon von weitem sichtbar. Der Großvater des jetzigen, der erste Deichgraf des Geschlechts, hatte hier in seiner Jugend eine solche Osten der Haustür hier gesetzt. Aber die beiden ersten Anpflanzungen waren vergangen und so hatte er an seinem Hochzeitsmorgen diesen dritten Baum gepflanzt, der noch jetzt mit seiner immer mächtiger werdenden Blätterkrone in dem hier unablendigstigen Winde wie von alten Zeiten rauschte. Als nach einer Weile der lang aufgeschossene Hauke die hohe Werfte hinaufstieg, welche an den Seiten mit Rüben und Kohl bepflanzt war, sei er droben die Tochter des Hauswirts neben den niedrigen Haustür stehen. Ihr einer etwas hagerer der Tür in der Mauer war, damit wer vor das Haus ritt sein Pferd daran befestigen könne. Die Dirne schien von dort ihre Augen über den Deich hinaus nach dem Meer zu haben, wo an dem stillen Abend die Sonne eben in das Wasser hinabsank und zugleich das bräunliche Mädchen mit ihrem letzten Schein vergoldete. Hauke stieg etwas langsamer an der Werfte hinan und dachte bei sich so ist sie nicht so dösig. Dann war er oben. Guten Abend auch sagte er zu ihr tretend. Wonach guckst du denn mit deinen großen Augen Jungfer Elke? Nachdem erwiderte sie, was hier alle Abend vor sich geht, aber hier nicht alle Abend just zu sehen ist. Sie ließ den Ring aus der Hand fallen, dass er Klingen gegen die Mauer schlug. Was willst du Hauke Hein? Fug sie. Was dir hoffentlich nicht zuwider ist, sagte er. Dein Vater hat seinen Kleinknecht fortgejagt, da dachte ich bei euch in Dienst. Sie ließ ihre Blicke an ihm herunter laufen. Du bist noch so was schlantrig, Hauke, sagte sie, aber uns dienen zwei feste Augen besser als zwei feste Arme. Sie sah ihn dabei fast düster an. Aber Hauke hielt ihr tapfer stand. So komm, fuhr sie fort. Der Wirt ist in der Stube. Lass uns hineingehen. Ende von Teil 1 Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org Der Schimmelreiter von Theodor Sturm Teil 2 Gelesen von Felix für LibriVox.org Am anderen Tage trat Tede Hain mit seinem Sohn in das geräumige Zimmer des Deichgrafen. Die Wände waren mit lasurten Kacheln bekleidet, auf den hier ein Schiff mit vollen Segeln oder ein Angler an einem Ufer Platz, dort ein Rind, das kauend vor einem Bauernhause lag, dem Beschauer vergnügen konnten. Unterbrochen war diese dauerhafte Tapete durch ein mächtiges Wandbett mit jetzt zugeschobenen Türen und einen Wandschrank, der durch seine beiden Glastüren allerlei Porzellan und Silbergeschirr erblicken ließ. Neben der Tür zum anstoßenden Sessel war hinter einer Glasscheibe eine holländische Schlaguhr in die Wand gelassen. Der starke, etwas schlagfüßiger Hauswirt saß am Ende des blankgescheuerten Tisches im Lehnstuhl auf seinem bunten Wollenpolster. Er hatte seine Hände über den Bauch gefaltet und starrte aus seinen runden Augen befriedigt auf das Gerippe einer fetten Ente. Gabel und Messer ruhten vor ihm auf dem Teller. Guten Tag Herr Deichgraf sagte Hain und der Angeredete drehte langsam den Kopf und Augen zu ihm hin. Ihr seid es Tede entgegnete er und der Stimme war die verzerrte fette Ente anzuhören. Setzt euch, es ist ein gut Stück von euch zu mir rüber. Ich komme Deichgraf sagte Tede Hain indem er sich auf die an der Wand entlang laufende Bank dem anderen worden ihn an dessen Stelle zu setzen. Der Deichgraf nickte Ja ja Tede Aber was meint ihr mit Verdrust? Wir Marschleute haben Gott tröst uns was dagegen einzunehmen Und er nahm das vor ihm liegende Messer und klopfte wie liebkosend auf das Gerippe der armen Ente Das war mein Leibvogel setzte er behaglich lachend hinzu Sie fraß mir aus der Unheil im Stall gemacht Unheil Ja Tede freilich Unheil genug Der dicke Mops Braten hatte die Kälber nicht gebörmt aber er lag voll trunken auf dem Heubogen und das Viehzeug schrie die ganze Nacht vor Durst dass ich bis Mittag nachschlafen musste Dabei kann die Wirtschaft nicht bestehen Nein Deichgraf Aber dafür ist keine Gefahr bei meinem Jungen Hauke stand die Hände ihm gegenüber Der Deichgraf hatte die Augen zu ihm gehoben und nickte hinüber Nein nein Tede und er nickte nun auch dem Alten zu Euer Hauke wird mir die Nachtruhe nicht verstören Der Schulmeister hat es mir schon vor dem gesagt der sitzt lieber vor der Rechentafel als vor einem Glas mit Brandwein Hauke hörte nicht auf diesen Zuspruch denn Elke war in die Stube Da fielen seine Blicke auch auf sie Bei Gott und Jesus sprach er bei sich selber Sie sieht auch so nicht dösig aus Das Mädchen war hinaus gegangen Ihr wisst Tede begann der Deichgraf wieder Unser Herrgott hat mir einen Sohn versagt Ja Deichgraf Aber lasst euch das nicht kränken entgegnete der andere Denn im dritten Gliede soll der Familienverstand verschleißen Euer hat Der Deichgraf nach einigem Besinnen sah schier verdutzt aus Wie meint ihr das Tede Hain sagte er und setzte sich in seinem Lehnstuhl auf Ich bin ja doch im dritten Gliede Ja so nicht für ungut Deichgraf Es geht nur so die Rede Und der hagere Tede Hain sah den alten Würdenträger mit etwas boshaften Augen an Der aber sprach unbekümmert meine Tochter nicht Die rechnet mich selber dreimal um und um Ich wollte nur sagen Euer Hauke wird aus Helmfelde auch hier in meiner Stube mit Feder oder Rechenstift so manches profitieren können was ihm nicht schaden wird Ja ja Deichgraf das wird er Da habt ihr völlig recht sagte der alte Hain und begann dann noch einige Vergünstigungen bei dem Mietkontrakt sich auszubedingen die auch noch acht paar wollene Strümpfe als Zugabe seines Lohnes genießen so wollte er selbst ihn im Frühling acht Tage bei der eigenen Arbeit haben und was der gleichen mehr war aber der Deichgraf war zu allem willig Hauke Hain schien ihm eben der rechte Kleinknecht Nun Gott tröst dich Junge sagte der alte da sie eben das Haus verlassen hatten wenn er dir die Nurvater es wird schon alles werden und Hauke hatte so Unrecht nicht gehabt die Welt oder was ihm die Welt bedeutete wurde ihm klarer je länger sein Aufenthalt in diesem Hause dauerte vielleicht umso mehr je weniger ihm eine überlegene Einsicht zu Hilfe kam und je mehr er auf seine eigene Kraft angewiesen war mit der er sich von jeher beholfen hatte einer freilich war im Hause für den er nicht der rechte zu sein schien das war der Großknecht Ole Peters ein tüchtiger Arbeiter und ein maulfertiger Geselle ihm war der träge aber dumme und stämmige Kleinknecht von vorhin besser nach seinem Sinn gewesen dem er ruhig die Tonne Hafer auf den Rücken hatte laden und den er nach Herzens Lust hatte herumstoßen können dem noch stilleren aber ihn eigener Art ihn anzublicken trotzdem verstand er es arbeiten für ihn auszusuchen die seinem noch nicht gefesteten Körper hätten gefährlich werden können und Hauke wenn der Großknecht sagte da hättest du den Dicken Nissen nur sehen sollen dem ging es von der Hand fasste nach Kräften an und brachte es wenn auch mit Mühsal doch zu Ende ein Glück war es für ihn dass Elke selbst unter ganz fremden Menschen aneinander bindet vielleicht sie waren beide geborene rechner und das Mädchen konnte ihren Kameraden in der groben Arbeit nicht verderben sehen der Zwiespalt zwischen Groß- und Kleinknecht wurde auch im Winter nicht besser als nach Martini die verschiedenen Deichrechnungen zur Revision eingelaufen waren es war in einem Mai Abend aber es war November Wetter von drinnen im Hause hörte man draußen hinterm nun magst du weisen ob du rechnen kannst uns wert entgegnete dieser denn so nennen hier die Leute ihre Herrschaft ich soll aber erst das Jungvieh füttern Elke rief der Leichgraf wo bist du Elke geh zu Ole und sag ihm er sollte das Jungvieh füttern Hauke soll rechnen und Elke eilte in den Stall und machte dem Großknecht die Bestellung der eben damit beschäftigt war das über Tag gebrauchte Pferdegeschirr wieder an seinen Platz zu hängen Ole Peters schlug mit einer Trense gegen den Ständer neben dem er sich beschäftigte als wolle sie kurz und klein haben hol der Teufel den verfluchten Schreiberknecht sie hörte die Worte noch bevor sie die Stalltür wieder geschlossen hatte nun frug der Alte als sie in die Stube trat Ole wollte es schon besorgen sagte die Tochter ein wenig sich die Lippen beißend und setzte sich Hauke gegenüber auf einen grob geschnitzten Holzstuhl wie sie hier noch derzeit an Winterabenden im Hause selbst gemacht wurden sie hatte aus einem Schubkasten einen weißen Strumpf mit rotem Vogelmuster genommen an dem sie nun weiter streckte die langbeinigen Kreaturen darauf mochten Reihe oder Störche bedeuten sollen Hauke saß ihr gegenüber in seine Rechnerei vertieft der Deichgraf selbst ruhte in seinem Lehnstuhl und blinzelte schläfrig nach Haukes Feder auf dem Tisch brannten wie immer im Deichgrafen Hause zwei Unschlittkerzen und vor den beiden in Blei gefassten Fenstern waren von außen die Läden vorgeschlagen und von innen zugeschoben mochte der Wind nun poltern wie er wollte mitunter hob Hauke seinen Kopf von der Arbeit und blickte einen Augenblick nach den Vogelstrümpfen oder nach dem schmalen ruhigen Gesicht des Mädchens da tat es aus dem Lehnstuhl plötzlich einen lauten Schnarcher und ein Blick und ein Lächeln flog zwischen den beiden jungen Menschen hin und wieder dann folgte allmählich ein ruhigeres Atmen man konnte wohl ein wenig plaudern Hauke wusste nur nicht was als sie aber das Strickzeug in die Höhe zog und die Vögel sich nun in ihrer ganzen Länge zeigten flüsterte er über den Tisch hinüber wo hast du das gelernt Elke was gelernt frug das Mädchen zurück das Vogel stricken sagte Hauke das von Trin Jans draußen am Deich sie kann allerlei sie war vor Zeiten einmal bei meinem Großvater hier im Dienst da warst du wohl aber noch nicht geboren sagte Hauke ich denk wohl nicht aber sie ist noch oft ins Haus will gern frug Hauke ich mein sie hielt es nur mit den Katzen Elke schüttelte den Kopf sie zieht ja Enten und verkauft sie aber im vorigen Frühjahr als du den Angora tot geschlagen hattest sind ihr hinten im Stall die Ratten dazwischen gekommen nun will sie sich vorn am Hause einen anderen bauen so sagte Hauke und zog einen leisen Pfiff durch die Zähne dazu hat sie von der Geste sich Lehm und Steine her geschleppt aber dann kommt sie in den Binnenweg hat sie denn Konzession weiß ich nicht meinte Elke aber er hatte das letzte Wort so laut gesprochen dass der Deichgraf aus seinem Schlummer auffuhr was Konzession frug er und sah fast wild von einem zu der anderen was soll die Konzession als aber Hauke ihm dann die Sache vorgetragen hatte klopfte ihm lachend auf die Schulter ei was der Binnenweg ist breit genug Gott tröst den Deichgrafen sollte sich auch noch um Enten Stelle kümmern Hauke fiel es aufs Herz dass er die Alte mit ihren jungen Enten den Ratten sollte preis gegeben haben und er ließ sich mit dem Einwand abfinden aber uns wert begann er wieder es täte wohl dem und jenem ein kleiner Zwicker gut und wolltet ihr ihn nicht selber greifen so zwicket den Gevollmächtigten der auf die Deichordnung passen soll wie was sagt der Junge und der Deichgraaf setzte sich vollends auf und Elke ließ ihren künstlichen Strumpf sinken und wandte das Ohr hinüber ja uns wert fuhr Hauke fort ihr habt doch schon die Frühlingsschau gehalten aber trotzdem hat Peter Jansen auf seinem Stück das Unkraut auch noch nicht gebuscht im Sommer werden die Stieglitzer da wieder lustig um die roten Distel Blumen spielen und ich daneben ich weiß nicht wem es gehört ist an der Außenseite eine ganze Wiege in dem Deich bei schön Wetter liegt es immer voll von kleinen Kindern die sich darin wälzen aber Gott bewahr uns vor Hochwasser die Augen des alten Deichgrafen waren immer größer geworden und dann sagte Hauke wieder was dann noch Junge frug der Deichgraf bist du noch nicht fertig und es klang als sei der Rede seines Kleinknechts ihm schon zu viel geworden ja dann uns wert sprach Hauke weiter ihr kennt die dicke Folina die Tochter vom bevollmächtigten Hardas dem er ihres Vaters Pferde aus der Pfenne holt wenn sie nur eben mit ihren runden Waden auf der alten gelben Stute sitzt so geht es allemal schräg an der Dosierung den Deich hin an Hauke bemerkte erst jetzt dass Elkie ihre klugen Augen auf ihn gerichtet hatte und leise ihren Kopf schüttelte er schwieg aber ein Faustschlag den der Alter auf den Tisch tat dröhnte ihm in die Ohren da soll das Wetter reinschlagen rief er und Hauke erschrak beinahe über die Bärenstimme die plötzlich hier hervorbrach zur Brüche notier mir das dicke Mensch zur Brüche Hauke die Dirne hat mir im letzten Sommer drei junge Enten weggefangen ja ja notier nur wiederholte er als Hauke zögerte ich glaube sogar es waren vier ei Vater sagte Elke war es nicht die Otter die die Enten nahm eine große Otter rief der alte schnaufend werd doch die dicke Folina und eine Otter auseinander kennen nein nein vier Enten Hauke aber was du im übrigen schwatz ist der Herr Oberdeich Graf und ich nachdem wir zusammen in meinem Hause hier gefrühstückt hatten sind im Frühjahr an deinem und erlegte ein zweites Mal bedeutsam gegen Hauke und seine Tochter danket Gott dass ihr nicht Deich Graf seid zwei Augen hat man nur und mit hundert soll man sehen nimm nur die Rechnung über die Bestickungsarbeiten Hauke und sieh sie nach die Kerls rechnen oft zu liederlich dann lehnte er sich wieder in seinen Stuhl zurück ruckte den schweren Körper ein paar Mal und Hauke hatte scharfe Augen und unterließ es nicht wenn sie beisammen saßen das eine oder andere von schädlichem tun oder unterlassen in Deichsachen dem alten vor die Augen zurück und da dieser sie nicht immer verschließen konnte so kam unversehens ein lebhafterer Geschäftsgang in die Verwaltung und die welche früher im alten Schlendrian fortgesündigt hatten und jetzt unerwartet ihren frevlen oder faulen Fingern gekrapft fühlten sahen sich unwillig und verwundert um woher die Schläge denn gekommen seien und Ole der Großknecht säumte nicht möglichst weit die Offenbarung zu verbreiten und dadurch gegen Hauke und seinen Vater der doch die Mitschuld tragen musste in diesen Kreisen einen Widerwillen zu erregen die anderen aber welche nicht getroffen waren oder denen es um die Sache selbst zu tun war lachten und hatten ihre Freude dass der Junge den Alten doch einmal etwas im Trab gebracht habe schade nur sagten sie dass der Bengel nicht den gehörigen Klei unter den Füßen hat das gäbe später sonst einmal wieder einen Deichgrafen wie vor dem sie da gewesen sind aber die Paar dem Maat seines Alten die tätens dann doch nicht als im nächsten Herbst der Herr Amtmann und Oberdeichgraaf zur Schauung kam sah er sich dem alten Tete Volkerts von oben bis unten an während dieser ihn zum Frühstück nötigte wahrhaftig Deichgraaf sagte er ich dacht mir schon ihr seid in der Tat um ein halbstieg jahre jünger geworden ihr habt mir diesmal mit all euren Vorschlägen warm gemacht wenn wir mit alledem nur heute fertig werden wird schon stärken ja Gott sei Dank ich bin noch allzeit frisch und munter er sah sich in der Stube um ob auch nicht etwa Hauke um die Wege sei dann setzte er in würdevoller Ruhe noch hinzu so hoffe ich zu Gott noch meines Amtes ein paar Jahre in Segen warten zu können und darauf lieber Deichgraaf erwiderte sein Vorgesetzter sich erheben wollen wir dieses Glas zusammen trinken Elke die das Frühstück bestellt hatte ging eben während die Gläser aneinander klangen mit leisem Lachen aus der Stubentür dann holte sie eine Schüssel Abfall aus der Küche und ging durch den Stall um es vor der Außentür dem Federvieh vorzuwerfen im Stall stand Hauke Hain und steckte den Kühen die man der argen Witterung wegen schon jetzt hatte heraufnehmen müssen mit der Furke Heu in ihre Raufen als er das Mädchen kommen sah stieß er die Furke auf den Grund nur Elke sagte er sie blieb stehen und nickte ihm zu ja Hauke aber eben hättest du drin sein müssen meinst du warum denn Elke der Herr Oberdeichgrafen hat den Wirt gelobt den Wirt was tut das mir nein ich meine den Deichgrafen hat ich weiß wohl sagte er wohin du damit segeln willst werd nur nicht rot Hauke du warst es ja doch eigentlich den der Oberdeichgrafen lobte Hauke sah sie mit halben lächeln an auch du doch Elke sagte er aber sie schüttelte den Kopf nein Hauke als ich allein der Helfer war da wurden wir nicht gelobt ich kann ja auch nur rechnen du aber siehst draußen alles was der Deichgraf doch wohl selber sehen sollte du hast mich ausgestochen ich hab das nicht gewollt dich am mindesten sagte Hauke zaghaft und er stieß den Kopf einer Kuh zur Seite komm rotbunt friss mir nicht die Foka auf du sollst ja alles haben denk nur nicht dass mir es leid tut Hauke sagte nach kurzem sinnen das gegen Elke gib mir die hand drauf ein tiefes rot schoss unter die dunklen brauen des mädchens warum ich lüge ja nicht rief sie Hauke wollte antworten aber sie war schon zum stall hinaus und er stand mit seiner Furke in der hand und hörte nur wie draußen die Enten und Hühner um sie schnatterten und krähten es war im Januar von Haukes drittem Dienstjahre als ein Winterfest gehalten werden sollte Eisboseln nennen sie es hier ein ständiger Frost hatte beim ruhen der Küstenwinde alle Gräben zwischen dem Fennen mit einer festen ebenen Kristallfläche belegt so dass die zerschnittenen Landstücke nun eine weite Bahn für das Werfen der kleinen mit Blei ausgegossenen Holzkugeln bildeten womit das Ziel erreicht werden sollte Tag aus Tag ein Westleute in dem zu Osten über den Marsch belegenen Kirchendorf die im vorigen Jahre gesiegt hatten waren zum Wettkampf gefordert und hatten angenommen von jeder Seite waren neun Werfer aufgestellt auch der Obmann und die Krettler waren gewählt zu letzteren die bei Streitfällen über einen zweifelhaften Wurf miteinander zu verhandeln hatten wurden alle Zeit Leute genommen die ihre Sache ins beste Licht zu Rücken verstanden am liebsten Burschen die außer gesunden Menschen verstand auch noch ein lustiges Mundwerk hatten dazu gehörte vor allem Ole Peters der Großknecht des Deichgrafen Werft nur wie die Teufel sagt er das Schwatzen tue ich schon umsonst Es war gegen Abend vor dem Fest in der Nebenstube des Kirchspielkrugs droben auf der Geest war eine Anzahl von Werfern erschienen um über die Aufnahme einiger zuletzt noch Angemeldeten zu beschließen Hauke Hain war auch unter diesen Er hatte erst nicht wollen ob schon er seiner wurf geübten Arme sich wohl bewusst war aber er fürchtete durch Ole Peters der einen Ehrenposten in dem Spiel bekleidete zurückgewiesen zu werden die Niederlage wollte er sich sparen aber Elke hatte ihm noch in der elften Stunde den Singgewand er wird's nicht wagen Hauke hatte sie gesagt er ist ein Tagelöhners Sohn dein Vater hat Kuhm Pferd und ist dazu der klügste Mann im Dorf aber wenn es dennoch fertig bringt sie sah ihn halb lächelnd aus ihren dunklen Augen an dann sagte sie soll er sich den Mund wischen wenn er abends mit seines Wirtstochter zu tanzen denkt da hatte Hauke ihr mutig zugenickt Nun standen die jungen Leute die noch in das Spiel hinein wollten frierend und fußtrampelnd vor dem Kirchspielskrug und sahen nach der Spitze des aus Felsblöcken gebauten Kirchturms hinauf neben dem das Krughaus lag des Pastors Tauben die sich im Sommer auf den Feldern des Dorfes nährten kamen eben von den Höfen und Scheuern der Bauern zurück wo sie sich jetzt ihre Körner gesucht hatten und verschwanden unter den Schindeln des Turmes hinter welcher sie ihre Nester hatten im Westen über dem Haff stand ein glühendes Abendrot wird gut wetter morgen sagte einer der jungen burschen und begann heftig auf und ab zu wandern aber kalt kalt ein zweiter als er keine Tauben mehr fliegen sah ging in das Haus und stellte sich hauchend neben die Tür der Stube aus der jetzt ein lebhaftes Durcheinander reden herausscholl auch des Deichgrafen Kleinknecht war neben ihn getreten hör Hauke sagte er zu diesem nun schreien sie um dich und deutlich hörte man von drinnen Ole Peters knarrende Stimme Kleinknechte und Jungs gehören nicht dazu komm flüsterte der andere und suchte Hauke am Rockärmel an die Stubentür zu ziehen hier kannst du lernen wie hoch sie dich taxieren aber Hauke riss sich los und ging wieder vor das Haus sie haben uns nicht ausgesperrt damit wir es hören sollen rief er zurück vor dem Hause stand der dritte der angemeldeten ich fürchte mit mir hat es einen haken rief er ihm entgegen ich habe kaum 18 jahre wenn sie nur den Taufschein nicht verlangen dich Hauke wird dein Großknecht schon heraus kreteln ja heraus brummte Hauke und schleuderte mit dem Fuße einen Stein über den Weg nun nicht hinein der Lärm in der Stube wurde stärker dann allmählich trat eine Stille ein die draußen hörten wieder den leisen Nordost der sich oben an den Kirchtum Spritze brach der Heucher trat wieder zu ihnen wen hatten sie da drin frug der 18 jährige den da sagte jener und wies auf Hauke Ole Peters wollte ihn zum Jungen machen aber alle schrien dagegen und sein Vater hat Vieh und Land sagte Jess Hansen ja Land rief Ole Peters dass man auf 13 Kahn wegfahren kann zuletzt kam Ole Hensen still da schrie er ich will es euch lehren sagt nur wer ist der erste Mann im Dorf da schwiegen sie erst und schienen sich zu besinnen dann sagte eine Stimme anderen riefen nun ja unser halb der Deich Graf und wer ist denn der Deich Graf rief Ole Hensen wieder aber nun bedenkt euch recht da begann einer leist zu lachen und dann wieder einer bis zuletzt nichts in der Stube war als lauter lachen nun so ruft ihn sagte Ole Hensen ihr wollt auch nicht den Deich Grafen vor die Tür stoßen ich glaub sie lachen noch aber Ole Peters Stimme war nicht mehr zu hören schloss der Bursche seinen Bericht fast in dem selben Augenblicke wurde drinnen im Hause die Stubentür aufgerissen und Hauke Hauke Hain rief es laut und fröhlich in die kalte Nacht hinaus da trab der Hauke in das Haus und hörte nicht mehr wer denn der Deich Graf sei was in seinem Kopf brütete hat indessen niemand wohl erfahren als er nach einer Weile sich dem Hause seiner Herrschaft nahte sah er Elke drunten am Heck der Auffahrt stehen das Mondlicht schimmerte über die unermessliche weißbereifte Weidenfläche stehst du hier Elke frug er sie nickte nur was ist geworden sagte sie hat er es gewagt was sollt er nicht nun und ja Elke ich darf es morgen doch versuchen gute Nacht Hauke und sie lief flüchtig in die Werfte hinan und verschwand im Hause langsam folgte ihr auf der weiten Weidefläche die sich zu Osten an der Landseite des Deiches entlang zog sah man am Nachmittag darauf eine dunkle Menschenmasse bald unbeweglich stille stehen bald nachdem zweimal eine hölzerne Kugel aus derselben über den durch die Tagesonne jetzt von reif befreiten Boden hingeflogen war abwärts von den hinter ihr liegenden langen und niedrigen Häusern allmählich weiterrücken die Parteien der Eisbosler in der Mitte umgeben von alt und jung was mit ihnen sei es in jenen Häusern oder in denen droben auf der Gest Wohnung oder Verbleib hatte die älteren Männer in langen röcken bedächtig aus kurzem pfeifen rauchend die Weiber in Tüchern und Jacken auch wohl Kinder an den Händen ziehend oder auf den Armen tragend aus den gefrorenen Gräben welche allmählich überschritten wurden funkelte durch die scharfen Schilfspitzen der bleiche Schein der Nachmittagssonne es vormächtig aber das Spiel ging unablässig vorwärts und alle Augen verfolgten immer wieder die fliegende Kugel denn an ihr hängt heute für das ganze Dorf die Ehre des Tages der Kredler der Parteien trug hier einen weißen bei den Gestleuten einen schwarzen Stab mit eiserner Spitze wo die Kugel ihren Lauf geendet hatte wurde dieser je nachdem unter schweigender Anerkennung oder dem hohen Gelächter der Gegenpartei in den gefrorenen Boden eingeschlagen und wessen Kugel zuerst das Ziel erreichte der hatte für seine Partei das Spiel gewonnen gesprochen wurde von all den Menschen wenig nur wenn ein Kapital Wurf geschah hörte man wohl einen Ruf der jungen Männer oder Weiber oder von den alten einer nahm seine Pfeife aus dem Mund und klopfte damit unter ein paar guten Worten den Werfer auf die Schulter Das war ein Wurf sagte Zacharis und warf sein Weib aus der Luke oder so warf dein Vater auch Gott tröst ihn in der Ewigkeit oder was sie sonst für Gutes sagten Bei seinem ersten Wurfe war das Glück nicht mit Hauke gewesen Als er eben den Arm hinten ausschwang um die Kugel fort zu schleudern war eine Wolke von der Sonne fort gezogen die sie vorhin bedeckt hatte und diese traf mit ihrem vollen Strahl in seine Augen der Wurf wurde zu kurz die Kugel fiel auf einen Graben und blieb im Bummeis stecken gilt nicht gilt nicht Hauke noch einmal riefen seine Partner aber der Kretler der Gestleute sprang dagegen auch muss wohl gelten geworfen ist geworfen Ole Ole Peters schrie die Marschjugend wo ist Ole wo zum Teufel steckt er aber er war schon da schreit nur nicht so soll Hauke wo geflickt werden ich dacht es mir schon ei was Hauke muss noch einmal werfen nun zeig dass du das Maul am rechten Fleck hast das habe ich schon rief Ole und trab dem Gest Kretler gegenüber und redete einen Haufen Galli Matthias aufeinander aber die Spitzen und Schärfen die sonst aus seinen aus zornigen Augen auf ihn hin aber reden durfte sie nicht denn die Frauen hatten keine Stimme in dem Spiel du leierst Unsinn rief der andere Kretler weil dir der Sinn nicht dienen kann Sonne Mond und Sterne sind für uns alle gleich und alle Zeit am Himmel der Wurf war ungeschickt und alle ungeschickten Würfe gelten so redeten sie noch eine Weile gegeneinander aber das Ende war dass nach Bescheid des Obmanns Hauke seinen Wurf nicht wiederholen durfte Vorwärts riefen die Gestleute und ihr Kretler zog den schwarzen Stab aus dem Boden und der Werfer trat auf seinen Nummernruf dort an und schleuderte die Kugel vorwärts Als der Großknecht des Deichgrafen dem Wurfe zusehen wollte hatte er an Elke Volkerts vorbei müssen Wem zuliebe ließest du heut deinen Verstand zu Hause raunte sie ihm zu Da sah er sie fassend grimmig an und aller Spaß war aus seinem breiten Gesicht verschwunden Dir zulieb sagte er denn du hast deinen auch vergessen Geh nur ich kenne dich Ole Peters erwiderte das Mädchen sich hoch aufrichtend er aber kehrte den Kopf ab und tat als habe er es nicht gehört und Wiel und der schwarze und der weiße Stab gingen weiter Als Hauke wieder am Wurf war flog seine Kugel schon so weit dass das Ziel die große weiß gekalkte Tonne klar in Sicht kam Er war jetzt ein fester junger Kerl und Mathematik und Wurfkunst hatte er täglich während seiner Knabenzeit getrieben Oho Hauke rief es aus dem Haufen Das war ja als habe der Erzengel Michael selbst geworfen Eine alte Frau mit Kuchen und Brandwein drängte sich durch den Haufen zu ihm Sie schenkte ein Glas voll und bot es ihm Komm sagte sie wir wollen uns vertragen das heute ist besser als da du mir die Katze tot schlugst Als er sie ansah erkannte er dass es Trinians war Ich danke dir alte sagte er aber ich trinke das nicht Er griff in seine Tasche und drückte ihr ein frisch geprägtes Markstück in die Hand Nimm das und trink selber das Glas aus Trin so haben wir uns vertragen Hast recht Hauke erwiderte die alte indem sie seiner Anweisung folgte Hast recht das ist auch besser für ein Albtes Weib wie ich Wie geht's mit deinen Enten rief ihr noch nach als sie sich schon mit ihrem Korbe fort machte aber sie schüttelte nur den Kopf ohne sich umzuwenden und patschte mit ihren alten Händen in die Luft Nichts nichts Hauke da sind zu viele Ratten in euren Gräben Gott tröst mich man muss sich anders nähren und Die Sonne war endlich schon hinter den Deich hinab gezunken statt ihrer glimmte ein rot violetter Schimmer empor mit unter flogen schwarze Krähen vorüber und waren auf Augenblicke wie vergoldet es wurde Abend auf den Fennen aber rückte der dunkle Menschentrupp noch immer weiter von den schwarzen schon fernliegenden Häusern nach der Tonne zu ein besonders tüchtiger Wurf musste sie jetzt erreichen können die Marschleute waren an der Reihe Hauke sollte werfen die kreidige Tonne zeichnete sich weiß in den breiten Abendschatten der jetzt von dem Deiche über die Fläche fiel die werdet ihr uns diesmal wohl noch lassen rief einer von den Gestleuten das ging scharf her sie waren um mindestens ein halbstieg Fuß im Vorteil die hagere Gestalt des genannten trat eben aus der Menge die grauen Augen sahen aus dem langen Friesengesicht vorwärts nach der Tonne in der herabhängenden Hand lag die Kugel der Vogel ist ja wohl zu groß hörte er in diesem Augenblicke Ole Peters Knauschstimme dicht vor seinen Ohren sollen wir ihn um einen grauen Topf vertauschen Hauke wandte sich und blickte ihn mit festen Augen an ich werfe für die Marsch sagte er wohin gehörst denn du ich denke auch dahin du wirfst doch wohl für Elke Volkertz beiseit schrie Hauke und stellte sich wieder in Positur aber Ole drängte mit dem Kopf noch näher auf ihn zu da plötzlich bevor noch Hauke selber etwas dagegen unternehmen konnte packte den zudringlichen eine Hand und riss ihn rückwärts dass der Bursche gegen seinen lachenden Kameraden taumelte es war keine große Hand gewesen die das getan hatte denn als Hauke flüchtig den Kopf wandte sah er neben sich Elke Volkertz ihren Ärmel zurecht zupfen und die dunklen brauen standen ihr wie zornig in dem heißen Antlitz da flog es wie eine Stahlkraft in Haukes Arm er neigte sich ein wenig er wiegte die Kugel ein paar Mal in der Hand dann holte er aus und eine Todesstille war auf beiden Seiten alle Augen folgten der fliegenden Kugel man hörte ihr sausen wie sie die Luft durchschnitt plötzlich schon weit vom Wurfplatz verdeckten sie die Flügel einer Silbermöwe die ihren Schrei ausstoßend vom Deich herüber kam zugleich aber hörte man es in der Ferne an die Tonne klatschen hurra für Hauke der aber da ihn alle dicht umdrängten hatte seitwärts nur nach einer Hand gegriffen auch da sie wieder riefen was stehst du Hauke die Kugel liegt ja in der Tonne nickte er nur und ging nicht von der Stelle erst als er fühlte dass sich die kleine Hand fest an die Seine schloss sagte ihr ihr mögt schon recht haben ich glaube ich habe gewonnen dann Dennis Deichgrafen Werfte nach der Gest hinauf bog hier aber entschlüpften beide dem Gedränge und während Elk auf ihre Kammer ging stand Hauke hinten vor der Stalltür auf der Werfte und sah wie der dunkle Menschentrupp allmählich nach dort hinauf wanderte wo im Kirchenspiel ein Raum für die Tanzenden bereit stand das Dunkel bereitete sich allmählich über die weite Gegend es wurde immer stiller um ihn her nur hinter ihm im Stall regte sich das Vieh oben von der Gest her glaubte er schon das Pfeifen der Klarinetten aus dem Krugel zu vernehmen da hörte er um die Ecke des Hauses das Rauschen eines Kleides und kleine feste Schritte gingen den Fußsteig hinab der durch die Fennen nach der Gest hinauf führte nun sah er auch Sollte er ihr nicht nachlaufen und mit ihr gehen Aber Hauke war kein Held den Frauen gegenüber Mit dieser Frage sich beschäftigen blieb er stehen bis sie im Dunkel seinen Blick entschwunden war Dann als die Gefahr sie einzuholen vorüber war ging auch er denselben Weg bis er droben den Krug bei der Kirche erreicht hatte und das schwarzen und schreien der vor dem Hause und auf dem Flur sich drängenden und das Schrillen der Geigen und Klarinetten betäubend ihn umrauschte Unbeachtet drückte er sich in den Gildesaal er war nicht groß und so voll dass man kaum einen Schritt weit vor sich hin sehen konnte schweigend stellte er sich an den Türpfosten und blickte in das unruhige Gewimmel die Menschen kamen ihm wie Narren vor er hatte auch nicht zu sorgen dass jemand noch an den Kampf des Nachmittags dachte und wer vor einer Stunde erst das Spiel gewonnen hatte jeder sah nur auf seine Dirne und drehte sich mit ihr im Kreis herum seine Augen suchten nur die eine und endlich dort sie tanzte mit ihrem Vetter dem jungen Deich Gevollmächtigten aber schon sah er sie nicht mehr nur andere Dirnen aus Marsch und Gest die ihn nicht kümmerten dann schnappten Violinen und Klarinetten plötzlich ab und der Tanz war zu Ende aber gleich begann auch schon ein anderer Hauke flog es durch den Kopf ob denn Elk ihm auch Wort halten ob sie nicht mit Ole Peters ihm vorbeitanzen werde fast hätte er einen Schrei bei dem Gedanken ausgestoßen dann ja was wollte er dann aber sie schien bei diesem Tanze gar nicht mitzuhalten und endlich ging auch der zu Ende und ein anderer ein Zweitritt der eben erst hier in Mode gekommen war folgte wie rasend setzte die Musik ein die jungen Kerle stürzten zu den Dirnen die Lichter an den Wänden flirten Hauke reckte sich fast den Hals aus um die Tanzenden zu erkennen und dort im dritten Paare das war Ole Peters aber wer war die Tänzerin ein breiter Marsch Bursche stand vor ihr und deckte ihr Gesicht doch der Tanz raste weiter und Ole mit seiner Partnerin drehte sich heraus vor Lina vor Lina Hadas rief Hauke fast laut und seufzang gleich wieder erleichtert auf aber wo blieb Elke hatte sie keinen Tänzer oder hatte sie alles ausgeschlagen weil sie nicht mit Ole hatte tanzen wollen und die Musik setzte wieder ab und ein neuer Tanz begann aber wieder sah er Elke nicht doch dort kam Ole noch immer die dicke Folina in den Armen nun sagte Hauke da wird Jesardas mit seinen 25 dem Mat auch wohl bald aufs Alten teil müssen aber wo ist Elke er verließ seinen Türpfosten und drängte sich weiter in den Saal hinein da stand er plötzlich vor ihr die mit einer älteren Freundin in einer Ecke saß Hauke rief sie mit ihrem schmalen Antlitz zu ihm aufblickend bist du hier ich sah dich doch nicht tanzen ich tanzte auch nicht erwiderte er weshalb nicht Hauke und sich halb erhebend setzte sie hinzu willst du mit mir tanzen ich habe es Ole Peters nicht gegönnt der kommt nicht wieder aber Hauke machte keine Anstalt ich danke Elke sagte er ich verstehe das nicht gut genug sie könnten über dich lachen und dann er stockte plötzlich und sah sie nur aus seinen grauen Augen herzlich an als ob er es ihnen überlassen müsse das übrige zu sagen was meinst du Hauke frug sie leise ich mein Elke es kann jedoch der Tag nicht schöner für mich ausgehen als es schon getan hat ja sagte sie du hast das Spiel gewonnen Elke mahnte er kaum hörbar da schlug ihr eine heiße lohe in das angesicht geh sagte sie was willst du und schlug die augen nieder als aber die freundin jetzt von einem burschen zum tanze fortgezogen wurde sagte Hauke lauter ich dachte Elke ich hätte was besseres gewonnen noch ein paar augenblicke suchten ihre augen auf dem Boden dann hob sie sie langsam und ein Blick mit der stillen Kraft ihres Wesens traf tu wie dir ums herz ist Hauke sprach sie wir sollten uns wohl kennen Elke tanzte an diesem Abend nicht mehr und als beide dann nach Hause gingen hatten sie sich Hand in Hand gefasst aus der Himmelshöhe funkelten die Sterne über der schweigenden Marsch ein leichter Ostwind wehte und brachte strenge Kälte die beiden aber gingen ohne viel Tücher und Umhang dahin als sei es plötzlich Frühling geworden Ende von Teil 2 Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie librivox.org Der Schimmelreiter von Theodor Stong Teil 3 Gelesen von Felix für LibriVox .org Hauke hatte sich auf ein Ding besonnen dessen passende Verwendung zwar in ungewisser Zukunft lag mit dem er sich aber eine stille Feier zu bereiten gedachte deshalb ging er am nächsten Sonntag in die Stadt zum alten Goldschmied Andersen und bestellte einen starken Goldring steckt den Finger her damit wir messen sagte der alte und fasste ihm nach dem Goldfinger nun meinte er der ist nicht gar so dick wie sie bei euch Leuten sonst zu seinen pflegen aber Hauke sagte messet lieber am kleinen Finger und hielt ihm den entgegen der Goldschmied sah ihn verdutzt an aber was kümmerten ihn die Einfälle der haben sagte er und Hauke schoss das Blut durch beide Wangen aber der kleine Goldring passte auf seinen kleinen Finger und er nahm ihn hastig und bezahlte ihn mit blankem Silber dann steckte er ihn unter lautem Herz klopfen und als ob er einen feierlichen Akt begehe in die Westentasche dort trug er ihn seitdem an jedem Tage mit Unruhe und doch mit stolz als sei die Westentasche nur dazu da um einen Ring darin zu tragen er trug ihn so über Jahr und Tag ja der Ring musste sogar aus dieser noch in eine neue Westentasche wandern die Gelegenheit zu seiner Befreiung hatte sich noch immer nicht ergeben wollen wohl war es ihm durch den Kopf geflogen nur geraden wegs vor seinen Wirt hinzutreten sein Vater war ja doch ein eingesessener aber wenn er ruhiger wurde dann wusste er wohl der alte Deichgraf würde seinen Kleinknecht ausgelacht haben und so lebten er und des Deichgrafen Tochter nebeneinander hin auch sie in mädchenhaftem Schweigen und beide doch als ob sie allzeit Hand in Hand gingen ein Jahr nach jenem Winterfesttag hatte Ole Peters seinen Dienst gekündigt und mit Folina Hadas Hochzeit gemacht Hauke hatte recht gehabt der alte war auf altenteil gegangen und statt der dicken Tochter ritt nun der muntere Schwiegersohn die gelbe Stute in die Fenne und wie es hieß rückwärts allzeit gegen den Deich hinan Hauke war Großknecht geworden und ein Jüngerer an seine Stelle getreten wohl hatte der Deichgraf ihn erst nicht wollen aufrücken lassen Kleinknecht ist besser hatte er gebrummt ich brauche ihn hier bei meinen Büchern aber Elke hatte ihm vorgehalten dann geht auch Hauke Vater da war dem alten bange geworden und Hauke war zum Großknecht aufgerückt hatte aber trotz dessen nach wie vor auch an der Deichgrafschaft mitgeholfen nach einem anderen Jahr aber begann er gegen Elke davon zu reden sein Vater werde kümmerlich und die paar Tage die der Wirt ihm im Sommer in dessen Wirtschaft läste täten es nun nicht mehr der alte quäle sich er dürfe das nicht länger ansehen es war ein Sommerabend die beiden standen im Dämmerschein unter der großen Esche vor der Haustür das Mädchen sah eine Weile stumm in die Zweige des Baumes hinauf dann entgegnete sie ich hab's nicht sagen wollen Hauke ich dachte du würdest selber wohl das rechte treffen ich muss dann fort aus eurem Hause sagte er und kann nicht wieder kommen sie schwiegen eine Weile und sahen in das Abendrot das drüben hinterm Deiche in das Meer versank du musst es wissen sagte sie ich war heute morgen noch bei deinem Vater und fand ihn in seinem Lehnstuhl eingeschlafen die Reißfeder in der Hand das Reißbrett mit einer halben Zeichnung lag vor ihm auf dem Tisch und da er wacht war und mühsam ein Viertelstündchen mit mir geplaudert hatte und ich nun gehen wollte da hielt er mich so angstvoll an der Hand zurück als fürchte er es sei zum letzten Mal aber was aber Elke frug Hauke da sie fortzufahren zögerte ein paar Tränen rannen über die Wangen des Mädchens ich dachte nur meinen Vater sagte sie glaub mir es wird ihnen schwer ankommen dich zu missen und als ob sie zu dem Worte sich ermannen müsse fügte sie hinzu mir ist es oft als ob auch er auf seine toten kammer rüste Hauke antwortete nicht ihm war es plötzlich als rühre sich der Ring in seiner Tasche aber noch bevor er seinen Unmut über diese unwillkürlich wirst auch so uns nicht verlassen da ergriff er eifrig ihre Hand und sie entzog sie ihm nicht noch eine Weile standen die jungen Menschen in dem sinkenden dunkel beieinander bis ihre Hände auseinander glitten und jedes seine Wege ging ein Windstoß fuhr empor und rauschte durch die Eschenblätter und machte die Läden klappern die an der Vorderseite des Hauses waren ein Hauke von dem alten Deichgrafen seines Dienstes entlassen worden obgleich ihm rechtzeitig nicht gekündigt hatte und zwei neue Knechte waren jetzt im Hause noch ein paar Monate weiter dann starb Tederhain aber bevor er starb rief er den Sohn an seine Lagerstatt setz dich zu mir mein Kind sagte der alte mit matter Stimme dich zu mir du brauchst dich nicht zu fürchten wer bei mir ist das ist nur der dunkle Engel des Herrn der mich zu rufen kommt und der erschütterte Sohn setzte sich dicht an das dunkle Wandbett sprecht Vater was ihr noch zu sagen habt ja mein Sohn noch etwas sagte der alte und streckte seine Hände über das Deckbett als du noch ein halber Junge zu dem Deichgrafen in Dienst gingst da lag es in deinem Kopf das selbst einmal zu werden das hatte mich angesteckt und ich dachte auch allmählich du seist der rechte Mann dazu aber dein Erbe war für solch ein Amt zu klein ich habe während deiner Dienstzeit knapp gelebt ich dachte es zu vermehren Hauke fasste heftig seines Vaters Hände und der alte suchte sich aufzurichten dass sie ihn sehen könne ja ja mein Sohn sagte und einen halben Demat aber sie konnte mit dem Mietgelder allein in ihrem krüppelhaften Alter nicht mehr durchfinden da habe ich allzeit zum Martini eine bestimmte Summe und auch mehr wenn ich es hatte dem armen Menschen gegeben und dafür hat sie die Fenni mir übertragen es ist alles gerichtlich fertig nun liegt auch sie am Tode die Krankheit unserer Marschen der Krebs hat sie befallen Doch hast du mehr dann als du bei mir gewohnt warst möge es dir zu deinem Erden Leben dienen Unter den Dankes Worten des Sohnes schlief der Alte ein Er hatte nichts mehr zu besorgen und schon nach einigen Tagen hatte dunkle Engel des Herrn ihm seine Augen für immer zugedrückt und Hauke trat sein väterliches Erbe an Am Tage nach dem Begräbnis kam Elke in dessen Haus Dank dass du einguckst Elke rief Hauke als Gruß entgegen aber sie erwirte ich guck nicht ein ich will bei dir ein wenig Ordnung schaffen damit du ordentlich in deinem Hause wohnen kannst dein Vater hat vor seinen Zahlen und Rissen nicht viel um sich gesehen und auch der Tod schafft wir sein ich will es ihr wieder ein wenig lebig machen er sah aus seinen grauen Augen voll Vertrauen auf sie hin so schafft nur Ordnung sagt er ich hab es auch lieber und dann begann sie aufzuräumen das Reißbrett das noch da lag wurde abgestäubt und auf dem Boden getragen Reisfedern und Bleistift und Kreide sorgfältig in einer Schatullenschublade weggeschlossen dann wurde die junge Dienstmark zur Hilfe hereingerufen und mit ihr das ganze Gerät der Stube in eine andere und bessere Stellung gebracht sodass es anschien als sei dieselbe nun heller und größer geworden lächeln sagte Elke das können nur wir Frauen und Hauke trotz seiner Trauer um den Vater hatte mit glücklichen Augen zugesehen auch wohl selber wo es nötig war geholfen und als gegen die Dämmerung es war zu Anfang des Septembers alles war wie sie es für ihn wollte fasste sie seine Hand und nickte ihm mit ihren dunklen Augen zu nun komm und iss bei uns zu Abend denn meinem Vater habe ich versprechen müssen dich mitzubringen wenn du dann heimgehst kannst du ruhig in ein Haus treten als sie dann in die geräumige Wohnstube des Deichgrafen traten wobei verschlossenen Läden schon die beiden Lichter auf dem Tische brannten wollte dieser aus seinem Lehnstuhl in die Höhe aber mit seinem schweren Körper zurücksinken rief er nur seinem früheren Knecht entgegen recht recht Hauke dass du deine alten Freunde aufsuchst komm nun näher immer näher und als Hauke an seinen Stuhl getreten war fasste er dessen Hand mit seinen beiden runden Händen nun nun mein Junge sagte er sei nur ruhig jetzt denn sterben müssen wir alle und dein Vater war keiner von den schlechtesten aber Elke nun sorg dass du den Braten auf den Tisch kriegst wir müssen uns stärken es gibt viel Arbeit für uns Hauke die Herbst schau ist in Anmarsch Deich und Seel Rechnung Haus hoch der neuliche Deich Schaden am Wester Kog ich weiß nicht wo mir der Kopf steht aber deiner Gottlob ist Stuhl zurückfallen und blinzelte sehnsüchtig nach der Tür durch welche Elke eben mit der Bratenschüssel hereintral Hauke stand lächelnd neben ihm nun setz dich sagte der Deich Graf damit wir nicht unnötig Zeit verspillen kalt schmeckt das nicht und Hauke setzte sich es schien ihm Selbstverstand die Arbeit von Elkes Vater mitzutun und als die Herbstschau dann gekommen war und ein paar Monate mehr ins Jahr ging da hatte er freilich auch den besten Teil daran getan Der Erzähler hielt inne und blickte um sich Ein Möwenschrei war gegen das Fenster geschlagen und draußen vom Haus wurde ein Trampeln hörbar als ob einer den Klei von seinen schweren Stiefeln abtrete Deichgraf und Gevollmächtigte wandten die Köpfe gegen die Stubentür Was ist? rief der Erstere Ein starker Mann den Südwestern auf dem Kopf war eingetreten Herr sagte er wir beide haben es gesehen Hans Nickels und ich der Schimmelreiter hat sich in den Bruch gestürzt Wo saht ihr das? fragte Deichgraf Es ist ja nur die eine Wehle in Jansens Fenne wo der Hauke Haincourt beginnt Saht ihr es nur einmal nur einmal es war auch nur wie ein Schatten aber er braucht drum nicht das erste Mal gewesen zu sein der Deichgraf war aufgestanden sie wollen entschuldigen sagte er sich zu mir wendend wir müssen draußen nachsehen wo das Unheil hin will dann ging er mit dem Boten zur Tür hinaus aber auch die übrige Gesellschaft brach auf und folgte ihm er blieb mit dem Schullehrer Gäste verdeckt wurden sah man frei hinaus und wieder sturm die alten Wolken über den Himmel jagte der alte saß noch auf seinem Platze ein überlegenes fast mitleidiges lächeln auf seinen Lippen es ist hier zu leer geworden sagte er darf ich sie zu mir auf mein Zimmer laden ich wohnen hier im Hause und glauben sie mir ich kenne die Wetter hier am Deich für uns ist nichts zu fürchten ich nahm das dankend an denn auch mich wollte hier zu frösteln anfangen und wir stiegen unter Mitnahme eines Lichts die stiegen zu seiner Giebelstube hinauf die zwar gleichfalls gegen Westen hinaus lag deren Fenster aber jetzt mit dunklen Wollteppichen verhangen war in einem Bücherregal sah ich eine kleine Bibliothek daneben die Porträte zweier alter Professoren vor einem Tische stand ein großer Ohrenlehnenstuhl machen sie sich bequem sagte mein freundlicher Wirt und warf einige Torf in den noch glimmenden kleinen Ofen der oben von einem Blechkessel gekrönt war nur noch ein Weilchen er wird bald sausen dann brauche ich ein Gläschen grog das hält sie munter dessen bedarf es nicht sagte ich ich werde nicht schläfrig wenn ich ihren Hauke auf seinem Lebensweg begleite meinen sie und er nickte mit seinen klugen Augen zu mir rüber nachdem ich behaglich in seinen Lehnstuhl untergebracht war nun wo blieben wir denn ja ja ich weiß schon also Hauke hatte sein väterliches Erbe angetreten und da die alte Antje Wohlers auch ihrem Leiden erlegen war so hatte deren Fenne es vermehrt aber seit dem Tode oder richtiger seit den letzten Worten seines Vaters war in ihm etwas aufgewachsen dessen Keim er schon seit seiner Knabenzeit in sich getragen hatte er wiederholte es sich mehr als zu oft er sei der rechte Mann wenn es einen neuen Deich Grafen geben müsse das war es sein Vater der es verstehen musste der ja der klügste Mann im Dorf gewesen war hatte ihm dieses Wort wie eine letzte Gabe seinem Erbe beigelegt die wohlersche Fenne der ihm auch verdankte sollte den ersten Trittstein zu dieser Höhe bilden denn freilich auch mit dieser ein Deich Graf musste noch einen anderen Grundbesitz aufweisen können aber sein Vater hatte sich einsame Jahre knapp beholfen und mit dem was er sich entzogen hatte war er des neuen Besitzes Herr geworden Er aber konnte noch jahrelang die schwerste Arbeit tun Freilich wenn er es dadurch nach dieser Seite hin erzwang durch die Schärfen und Spitzen die er der Verwaltung seines alten Dienstherrn zugesetzt hatte war ihm eben keine Freundschaft im Dorf zuwege gebracht worden und Ole Peters sein alter Widersacher hatte jüngstchen eine Erbschaft getan und begann ein wohlhabender Mann zu werden Eine Reihe von Groll gegen diese Menschen er streckte die Arme aus als griff er nach ihnen denn sie wollten ihm vor Amte drängen zu dem von allen nur er berufen war und die Gedanken ließen ihn nicht sie waren immer wieder da und so wuchsen in seinem jungen Herzen neben der Ehrenhaftigkeit und Liebe auch die Ehrsucht und der Hass aber diese beiden verschloss er tief in seinem Innern selbst Elke ahnte nichts davon als das neue Jahr gekommen war gab es eine Hochzeit die Braut war eine Verwandte von den Hainz und Hauke und Elke waren beide dort geladene Gäste ja bei dem Hochzeitsessen traf es sich durch das Ausbleiben eines näheren Verwandten dass sie ihre Plätze nebeneinander fanden nur ein Lächeln das über beide Antlitz glitt verriet ihre Freude darüber aber Elke saß heute teilnahmslos in dem Geräusche des Plauderns und Gläser klirrens fehlt dir etwas frug Hauke oh eigentlich nichts es sind mir nur zu viele Menschen hier aber du siehst so traurig aus sie schüttelte den Kopf dann sprachen sie wieder nicht da stieg es über ihr schweigen wie Eifersucht in ihm auf und heimlich unter dem überhängenden Tisch Stuch ergriffe ihre Hand sie zuckte nicht sie schloss sich wie vertrauensvoll um seine hatte ein Gefühl der Verlassenheit sie befallen da ihre Augen täglich auf der hinfälligen Gestalt des Vaters haften mussten Hauke dachte nicht daran sich so zu fragen aber ihm stand der Atem still als er jetzt seinen Goldring aus der Tasche zog lässt du ihn sitzen frug er zitternd während sie legte plötzlich ihre Gabel hin und wandte sich zu ihrem Nachbar mein Gott das Mädchen rief sie sie wird ja totenblass aber das Blut kehrte schon zurück in Elkes Antlitz kannst du warten Hauke frug sie leise der kluge Friese besann sich doch noch ein paar Augenblicke auf was sagte er dann du weißt das wohl ich brauchst dir nichts zu sagen du hast ich fürchte ein nahes sprich nicht so Hauke du sprichst von meines Vaters Tod sie legte die andere Hand auf ihre Brust bis dahin sagte sie trage ich den Goldring hier du sollst nicht fürchten dass du bei meiner Lebzeit ihn zurück bekommst da lächelten sie beide und ihre Hände pressten sich ineinander dass bei anderer Gelegenheit das Mädchen wohl laut aufgeschrien hätte die brokatenden Käppchens wie in dunklem Feuer brannten bei dem zunehmenden Getöse am Tisch aber hatte sie nichts verstanden auch an ihren Nachbar wandte sie sich nicht wieder denn keimende Ehen und um eine solche schien es sich denn doch hier zu handeln schon um des daneben keimenden Traubpfennigs für ihren Mann den Pastor pflegte sie nicht zu stören Elkes Vorahnung war in Erfüllung gegangen eines morgens nach Ostern hatte man den Deichgrafen Tede Volkerts tot in seinem Bett gefunden Man saß an seinem Antlitz Ein ruhiges Ende war darauf geschrieben Er hatte auch mehrfach in den letzten Monaten Lebensüberdruss geäußert Sein Leibgericht der Ofenbraten Selbst seine Enten hatten ihm nicht mehr schmecken wollen Und nun gab es eine große Leiche im Dorf Drogen auf der Geest auf dem Begräbnisplatz um die Kirche war zu Westen eine mit Schmiedegitter umhegte Grabstätte Ein breiter blauer Grabstein stand jetzt aufgehoben gegen eine Traueresche auf welchem das Bild des Todes mit stark gezahnten Kiefern ausgehauen war Darunter in großen Buchstaben Es war die Begräbnisstätte des früheren Deichgrafen Volker Tetzen Nun war eine frische Grube gegraben wo hinein dessen Sohn der jetzt verstorbene Deichgraft Tete Volkerts begraben werden sollte Und schon kam unten aus der Marsch der Leichenzug heran Eine Menge Wagen aus allen Kirchspieldörfern Auf dem vordersten stand der schwere Sarg Die beiden blanken Rappen des deichgräflichen Stalles zogen ihn schon den sandigen Anberg zur Geest hinauf Schweife und Mähnen der Pferde wehten in dem scharfen Frühjahrswind Der Gottesacker um die Kirche war bis an die Welle mit Menschen angefüllt Selbst auf dem gemauerten Tore huckten Buben mit kleinen Kindern in den Armen Sie wollten alle das Begraben ansehen Im Hause drunten in der Marsch hatte Elke in Pesel und Wohneglas das Leichenmal gerüstet Alter Wein wurde bei den Gedecken hingestellt An dem Platz des Oberdeich Grafen und an denen des Pastors je eine Flasche Langkork Als alles besorgt war ging sie durch den Stall vor die Hoftür Sie traf niemanden auf ihrem Wege Die Knechte waren mit zwei Gespannen in der Leichen vor Hier blieb sie stehen und sah während ihre Trauerkleider im Frühlingswinde flatterten wie drüben an dem Dorfe jetzt die letzten Wagen zur Kirche hinauffuhren Nach einer Weile entstand dort ein Gewühl dem eine Totenstille zu folgen schien Elke faltete die Hände Sie senken wohl den Sarg jetzt in die Grube Und zur Erde wieder sollst du werden Unwillkürlich leise Als hätte sie von dort es hören können sprach sie die Worte nach Dann füllten ihre Augen sich mit Tränen Ihre über der Brust gefalteten Hände sanken in den Schoß Vater unser der du bist im Himmel betete sie voll in Brunst Und als das Gebet des Herrn zu Ende war stand sie noch lange unbeweglich sie die jetzige Herrin dieses großen Marschhofes Und die Gedanken des Todes und des Lebens begannen sich in ihr zu streiten Ein fernes Rollen weckte sie Als sie die Augen öffnete sah sie schon wieder einen Wagen um den anderen in rascher Fahrt von der Marsch herab und gegen ihren Hof herankommen Sie richtete sich auf blickte noch einmal scharf hinaus und ging dann wie sie gekommen war durch den Stall in die feierlich hergestellten Wohnräume stand so still und einsam der Spiegel zwischen den Fenstern war mit weißen Tüchern zugedeckt und ebenso die Messingknöpfe an den Beilegerufen es blinkte nichts mehr in der Stube Elke sah die Türen vor dem Wandbett in dem ihr Vater seinen letzten Schlaf getan hatte offen stehen und ging hinzu und schrub sie fest zusammen wie gedankenlos las sie den Sinnspruch der zwischen Rosen und Nelken mit goldenen Buchstaben darauf geschrieben stand Hestudin Darkwerk richtig dann da kommt es Lapp von Sylvest heran das war noch von dem Großvater ein Blick warf sie auf den Wandschrank er war fast leer aber durch die Glastüren sah sie noch den geschliffenen Pokal darin der ihrem Vater wie er gern erzählt hatte einst bei einem Ringreiten in seiner Jugend als preis zuteil geworden war sie nahm ihn heraus und setzte ihn bei dem Gedeck des Oberdeichgrafen dann ging sie ans Fenster denn schon hörte sie die Wagen an der Werfte herauf rollen einer um den anderen hielt vor dem Hause und munterer als sie gekommen waren sprangen jetzt die Gäste von ihren Sitzen auf den Boden Hände reiben und plaudern drängt sich alles in die Stube nicht lange so setzte man sich an die festliche lang als ob hier nimmer der Tod seine furchtbare Stille ausgebreitet hätte stumm das Auge auf ihre Gäste ging Elke mit den Mäkten an den Tischen herum dass an dem Leichen Mahle nichts versehen werde auch Hauke Hain saß im Wohnzimmer neben Ole Peters und anderen kleineren Besitzern nachdem das Mahl beendet war wurden die weißen Tompfeifen aus der Ecke geholt und angebrannt und Elke war wiederum geschäftigt die gefüllten Kaffeetassen den Gästen anzubieten denn auch der wurde heute nicht gespart im Wohnzimmer an dem Pulte des eben begrabenen stand der Oberdeichgraf im Gespräche mit dem Pastor und dem weißhaarigen Deich Gevollmächtigten Jewe Manners alles gut ihr Herren sagte der Erste den alten Deichgrafen haben wir mit Ehren beigesetzt aber woher müssen der alte Manners hob lächelnd das schwarze Sammet Käppchen von seinen weißen Haaren Herr Oberdeichgraf sagte er das Spiel würde zu kurz werden als der verstorbene Tete Volkerts Deichgraf da wurde ich gevollmächtigter und bin es nun schon 40 Jahre das ist kein Mangel Manners so kennt ihr die Geschäfte umso besser und werdet nicht Not mit ihnen haben aber der alte schüttelte den Kopf nein nein euer Gnaden lasst mich wo ich bin so laufe ich vor ein paar Jahre mit der pastor stand bei ihm weshalb sagte er nicht den ins Amt nehmen der es tatsächlich in den letzten Jahren doch geführt hat der Oberdeichgraf sah ihn an ich verstehe nicht Herr Pastor aber der Pastor wies mit dem Finger in den Pesel wo Hauke in langsam ernster Weise zwei älteren Leuten etwas zu erklären schien dort steht er sagte er die lange friesengestalt mit den klugen grauen Augen neben der hageren Nase und den zwei Schädelwölbungen darüber er war des alten Knecht und sitzt jetzt auf seiner eigenen kleinen Stelle er ist zwar etwas jung er scheint ein dreißiger sagte der Oberdeichgraf den ihm so vorgestellten mustern er ist kaum 24 bemerkte der gevollmächtigte Mann aber der Pastor hat recht was in den letzten Jahren gutes für Deiche und Siele und der gleichen vom Deichgrafenamt in Vorschlag kam das war von ihm mit dem alten war es doch zuletzt nicht mehr so so machte der Oberdeichgraf und ihr meint er wäre der Mann wäre er schon entgegnete Jewe Manners aber ihm fehlt das was man hier Klei unter den Füßen nennt sein Vater hatte so um 15 er mag gut 20 den Mahd gehabt haben aber damit ist bis jetzt hier niemand Deichgraf geworden der Pastor tat schon den Mund auf als wolle etwas einwenden da trat Elke Volkertz die eine Weile schon im Zimmer gewesen plötzlich zu Zauberbeamten es ist nur damit aus einem Irrtum nicht ein Unrecht werde so sprecht Jungfer Elke entgegnete dieser Weisheit von hübschen Mädchenlippen hört sich allzeit gut es ist nicht Weisheit euer Gnaden ich will nur die Wahrheit sagen auch die muss man hören können Jungfer Elke das Mädchen ließ ihre dunklen Augen noch mal zur Seite gehen als ob sie wegen überflüssiger Ohren sich versichern wolle Euer Gnaden begann sie dann und ihre Brust hob sich in stärkere Bewegung Mein Pate Jewe Manners sagte ihnen dass Hauke Hain nur etwa 20 Demat im Besitz habe das ist im Augenblick auch richtig aber sobald es sein muss wird Hauke noch um so viel mehr sein eigenen als dieser meines Vaters jetzt mein Hof an Demat Zahl beträgt für einen Deichgrafen wird das zusammen denn wohl reichen der alte Manners reckte den weißen Kopf gegen sie als müsse er erst sehen wer denn da eigentlich rede was ist das sagte er Kind was sprichst du da aber Elke zog an einem schwarzen Bändchen einen blinkenden Goldring aus ihrem Mieder ich bin verlobt Pate Manners sagt sie hier ist der Ring und Hauke Hein ist mein Bräutigam und wann ich darf's wohl fragen da ich dich aus der Taufe hob Elke Volkertz wann ist denn das passiert das war schon vor geraumer Zeit doch war reichmündig Pate Manners sagte sie mein Vater war schon hinfällig geworden und da ich ihn kannte so wollte ich ihn nicht mehr damit beunruhigen jetzt da er bei Gott ist wird er einsehen dass sein Kind bei diesem Mann wohl geborgen ist ich hätte es auch das Trauerjahr hindurch schon ausgeschwiegen jetzt aber um Haukes und des Koges willen habe ich reden müssen und zum Oberdeichgrafen gewand setzte hinzu euer Gnaden wollen mir das verzeihen die drei Männer sahen sich an der Pastor lachte der alte Gevollmächtigte ließ es bei einem bewenden während der Oberdeichgraaf wie von einer wichtigen Entscheidung sich die Stirn rieb ja liebe Jungfer sagte er endlich aber wie steht es denn hier im Kogel mit den ehelichen Güterrechten ich muss gestehen ich bin augenblicklich nicht recht kapitelfest in diesem Wirrsaal das brauchen euer Gnaden auch nicht entgegnete des Deichgrafen Tochter ich werde vor der Hochzeit meinem Bräutigam die Güte übertragen ich habe auch meinen kleinen Stolz setzte sie lächelnd hinzu ich will den reichsten Mann im Dorfe heiraten nun Manners meinte der Pastor ich denke sie werden auch als Pate nichts dagegen haben wenn ich den jungen Deichgrafen mit des alten Tochter zusammen gebe der alte schüttelte leist den Kopf unser Herrgott gebe seinen Segen sagte er andächtig der Ober Deichgraf aber reichte dem Mädchen seine Hand wahr und weise habt ihr gesprochen danke euch für so kräftige Erläuterungen und hoffe auch in Zukunft und bei freundlicheren Gelegenheiten als heute der Gast eures Hauses zu sein aber dass ein Deichgraf von solch junger Jungfer gemacht wurde das ist das wunderbare an der Sache euer Gnaden erwiderte Elke und sah den gütigen Oberbeamten noch einmal mit ihren ernsten Augen an einem rechten Manne wird auch die Frau wohl helfen dürfen dann ging sie in den anstoßenden Pesel und legte schweigend ihre Hand in Hauke Heinz Ende von Teil 3 Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox .org Der Schimmelreiter von Theodor Sturm Teil 4 Gelesen von Felix für LibriVox .org Es war um mehrere Jahre später in dem kleinen Hause Thede Hainz wohnte jetzt ein rüstiger Arbeiter mit Frau und Kind Der junge Deichgraf Hauke Hain saß mit seinem Weibe Elke Volkerts auf deren väterlicher Hofstelle Im Sommer rauschte die gewaltige Esche nach wie vor am Hause Aber auf der Bank die jetzt darunter stand sah man abends meist nur die junge Frau einsam mit einer häuslichen Arbeit in den Händen Noch immer fehlte ein Kind in dieser Ehe Der Mann aber hatte anderes zu tun als Feierabend vor der Tür zu halten Denn trotz seiner früheren Mithilfe lagen aus des alten Amtsführung eine Menge unerledigter Dinge an die auch er derzeit zu rühren nicht für gut gefunden hatte Jetzt aber musste allmählich alles aus dem Wege Er fegte mit einem scharfen Besen Dazu kam die Bewirtschaftung der durch seinen eigenen Landsbesitz vergrößerten Stelle bei der er gleichwohl den Kleinknecht noch zu sparen suchte So sahen sich die beiden Eheleute außer am Sonntag wo Kirchgang gehalten wurde meist nur bei dem von Hauke heilig besorgten Mittagessen und beim Auf und Niedergang des Tages Es war ein Leben fortgesetzter Arbeit doch gleichwohl ein zufriedenes Dann kam ein störendes Wort in Umlauf Als von den jüngeren Besitzern der Marsch- und Gestgemeinde eines Sonntags nach der Kirche ein etwas unruhiger Trupp im Krogedroben am Trunke festgeblieben war Redeten sie beim vierten oder fünften Glase zwar nicht über König und Regierung so hoch wurde damals noch nicht gegriffen wohl aber über Kommunal und Oberbeamte vor allem über die Gemeindeabgaben und Lasten und je länger sie redeten desto weniger davon fand Gnade vor ihren Augen insbesondere nicht die neuen Deichlasten Alle Sielen und Schleusen die sonst immer gehalten hätten seien jetzt reparaturbedürftig Am Deiche fänden sich immer neue Stellen die hunderte von Karren Erde nötig hätten Der Teufel möchte die Geschichte holen Das kommt von eurem klugen Deichgrafen rief einer von den Gestleuten der immer grübeln geht und seine Finger dann in alles steckt Ja Martin sagte Ole Peters der dem Sprecher gegenüber saß Recht hast du Er ist hinterspinnig und sucht beim Oberdeichgraf sich einen weißen Fuß zu machen Aber wir haben ihn nun einmal Warum habt ihr ihn euch aufhucken lassen sagte der andere Nun müsst ihr es bar bezahlen Ole Peters lachte Ja Martin Fedders das ist nun so bei uns und davon ist nichts abzukratzen Der alte wurde Deichgraf von seines Vaters der neue von seines Weibes wegen Das Gelächter das jetzt um den Tisch lief zeigte welchen Beifall das geprägte Wort gefunden hatte Aber es war ein öffentlicher Wirztafel gesprochen worden Es blieb nicht da Es lief bald um Im Geest wie unten in dem Marschdorf So kam es auch an Hauke und und wieder ging vor seinem inneren Auge die Reihe übel wollender Gesichter vorüber und noch höhnischer als es gewesen war hörte er das Gelächter an dem Wirtshaustische Hunde schrie er und seine Augen sahen grimm zur Seite als wolle er sie peitschen lassen Da legte Elke ihre Hand auf seinen Arm Lass sie sie wären alle gern was du bist Das ist es eben entgegnete er gräulend Und fuhr sie fort Hat denn Ole Peters sich nicht selber eingefreit Das hat er Elke Aber was er mit Folina freite das reichte nicht zum Deichgrafen Sag lieber er reichte nicht dazu Und Elke drehte ihren Mann so dass er sich im Spiegel sehen musste Denn sie standen zwischen den Fenstern in ihrem Zimmer Da steht der Deichgraf sagte sie Nun sieh ihn an Nur wer ein Amt regieren kann der hat es Du hast nicht Unrecht entgegnete er sinnend Und doch Nun Elke ich muss zur Osterschleuse die Türen schließen wieder nicht Sie drückte ihm die Hand Komm sieh mich erst einmal an Was hast du deine Augen sehen so ins Weite Nichts Elke du hast ja recht Er ging aber nicht lange war er gegangen so war die Schleusenreparatur vergessen Ein anderer Gedanke den er nur halb ausgedacht und seit Jahren in sich herumgetragen hatte der aber von den drängenden Amtsgeschäften ganz zurückgetreten war bemächtigte sich seiner jetzt aufs Neue und mächtiger als je zuvor als seien plötzlich die Flügel ihm gewachsen Kaum dass er es selber wusste befand er sich oben auf dem Haftdeich schon eine weite Strecke südwärts nach der Stadt zu Das Dorf das nach dieser Seite hinaus lag war ihm zur linken längst verschwunden Noch immer schritt er weiter seine Augen unablässig nach der Seeseite auf das breite Vorland gerichtet Wäre jemand neben ihm gegangen er hätte sehen müssen welch eindringliche Endlich blieb er stehen Das Vorland schwand hier zu einem schmalen Streifen an dem Deich zusammen Es muss gehen sprach er bei sich selbst Sieben Jahr im Amt Sie sollen nicht mehr sagen dass ich nur Deichkraft bin von meines Weibes wegen Noch immer stand er und seine Blicke schweiften scharf und bedächtig nach allen Seiten über das grüne Vorland Dann ging er zurück bis wo auch hier liegende breite Landfläche ablöste Hart an dem Deiche aber schoss ein starker Meeresstrom durch diese der fast das ganze Vorland von dem Festland trennte und zu einer Hallig machte Eine rohe Holzbrücke führte nach dort hinüber damit man mit Vieh und Heu oder Getreide hinüber und wieder zurück gelangen konnte Jetzt war es App Zeit und die goldene September Sonne glitzerte auf dem etwa durch den auch jetzt das Meer noch seine Wasser trieb Das lässt sich dämmen sprach Hauke bei sich selber nachdem er diesem Spiele eine Zeit lang zugesehen Dann blickte er auf und von dem Deiche auf dem er stand über den Priel hinweg zog er in Gedanken eine Linie längst dem Rande des abgetrennten Landes nach Süden herum und Ostwärts wiederum zurück über die dortige hier aber welche er unsichtbar gezogen hatte war ein neuer Deich neu auch in der Konstruktion seines Profiles welches bis jetzt nur noch in seinem Kopf vorhanden war Das gäbe einen Kog von ca. 1000 Demat sprach er lächelnd zu sich selbst Nicht Großjust aber eine andere Kalkulation überkam ihn Das Vorland gehörte hier der Gemeinde ihren einzelnen Mitgliedern eine Zahl von Anteilen je nach der Größe ihres Besitzes im Gemeindebezirk oder nach sonst zu recht bestehender Erwerbung Er begann zusammen zu zählen wie viele Anteile er von seinem wie viele er von Elkes Vater überkommen und was an solchen er während seiner Ehe schon selbst gekauft hatte teils in dem dunklen Gefühle eines zukünftigen Vorteils teils bei Vermehrung seiner Schafzucht Es war schon eine ansehnliche Menge denn auch von Ole Peters hatte er dessen sämtliche Teile angekauft da es diesem zum Verdruss geschlagen war als bei einer teilweise Überströmung ihm sein bester Schafbock ertrunken war Aber das war ein seltsamer Unfall gewesen Denn soweit Haukes Gedächtnis reichte waren selbst bei hohen Fluten dort nur die Ränder überströmt worden Welch treffliches Weide- und Kornland musste es geben und von welchem Werte wenn das alles von seinem neuen Deich umgeben war Wie ein Rausch stieg es ihm ins Gehirn Er presste die Nägel in seine Handflächen und zwang seine Augen klar und nüchtern zu sehen was dort vor ihm lag Eine große deichlose Fläche Wer wusste es welchen Stürmen und Fluten schon in den nächsten Jahren preis gegeben an deren äußersten Rande jetzt ein Trupp von schmutzigen Schafen langsam grasen entlang wanderte Dazu für ihn einen Haufen Arbeit Kampf und Ärger Trotz alledem Als er vom Deich hinab und dem Fußsteig über die Fennen auf seine Werfte zuging ihm war es als brächte er einen großen Schatz mit sich nach Hause Auf dem Flur trat ihm Elke entgegen Wie war es mit der Schleuse frug sie Er sah mit einem geheimnisvollen Lächeln auf sie nieder Wir werden bald eine andere Schleuse brauchen sagte er und Sielen und einen neuen Deich Ich verstehe dich nicht entgegnete Elke während sie in das Zimmer ging Was willst du Hauke Ich will sagte er langsam und hielt dann einen Augenblick inne Ich will dass das große Vorland das unser Hofstadt gegenüber beginnt und dann nach Westen ausgeht zu einem festen Kuge eingedeicht werde Die hohen Fluten haben fast ein Menschen Alter uns in Ruhe gelassen Wenn aber eine von den Schlimmen wiederkommt und den Anwachs stört so kann mit einem Mal die ganze Herrlichkeit zu Ende sein Nur der alte Schlendrian hat das bis heute so lassen können Sie sah ihn voll erstaunen an So schildst du dich ja selber sagte sie Das tue ich Elke Aber es war bisher auch so viel anderes zu beschaffen Ja Hauke gewiss du hast genug getan Er hatte sich in den Lehnstuhl des alten Deichgrafen gesetzt und seine Hände griffen fest um beide Lehnen Hast du denn den guten Mut dazu frug ihn sein Weib Das hab ich Elke sprach er hastig Sei nicht zu rasch Hauke Das ist ein Werk auf Tod und Leben und fast alle werden dir entgegen sein Man wird dir deine Mühe und Sorg nicht danken Er nickte Ich weiß sagte er Und wenn es nun nicht gelänge rief sie wieder Von Kindesbein an habe ich gehört der Pril sei nicht zu stopfen und darum dürfe nicht daran gerührt werden Das war ein Vorwand für die Faulen sagte Hauke Weshalb sollte man denn den Pril nicht stopfen können Das hört dich nicht Vielleicht weil er gerade durchgeht die Spülung ist zu stark Eine Erinnerung überkam sie und ein fast schelmisches Lächeln brach aus ihren ernsten Augen Als ich ein Kind war sprach sie hörte ich einmal die Knecht darüber reden Sie meinten wenn ein Damm dort halten solle müsse was lebigster hineingeworfen und mit verdämmt werden Bei einem Deichpaar auf der anderen Seite vor wohl 100 Jahren sei ein Zigeunerkind verdämmet worden dass sie um schweres Geld der Mutter abgehandelt hätten Jetzt aber würde wohl keine ihr Kind verkaufen Hauke schüttelte den Kopf Da ist es gut dass wir keins haben Sie würden es sonst noch schier von uns verlangen Sie sollten es nicht bekommen sagte Elke und schlug wie in Angst die Arme über ihren Leib und Hauke lächelte doch sie frug noch einmal und die ungeheuren Kosten hast du das bedacht Das habe ich Elke was wird sie bei weitem überholen auch die Erhaltungskosten des alten Deichs gehen für ein gut Stück in den neuen unter wir arbeiten ja selbst und haben über 80 gespannen in der Gemeinde und an jungen Fäusten ist hier auch kein Mangel du sollst mich wenigstens nicht umsonst zum Deichgrafen gemacht haben Elke ich will ihnen zeigen dass ich einer bin sie hatte sich vor ihm nieder gehuckt und ihn sorgvoll angeblickt nun erhob sie sich mit einem seufzer ich muss weiter zu meinem tagwerk sagte sie und ihre hand strich langsam über seine Wange tu du das deine Hauke Amen Elke sprach er mit ernstem Lächeln Arbeit ist für uns beide da und es war Arbeit genug für beide die schwerste Last aber fiel jetzt auf des Mannes Schulter an Sonntagnachmittagen oft auch nach Feierabend saß Hauke mit einem tüchtigen Feldmesser zusammen vertieft in Rechenaufgaben Zeichnungen und Rissen war er allein da ging es ebenso und endete oft weit nach Mitternacht dann schlich er in die gemeinsame Schlafkammer denn die dumpfen Wandbetten im Wohngemach wurden in Hauges Wirtschaft nicht mehr gebraucht und sein Weib damit er endlich nur zur Ruhe komme lag wie schlafend mit dem geschlossenen Augen obgleich sie mit klopfenden Herzen nur auf ihn gewartet hatte dann küsste er mit unter ihre Stirne und sprach ein leises Liebeswort und legte sich selbst zum Schlafe der ihm oft nur beim ersten Hahnen grad zu Willen war im Wintersturm lief er auf den Deich hinaus mit Bleistift und Papier in der Hand und stand und zeichnet und notierte während ein Windstoß ihm die Mütze vom Kopf riss und das lange fahle Haar ihm um sein heizes Antlitz flog bald fuhr er solange nur das Eis ihm nicht den Weg versperrte mit einem Knecht zu Boot ins Wattenmeer hinaus und maß dort Elke zitterte oft genug für ihn aber war er wieder da so hätte er das nur aus ihrem festen Händedruck oder dem leuchtenden Blitz aus ihren sonst so stillen Augen merken können Geduld Elke sagte er da ihm einmal war als ob sein Weib ihn nicht lassen könne ich muss erst selbst im Reinen sein bevor ich meinen Antrag stelle da nickte sie und ließ ihn gehen der ritte in die Stadt zum Oberdeich grafen wurden auch nicht wenige und allem diesen und dem mühenden Haus und Landwirtschaft folgten immer wieder die Arbeiten in die Nacht hinein sein Verkehr mit anderen Menschen aus den Arbeit und Geschäft verschwand fast ganz selbst der mit seinem Weibe wurde immer weniger es sind schlimme Zeiten und sie werden noch lange dauern sprach Elke bei sich selber und ging an ihre Arbeit endlich Sonne und Frühlingswinde hatten schon überall das Eis gebrochen war auch die letzte Vorarbeit getan die Eingabe an den Oberdeichgrafen zur Befürwortung an höherem Orte enthalten den Vorschlag einer Bedeichung des erwähnten Vorlandes zur Förderung des öffentlichen Westen insbesondere des Koges wie nicht weniger der herrschaftlichen Kasse da höchst derselben in kurzen Jahren die Abgaben von ca. Edermat daraus erwachsen würden war sauber abgeschrieben und nebst anliegenden Rissen und Zeichnungen aller Lokalitäten jetzt und künftig der Schleusen und Siele und was noch sonst dazu gehörte in ein festes Konvolut gepackt und mit dem deichgräflichen Amtssegel versehen worden da ist es Elke sagte der junge Deichgraf nun gib ihm deinen Segen Elke legte ihre Hand halten sagte sie das wollen wir Sie wollen bemerken lieber Herr unterbrach der Schulmeister seine Erzählung mich freundlich mit seinen feinen Augen fixierend dass ich das bisher berichtete während meiner fast 40 jährigen Wirksamkeit in diesem Kroge aus den Überlieferungen verständiger Leute oder aus den Erzählungen der Enkel und Urenkel solcher zusammen gefunden habe was ich damit sie dieses mit dem endlichen Verlauf in Einklang zu bringen Vermögen ihn jetzt vorzutragen habe das war derzeit und ist auch jetzt noch das Geschwätz des ganzen Marschdorfes sobald nur um Allerheiligen die Spinnräder an zu schnurren fangen Von der Hofstelle des Deichgrafen etwa 500 bis 600 Schritte weiter nordwärts sah man derzeit wenn man auf dem Deiche stand ein paar tausend Schritt ins Wattenmeer hinaus und etwas weiter von dem gegenüberliegenden Marschufer entfernt eine kleine Hallig die sie Jevers Sand auch Jevers Hallig nannten von den derzeitigen Großvätern war sie noch zur Schafweide benutzt worden denn Gras war damals noch darauf gewachsen aber auch das hatte aufgehört weil die niedrige Hallig ein paar Mal und just im Hochsommer unter Seewasser gekommen und der Gras wuchs da sich verkümmert und auch zur Schafweide unnutzbar geworden war so kam es denn dass außer von Möwen und den anderen Vögeln die am Strande fliegen und sah man vom Deiche aus nur die Nebel dünste leichter oder schwerer darüber hinziehen ein paar weiß gebleichte Knochen gerüste ertrunkener Schafe und das Gerippe eines Pferdes von dem freilich niemand begriff wie es dort hingekommen sei wollte man wenn der Mond von Osten auf die Hallig schien dort auch erkennen können es war zu Ende März als an dieser Stelle nach Feierabend der Tagelöhner aus synthetisch Haischen Hause und Even Johns der Knecht des jungen Deichgrafen nebeneinander standen und unbeweglich der im trüben Mondlust kaum erkennbaren Hallig hinüber starrten etwas auffälliges schien sie dort so festzuhalten der Tagelöhner steckte die Hände in die Tasche und schüttelte sich komm Ivan sagte er das ist nichts Gutes lass uns nach Hause gehen der andere lachte wenn auch ein Grauen bei ihm hindurch lang Eiwas es ist eine lebige Kreatur eine große wer zum Teufel hat sie nach dem Schlickstück hinaufgejagt sieh nur nun reckt's den Hals zu uns hinüber nein es senkt den Kopf es frisst ich dachte es wäre dort nichts zu fressen was es nur sein mag was geht uns das an entgegnete der andere gute Nacht Ivan wenn du nicht mit willst ich gehe nach Haus ja ja du hast ein Weib du kommst ins warme Bett bei mir ist auch in meiner Kammer lauter Märzenluft gute Nacht denn rief der Tagelöhner zurück während er auf dem Deich nach Hause trabte der Knecht sah sich ein paar mal nach dem fortlaufenden um aber die Begier unheimliches zu schauen hielt ihn noch fest da kam eine untersetzte dunkle Gestalt auf dem Deich vom Dorf her gegen ihn heran es war der Dienstjunge des Deich Grafen was willst du Carsten rief ihm der Knecht entgegen ich nichts sagte die Junge aber unser Wirt will dich sprechen Ivan Johns der Knecht hatte die Augen schon wieder nach der Hallig gleich ich komme gleich sagte er wonach guckst du denn so frug der Junge der Knecht hob den Arm und wies stumm nach der Hallig oha flüsterte der Junge da geht ein Pferd ein Schimmel das muss der Teufel reiten wie kommt ein Pferd nach jeweils Hallig weiß nicht Carsten wenn es nur ein richtiges Pferd ist ja ja Ivan sieh nur es frisst ganz wie ein Pferd aber wer hat es dahin gebracht wir haben im Dorf so große Böte gar nicht vielleicht auch ist es nur ein Schaf Peter oben sagt im Mondschein wird aus zehn Torf ringeln ein ganzes Dorf nein sieh nun springt es es muss doch ein Pferd sein beide standen eine Weile schweigend die Augen nur nach dem gerichtet was sie drüben undeutlich vor sich sahen der Mond stand hoch am Himmel und beschien das weite Wattenmeer das eben in der steigenden Flut seine Wasser über die glitzernden Schlickflächen zu spülen begann nur das leise Geräusch des Wassers keine Tierstimme war in der ungeheuren Weite hier zu hören auch in der Marsch hinter dem Deiche war es leer Kühe und Rinder waren alle noch in den Stellen nichts regte sich nur was sie für ein Pferd einen Schimmel hielten schien dort auf jeweils hallig noch beweglich es wird heller unterbrach der Knecht die die weißen Schafgerippe schimmer ich auch sagte der Junge und reckte den Hals dann aber als komme es ihm plötzlich zupfte er den Knecht am Ärmel Ivan raunte er das Pferds Gerippe das sonst dabei lag wo ist es ich kann es nicht sehen ich sehe es auch nicht seltsam sagte der Knecht nicht so seltsam Ivan mit unter ich weiß nicht in welchen Nächten sollen die Knochen sich erheben und tun als ob sie lebig wären so machte der Knecht das ja halt weiberglaube kann sein Ivan meinte der Junge aber ich meine du sollst mich holen komm wir müssen nach Haus es bleibt hier immer doch dasselbe der Junge war nicht vorzubringen bis der Knecht ihn mit Gewalt herumgedreht und auf den Weg gebracht hatte hör Carsten sagte im Rücken lag du giltst ja für einen allerwelts bengel ich glaub du möchtest das am liebsten selber untersuchen ja entgegnete Carsten nachträglich noch ein wenig schaudernd ja das möchte ich Ivan ist das dein ernst dann sagte der Knecht nachdem der Junge ihn nachdrücklich darauf die Hand geboten hatte lösen wir morgen Abend unser Boot du fährst nach Jeversand ich bleib so lange auf dem Deiche stehen ja erwiderte der Junge das geht ich nehme meine Peitsche mit tu das schweigend kamen sie an das Haus ihrer Herrschaft zu dem sie langsam die hohe Werft hinanstiegen um dieselbe Zeit des folgenden Abends saß der Knecht auf dem großen Steine vor der Stalltür als der Junge mit seiner Peitsche knallend zu ihm kam das pfeift ja wunderlich sagte jener freilich nimm dich in acht entgegnete der Junge ich hab auch Nägel in die Schnur geflochten so komm sagte der andere der Mond stand wie gestern am Osthimmel und schien klar aus seiner Höhe bald waren beide wieder draußen auf dem Deich und sahen hinüber nach Jevers Hallig wie wie ein Nebelfleck im Wasser stand da geht es wieder sagte der Knecht nach Mittag war ich hier da war es nicht da aber ich sah deutlich das weiße Pferd gerippe liegen der Junge reckte den Hals das ist jetzt nicht da Ivan flüsterte er nun Carsten wie ist es sagte der Knecht juckt es dich noch hinüber zu fahren Carsten besann sich einen Augenblick dann klatschte er mit seiner Peitsche in die Luft mach nur das Boot los Ivan drüben aber war es als Hebel was dorten ging den Hals und Recke gegen das Festland hin den Kopf sie sahen es nicht mehr sie gingen schon den Deich hinab und bis zu der Stelle wo das Boot gelegen war Nun steig nur ein sagte der Knecht nachdem er es losgebunden hatte ich bleib bis du zurück bist zu Osten musst du anlegen da hat man immer landen können und der Junge nickte schweigend und fuhr mit seiner Peitsche in die Mondnacht hinaus der Knecht wanderte unterm Deich zurück und bestieg ihn wieder an der Stelle wo sie vorhin gestanden hatten bald sah er wie drüben bei einer schroffen dunklen Stelle an die ein breiter Priel hinan führte das Boot sich beilegte und eine untersetzte Gestalt daraus ans Land sprang war es nicht als klatsche der Junge mit seiner Peitsche aber es konnte auch das Geräusch der steigenden Flut sein mehrere hundert Schritte nordwärts sah er was sie für einen Schimmel angesehen hatten und jetzt ja die Gestalt des Jungen kam gerade darauf zugegangen nun hob es den Kopf als ob es stutze und der Junge es war deutlich jetzt zu hören klatschte mit der Peitsche aber was fiel ihm ein er kehrte um er ging den Weg zurück den er gekommen war das drüben schien unablässig fortzuweiden kein Viren war von dort zu hören gewesen wie weiße Wasserstreifen schien es mitunter über die Erscheinung hinzuziehen der Knecht sah wie gebannt hinüber da hörte er das Anlegen des Bootes am diesseitigen Ufer und bald sah er aus der Dämmerung den Jungen gegen sich am Deich herauf steigen nun Karsten frug er was war es der Junge schüttelte den Kopf nichts war es sagte er noch kurz vorm Boot aus hatte ich es gesehen dann aber als ich auf der Hallig war weiß der Henker wo sich das Tier verkrochen hatte der Mond schien doch hell genug aber als ich an die Stelle kam war nichts da als die bleichen Knochen von einem halben Dutzend Schafen und etwas weiter lag auch das Pferds Gerippe mit seinem weißen langen Schädel und ließ den Mond in seine leeren Augen Höhlen scheinen hmm meinte der Knecht hast du auch recht zugesehen ja Ivan ich stand dabei ein gottvergessener Kiewit der hinter dem Gerippe sich zur Nachtruhe hingeduckt hatte flog schreiend auf dass ich erschrak und ein paar mal mit der Peitsche hinten nachklatschte und das war alles ja Ivan ich weiß nicht mehr es ist auch genug sagte der Knecht zog den Jungen am Arm zu sich heran und wies hinüber nach der Hallig dort siehst du etwas Carsten wahrhaftig da geht's ja wieder wieder sagte der Knecht ich habe die ganze Zeit hinüber geschaut aber es ist gar nicht fort gewesen du gingst ja gerade auf das Unwesen los der Junge starrte ihn an ein Entsetzen lag plötzlich auf seinem sonst so kecken Angesicht das auch dem Knechte nicht entging komm sagte dieser wir wollen nach Haus von hier aus geht's wie lebe ich und drüben liegen nur die Knochen das ist mehr als du und ich begreifen können schweig aber still davon man darf dergleichen nicht verreden so wandten sie sich und der Junge trabte neben ihm sie sprachen nicht und die Marsch lag in lautlosem Schweigen an ihrer Seite nachdem aber der Mond zurück gegangen und die Nächte dunkel geworden war geschah ein anderes Hauke Hain war zur Zeit des Pferdemarktes in die Stadt geritten ohne jedoch mit diesem dort zu tun zu haben gleichwohl da er gegen Abend heinkam brachte er ein zweites Pferd mit sich nach Hause aber es war rauhaarig und mager dass man jede Rippe zählen konnte und die Augen lagen ihm matt und eingefallen in den Schädel Höhlen Elke war vor die Haustür getreten um ihre Eheliebsten zu empfangen hilf Himmel rief sie was soll uns der alte Schimmel denn da Hauke mit ihm vor das Haus geritten kam und unter der Esche hielt hatte sie gesehen dass die arme Kreatur auch lahme der junge Deichgraf aber sprang lachend von seinem braunen Waller lass nur Elke es kostet auch nicht viel die kluge Frau erwiderte du weißt doch das wohlfeilste ist auch meist das teuerste aber nicht immer Elke das Tier ist höchstens vier Jahre alt sie ist dir nur genauer an es ist verhungert und misshandelt das soll ihm unser Hafer gut tun ich werde es selbst versorgen damit sie mir es nicht überfüttern das Tier stand indessen mit gesenktem Kopf die Mähnen hingen lang am Hals herunter Frau Elke während ihr Mann nach den Knechten rief ging betrachtend um dasselbe herum aber sie schüttelte als jetzt der Dienstjunge um die Hausecke kam blieb er plötzlich mit erschrockenen Augen stehen nun Carsten rief der Deichgraf was fährt dir in die Knochen gefällt dir mein Schimmel nicht ja oh ja uns wert warum denn nicht so bring die Tiere in den Stall gib ihnen kein Futter ich komme gleich selber hin der Junge fasste mit Vorsicht den Halfter des Schimmels und griff dann hastig wie zum Schutze nach dem Zügel des ihm ebenfalls vertrauten Wallers Hauke aber ging mit seinem Weibe in das Zimmer ein Warmbier hatte sie für ihn bereit und Brot und Butter waren auch zur Stelle er war bald gesättigt dann stand er auf und ging mit seiner Frau im Zimmer auf und ab lass dir erzählen Elke sagte er während der Abendschein auf den Kacheln an den Wänden spielte wie ich zu dem Tier gekommen bin ich war wohl eine Stunde beim Oberdeich Grafen gewesen er hatte gute Kunde für mich es wird wohl dies und jenes anders werden als in meinen Rissen aber die Hauptsache mein Profil ist akzeptiert und schon in den nächsten Tagen kann der Befehl zum neuen Deich Bau da sein Elke seufzte unwillkürlich also doch sagte sie sorgenvoll ja Frau entgegnete Hauke hart wird's hergehen aber dazu denke ich hat der Herrgott uns zusammengebracht unsere Wirtschaft ist jetzt so in Ordnung ein Großteil kannst du schon auf deine Schulter nehmen denk nur um zehn Jahre weiter dann stehen wir vor einem anderen Besitz sie hatte bei seinen ersten Worten die Hand ihres Mannes versichernd in die ihrigen gepresst seine letzten Worte konnten sie nicht erfreuen für wen soll der Besitz sagt sie du müsstest denn ein anderer Weib nehmen ich bring dir keine Kinder Tränen schossen ihr in die Augen aber er zog sie fest in seine Arme das überlassen wir dem Herrgott sagte er jetzt aber und auch dann noch sind wir jung genug um uns der Früchte unserer Arbeit selbst während er sie hielt aus ihren dunklen Augen an verzeih Hauke sprach sie ich bin mitunter ein verzagt Weib er neigte sich zu ihrem Antlitz und küsste sie du bist mein Weib und ich bin dein Mann Elke und anders wird es nun nicht mehr da legte sie die Arme fest um seinen Nacken du hast recht Hauke und was kommt für uns beide dann löste sie sich errötend von ihm du wolltest von dem Schimmel mir erzählen sagte sie leise das wollte ich Elke ich sagte dir schon mir war Kopf und Herz voll Freude über die gute Nachricht die der Oberdeich Graf mir gegeben hatte so ritt ich eben wieder aus der Stadt hinaus da auf dem Damm hinter dem Hafen begegnet mir ein ruppiger Kerl ich wusste nicht war es ein Vagabund ein Kesselflicker oder was denn sonst der Kerl zog den Schimmel am Halfter hinter sich das Tier aber hob den Kopf und sah mich aus blöden Augen an mir war es als ob es mich um etwas bitten wolle ich war ja auch in diesem Augenblicke reich genug hey Landsmann rief ich wo wollt ihr mit der Kracke hin der Kerl blieb stehen und der Schimmel auch verkaufen sagte jener und nickte mir listig zu nur nicht an mich rief ich lustig ich denke doch sagte er das ist ein wacker pferd und unter 100 taler nicht bezahlt ich lachte ihm ins Gesicht nun sagte er lacht nicht so hart ihr sollt mir ja nicht zahlen aber ich kann es nicht brauchen bei mir verkommt es würde bei euch bald da sprang ich von meinem wallach und sah dem schimmel ins maul und sah wohl es war noch ein junges tier was soll es denn kosten rief ich da auch das pferd mich wiederum wie bittend ansah her nehmt's für 30 taler sagte der kerl und den halfter gebe ich euch da rein und da frau habe ich dem burschen in die dargebotene braune hand die schimmel und ich denk auch wohlfeil genug wunderlich nur war es als ich mit den pferden wegritt hörte ich bald hinter mir ein lachen und als den kopf wandte sah ich den slowaken der stand noch sperrbeinig die arme auf dem rücken und lachte wie ein teufel hinter mir dreien pfui rief elke wenn der schimmel nur nichts von seinem alten herrn mit zu dir bringt möge er dir gedeihen hauke er selber soll es wenigstens soweit ich leisten kann und der deich graf ging in den stall wie er vorhin dem jungen es gesagt hatte aber nicht allein an jenem abend fütterte er den schimmel er tat es fortan immer selbst und ließ kein auge von dem tiere er wollte zeigen dass er einen priesterhandel gemacht habe jedenfalls sollte nichts versehen werden und schon nach wenig wochen hob sich die haltung des tieres allmählich verschwanden die rauen haare ein blankes blau geapfeltes fell kam zum vorschein und da er es eines tages auf der hofstatt umher führte schritt es schlank auf seinen festen beinen hauke dachte des abenteuerlichen verkäufers der kerl war ein Narr oder ein Schuff der es bald auch wenn das pferd im stall nur seine schritte hörte warf es den kopf herum und wirrte ihm entgegen nun sah er auch es hatte was die arabe verlangen ein fleischloses angesicht daraus blitzten ein paar feurige braune augen dann führte er es aus dem stall und legte ihm einen leichten sattel auf aber kaum saß er droben so fuhr dem Tier ein wie davon die werfte hinauf auf den Weg und dann dem Deiche zu doch der Reiter saß fest und als sie oben waren ging es ruhiger leicht wie tanzend und warf den Kopf dem Meere zu er klopfte und streichelte ihm den blanken Hals aber es bedurfte dieser Liebkosung schon nicht mehr das Pferd schien völlig eins mit seinem Reiter und nachdem er eine Strecke Die Knechte standen unten an der Auffahrt und warteten der Rückkunft ihres Wirtes So John rief dieser indem er von seinem Pferde sprang Nun reite du es in die Pfände zu den anderen Es trägt dich wie in einer Wiege Der Schimmel schüttelte den Kopf und wierte laut in die sonnige Marschlandschaft hinaus während ihm der Knecht den Sattel abschnallte und der Junge damit zur Geschirrkammer lief Dann legte er den Kopf auf seines Herren Schulter und duldete behaglich dessen Liebkosung Als aber der Knecht sich jetzt auf seinen Rücken schwingen wollte sprang er mit einem jähen Satz zur Seite und stand dann wieder unbeweglich die schönen Augen auf seinen Herrn gerichtet Hoho Yvon rief dieser hatte dir Leits angetan und suchte seinem Er rieb sich eifrig an der Hüfte Nein Herr es geht noch aber den Schimmel reiht der Teufel Und ich setzte Hauke lachend hinzu so bring ihm am Zügel in die Fenne und als der Knecht etwas beschämt gehorchte ließ sich der Schimmel ruhig von ihm führen Einige Abende später standen Knecht und Junge miteinander vor der Stalltür hinterm Deiche war das Abendrot erloschen Innerhalb desselben war schon der Kok von tiefer Dämmerung über Wald Nur selten kam aus der Ferne das Gebrüll eines aufgestörten Rindes oder der Schrei einer Lerche deren Leben unter dem Überfall eines Wiesels oder einer Wasserratte endete Der Knecht lehnte gegen den Türpfosten und rauchte aus einer kurzen Pfeife deren Rauch er schon nicht mehr sehen konnte Gesprochen drückte etwas auf die Seele er wusste nur nicht wie er dem schweigsamen Knecht da ankommen sollte Du Ivan sagte er endlich Weißt du das Pferds geripp auf Jevers Sand Was ist damit frug der Knecht Ja Ivan was ist damit Es ist gar nicht mehr da Weder Tages noch beim Mondschein Wohl zwanzig Mal bin ich und rauchte ruhig weiter Aber ich war auch beim Mondschein draußen Es geht ja auch drüben nichts auf Jeversand Ja sagte der Knecht Sind die Knochen auseinander gefallen So wird's wohl nicht mehr aufstehen können Mach keinen Spaß Ivan Ich weiß jetzt Ich kann dir sagen wo es ist Der Knecht drehte sich jäh zu ihm Nun wo ist es denn Wo wiederholte der Junge nachdrücklich Es steht in unserem Stall Da steht seit es nicht mehr auf der Hallig ist Es ist auch nicht umsonst dass der Wirt es allzeit selber füttert Ich weiß Bescheid Ivan Der Knecht pafte eine Weile heftig in die Nacht hinaus Du bist nicht klug Carsten sagte er dann Unser Schimmel Wenn je ein Pferd ein Lebix war so ist es der Wie kann so solchem Altweiberglauben sitzen Aber der Junge war nicht zu bekehren Wenn der Teufel in dem Schimmel steckte Warum sollte er nicht lebendig sein Im Gegenteil um desto schlimmer Er fuhr jedes Mal erschreckt zusammen wenn er gegen Abend den Stall betrat in dem auch Sommers das Tier mit unter eingestellt wurde und es dann den feurigen Kopf so je nach ihm herum warf Hol's Teufel brummte er dann Wir bleiben auch nicht lange mehr zusammen So tat er sich denn heimlich nach einem neuen Dienst um kündigte und trat um alle Heiligen als Knecht bei Ole Peters ein Hier fand er andächtige Zuhörer für seine Geschichten von dem Teufels Pferd des Deichgrafen Die dicke Frau Folina und deren geistesstumpfer Vater der frühere Deich Gevollmächtigte Jesharders hörten in behaglichem Gruseln zu und erzählten sie später allen die gegen den Deichgrafen einen Groll im Herzen oder die an der Art Dingen ihr gefallen hatten Ende von Teil 4 Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox Der Schimmelreiter von Theodor Sturm Teil 5 Gelesen von Felix für LibriVox Inzwischen war schon Ende März durch die Oberdeich Grafschaft der Befehl zur neuen Einreichung getroffen Hauke berief zunächst die Deich Gevollmächtigten zusammen und im Kruge oben bei der Kirche waren eines Tages alle erschienen und hörten zu wie er ihnen die Hauptpunkte aus den bisher erwachsenen Schriftstücken vorlas aus seinem Antrage aus dem Bericht des Oberdeich Grafen zuletzt den schließlichen Bescheid worin von ihm vorgeschlagenen Profiles enthalten war und der neue Deich nicht steil wie früher sondern allmählich verlaufend nach der Seeseite abfallen sollte aber mit heiteren oder auch nur zufriedenen Gesichtern hörten sie nicht ja ja sagt ein alter Gevollmächtigter da haben wir nun die Bescherung und Proteste werden nicht helfen da der Oberdeich Graf unserem Deichgrafen den Daumen hält hast wohl recht Detlef setzte ein zweiter Teigingsarbeit steht vor der Tür und nun soll auch noch ein millionen langer Deich gemacht werden da muss ja alles liegen bleiben das könnt ihr dieses Jahr noch zu Ende bringen sagte Hauke so rasch wird der Stecken nicht vom Zaun gebrochen das wollten wenige zugeben aber dein Profil sprach ein dritter was Neues auf die Bahn bringt der Deich wird ja auch an der Außenseite nach dem Wasser so breit wie Lorenz sein Kind nicht lang war wo soll das Material her kommen wann soll die Arbeit fertig werden wenn nicht in diesem so im nächsten Jahre das wird am meisten von uns selber abhängen sagte Hauke ein ärgerliches Lachen ging durch die Gesellschaft aber wozu die unnütze Arbeit der Deich soll ja nicht höher werden als der alte rief eine neue Stimme und ich mein der steht schon über 30 Jahre da sagt ihr recht sprach Hauke vor 30 Jahren ist der alte Deich gebrochen dann rückwärts vor 35 und wiederum vor 45 Jahren seitdem aber obgleich er noch immer steil und unvernünftig dasteht haben die höchsten Fluten uns verschont der neue Deich aber soll trotz solcher 100 und aber 100 Jahre stehen denn er wird nicht durchbrochen werden Angriffspunkt entgegenstellt und so werdet ihr für euch und eure Kinder ein sicheres Land gewinnen und das ist es weshalb die Herrschaft und der Oberdeichgraf mir den Daumen halten das ist es auch was ihr zu eurem eigenen Vorteil einsehen solltet als die versammelten hierauf nicht sogleich zu antworten bereit waren erhob sich ein alter weißhaariger Mann mühsam von seinem Stuhle es war Frau Elkes Pate Jewe Manners der auf Haukes Bitten noch immer in seinem Gevollmächtigten Amt verblieben war Deichgraf Hauke Hain so sprach er du machst uns viel Unruhe und Kosten und ich wollte du hättest damit gewartet bis mich der Herrgott hätte zur Ruhe gehen lassen aber recht hast du das kann nur die Unvernunft bestreiten wir haben Gott mit jedem Tag zu danken dass er uns ist wohl die elfte Stunde in der wir selbst Hand anlegen können es auch nach all unserem Wissen und Können selber uns zu wahren und auf Gottes Langmut weiter nicht zu trotzen ich meine Freunde bin ein Greis ich habe Deiche bauen und brechen sehen aber den Deich den Hauke Hain nach ihm von Gott verlehen Einsicht projektiert und bei der Herrschaft für euch durchgesetzt hat den Ehrenkranz doch einstens nicht versagen können Jewe Manners setzte sich wieder er nahm sein blaues Schnupftur aus der Tasche und wischte sich ein paar Tropfen von der Stirn der Greis war noch immer als sein Mann von Tüchtigkeit und unantastbarer Rechtschaffenheit bekannt und da die Versammlung eben nicht geneigt war ihm zuzustimmen so schwieg sie weiter aber Hauke Hain nahm das Wort doch sahen alle dass er bleich geworden ich danke euch Jewe Manners sprach er dass ihr noch hier seid und dass ihr das Wort gesprochen habt ihr anderen Herren Gevollmächtigten wollet den neuen Deichbau der freilich mir zur Last fällt zumindest ansehen als ein Ding das nun nicht mehr zu ändern steht und lasst uns dem gemäß beschließen was nun Not ist sprechet sagte einer der Gevollmächtigten und Hauke breitete die Karte des neuen Deiches auf dem Tische aus es hat vorhin einer gefragt begann er woher die viele Erde nehmen ihr seht soweit das Vorland in die Watten hinaus geht ist außerhalb der Deich Linie ein Streifen Landes freigelassen daher und von dem Vorlande das nach Nord und Süd von dem neuen Erde nehmen haben wir an den Wasserseiten nur eine tüchtige Lage Klei nach innen oder in der Mitte kann auch Sand genommen werden nun aber ist zunächst ein Feldmesser zu berufen der die Linie des neuen Deiches auf dem Vorland absteckt der mir bei der Ausarbeitung des Planes behöflich gewesen wird wohl am besten dazu passen ferner werden wir zur Heranholung des Kleis oder sonstigen Materials die Anfertigung einspänniger Sturzkachen mit Gabeldeichsel bei einigen Steilmachern verdingen müssen wir werden für die Durchdämmung des Prieles und nach den Binnenseiten wo wir etwa mit Sand für lieb nehmen müssen ich kann jetzt nicht sagen wie viel 100 Futter Stroh zur Bestichung des Deiches gebrauchen vielleicht mehr als in der Marsch hier wird entbehrlich sein lasst uns denn beraten wie Westseite gegen das Wasser zu ist später einem tüchtigen Zimmermann zur Herstellung zu übergeben die Versammelten hatten sich um den Tisch gestellt betrachteten mit halbem Aug die Karte und begannen allgemacht zu sprechen doch war es als geschehe es damit nur überhaupt etwas gesprochen wurde als es sich um Zuziehung des Feldmessers handelte meinte einer der Jüngeren ihr habt es ausgesonnen Deichgraf ihr müsstet selbst am besten wissen wer dazu taugen mag aber Hauke entgegnete da ihr geschworene seid so müsstet ihr aus eigener und nicht aus meiner Meinung sprechen Jakob Meilen und wenn ihr es dann besser sagt so werde ich meinen Vorschlag fallen lassen nun ja es wird schon recht sein sagte Jakob Meilen aber einem der älteren war es doch nicht völlig recht er hatte einen Bruders Sohn so einer im Feldmessen sollte hier in der Marsch noch nicht gewesen sein der sollte noch über des Deichgrafen Vater den seligen Tede heien gehen so wurde denn über die beiden Feldmesser verhandelt und endlich beschlossen ihnen gemeinschaftlich das Werk zu übertragen ähnlich ging es bei den Sturzkachen bei der Strohlieferung und allem anderen und Hauke kam spät und fast erschöpft auf seinem Wallach den er noch derzeit ritt zu Hause an aber als er in dem alten Lehnstuhl saß der noch von seinem gewichtigen aber leichter lebenden Vorgänger stammte war auch sein Weib ihm schon zur Seite du siehst müd aus Hauke sprach sie und strich mit ihrer schmalen Hand das Haar ihm von der Stirn ein wenig wohl erwiderte er und geht es denn es geht schon sagte er mit bitterem lächeln aber ich selber muss nein Elke dein Pate Jewe Manners ist dein guter Mann ich wollte er wäre um 30 Jahre jünger als nach einigen Wochen die Deichlinie abgesteckt und der größte Teil der Sturzkarren geliefert war waren sämtliche Anteils Besitzer des einzudeichenden Koges in gleichen die Besitzer der hinter dem alten Deich gelegenen Ländereien durch den Deichgrafen im Kirchspielskog versammelt wurden es galt ihnen einen Plan über die Verteilung der Arbeit und Kosten vorzulegen und ihre etwaigen Einwendungen vorzunehmen denn auch die letzteren hatten sofern der neue Deich und die Siele die Unterhaltungskosten der älteren Werke verminderte ihren Teil zu schaffen und zu tragen dieser Plan war für Hauke ein Schwerstück Arbeit gewesen und wenn ihm durch die Vermittlung des Oberdeichgrafen neben einem Deichboten nicht auch noch ein Deichschreiber wäre zugeordnet worden er würde es sobald nicht fertig gebracht haben obwohl auch jetzt wieder an jedem Tage in die Nacht hinein gearbeitet war wenn er dann todmüde sein Lager suchte so hatte nicht wie vor dem sein Weib in nur verstelltem Schlafe seiner gewartet auch sie hatte so voll gemessen ihre tägliche Arbeit dass sie nachts wie am Grunde eines tiefen Brunnens in unstörbarem Schlafe lag als Hauke jetzt seinen Plan verlesen und die Papiere die freilich schon drei Tage hier im Kruge zur Einsicht ausgelegen hatten wieder auf den Tisch bereitete waren zwar ernste Männer zugegen die mit Eherbietung diesen gewissenhaften Fleiß betrachteten und sich nach ruhiger Überlegung den billigen Ansätzen ihres Deichgrafen unterwarfen Andere aber deren Anteile an dem neuen Lande von ihnen selbst oder ihren Vätern oder sonstigen Vorbesitzern waren veräußert worden beschwerten sich dass sie zu den Kosten des neuen Koges hingezogen seien dessen Land sie nichts mehr angehe uneingedenk dass durch die neuen Arbeiten auch ihre alten Eländereien nach und nach entbürdet würden und wieder andere die mit Anteilen in dem neuen Kog gesegnet waren schrien man möge ihnen doch dieselben abnehmen sie sollten um ein geringes Pfeil sein denn wegen der unbilligen Leistungen die ihnen dafür aufgebürdet würden könnten sie nicht damit bestehen Ole Peters aber der mit grimmigem Gesicht am Türpfosten lehnte rief dazwischen besinnt euch erst und dann vertrauet unserem Deichgrafen der versteht zu rechnen er hatte schon die meisten Anteile da wusste er auch mir die meinen abzuhandeln und als er sie hatte beschloss er diesen neuen Koch zu deichen es war nach diesen Worten einen Augenblick totenstill in der Versammlung der Deichgraaf stand an dem Tisch auf dem er zuvor seine Papiere gebreitet hatte er hob seinen Kopf und sah nach Ole Peters hinüber du weißt wohl Ole Peters sprach er dass du mich verleumdest du tust es dennoch weil du überdies auch weißt dass doch ein gut Teil des Schmutzes womit du mich bewirfst an mir wird hängen bleiben die Wahrheit ist dass du deine Anteile los sein wolltest und dass ich ihrer derzeit für meine Schafzucht bedurfte und willst du weiteres wissen das ungewaschene Wort das dir im Krug vom Munde gefahren ich sei nur Deichgraaf meines weibeswegen das hat mich aufgerüttelt und ich hab euch zeigen wollen dass ich wohl um meiner selbst willen Deichgraaf sein könne und somit ole peters hab ich getan was schon der Deichgraaf vor mir hätte tun sollen trägst du mir aber Groll dass derzeit deine Anteile die meinen geworden sind du hörst es ja es sind genug die jetzt die ihrigen um ein billiges fall bieten nur weil ihnen die Arbeit jetzt zu viel ist von einem kleinen teil der versammelten männer ging ein beifallsmummeln aus und der alte jewe manners der zwischenstand rief laut bravo hauke hein unser herrgott wird dir dein werk gelingen lassen aber man kam doch nicht zu ende ob gleich ole peters schwieg und die leute erst zum abend brot auseinander gingen erst in einer zweiten versammlung wurde alles geordnet aber auch nur nach dem hauke statt der ihm zukommenden drei gespanne für den nächsten monat der vier auf sich genommen hatte endlich als schon die pfingstglocken durch das land läuteten hatte die arbeit begonnen unablässig fuhren die sturzkarren von dem vorlande an die deich linie um den gehobelten kleidort abzustürzen und gleicherweise war dieselbe anzahl schon wieder auf der rückfahrt um auf dem vorland neuen aufzuladen an der deich linie selber standen männer mit schaufeln und spaten um das abgeworfen an seinen platz zu bringen und zu ebnen ungeheure fuder stroh wurden angefahren und abgeladen nicht nur zur bedeckung des leichteren materials wie sand und lose erde dessen man an den binnenseiten sich bediente wurde das stroh benutzt allmählich wurden einzelne strecken des deiches fertig und die grassoden womit man sie belegt hatte wurden stellenweise zum schutz gegen die nagenden wellen mit fester stroh bestickung überzogen bestellte aufseher gingen hin und her und wenn es stürmte standen sie mit aufgerissenen mäulern und schrien ihre befehle durch wind und wetter dazwischen ritt der deichgraf auf seinem schimmel den er jetzt ausschließlich in gebrauch hatte und das tier flog mit dem reiter hin und wieder wenn er rasch und trocken seine anordnung machte wenn er die arbeiter lobte oder wie es wohl geschah einen faulen oder ungeschickten ohne erbarmen aus der arbeit wies das hilft nicht rief er dann um deine faulheit darf uns der deich nicht verderben schon von hände fassten fester in die arbeit frisch zu de schimmelreiter komm war es um die frühstücks zeit wo die arbeiter mit ihrem morgenbrot haufen weiß beisammen auf der erde lagen dann ritt hauke an den verlassenen werken entlang und seine augen waren scharf wo liederliche hände den spaten geführt hatten wenn er aber zu den leuten ritt und ihnen auseinander setzte wie die arbeit müsse beschafft werden sahen sie wohl zu ihm auf und kauten geduldig an ihrem Brote weiter aber eine zustimmung oder auch nur eine äußerung hörte er nicht von ihnen einmal zu solcher tageszeit es war schon spät da er in einer deichstelle die arbeit in besonderer ordnung gefunden hatte ritt er zu dem nächsten haufen der frühstücken sprang von seinem schimmel und frug heiter wer dort so sauberes tagewerk verrichtet hätte aber sie sahen ihn nur scheu und düster an und nur langsam und wie widerwillig wurden ein paar namen genannt der mensch dem er sein pferd gegeben hatte das ruhig wie ein lamm stand hielt es mit beiden händen und blickte wie angstvoll nach den schönen Augen des Tieres wie gewöhnlich auf seinen Herrn gerichtet hielt nun Martin rief Hauke was stehst du als ob dir Donner in die Beine gefahren sei Herr euer Pferd es ist so ruhig als ob es böses vorhabe Hauke lachte und nahm das Pferd selbst am Zügel das sogleich liebkosen den Kopf an seiner Schulter rieb von den Arbeitern sahen einige scheut zu Ross und Reiter hinüber andere als ob das alles sie nicht kümmere aßen schweigend ihre Frühkost dann und wann den Möwen einen Brocken hinaufferfend die sich den Futterplatz gemerkt hatten und mit ihren schlanken Flügeln sich fast auf ihre Köpfe senkten der Deichgraf blickte eine Weile wie gedankenlos auf die bettelnden Vögel und wie sie die zugeworfenen Bissen mit ihren Schnäbeln haschten dann sprang er in den Sattel und ritt ohne Was ist das sprach er bei sich selber hatte denn Elke recht dass sie alle gegen mich sind auch diese Knechte und kleinen Leute von denen vielen durch meinen neuen Deich doch eine Wohlhabenheit ins Haus wächst er gab seinem Pferde die Sporen dass es wie toll in den Kok hinab flog von dem unheimlichen Glanze freilich mit dem sein früherer Dienstjunge den Schimmelreiter bekleidet sehen sollen wie aus seinem hageren Gesicht die Augen starrten wie sein Mantel flog und wie der Schimmel sprühte so war der Sommer und der Herbst vergangen noch bis gegen Ende November war gearbeitet worden dann geboten Frost und Schnee dem Werke Halt man war nicht fertig geworden und beschloss den Kok offen liegen zu lassen acht Fuß ragte der Deich aus der Fläche hervor nur wo westwärts gegen das Wasser hin die Schleuse gelegt werden sollte hatte man eine Lücke gelassen auch oben vor dem alten Deiche war der Priel noch unberührt so konnte die Flut wie in den letzten 30 Jahren in den Kok hineindringen ohne dort oder an dem neuen Deiche großen Schaden anzurichten und so überließ man dem großen Gott das Werk der Menschenhände und stellte es in seinen inzwischen hatte im Hause des Deichgrafen sich ein frohes Ereignis vorbereitet im neunten Ehejahre war doch noch ein Kind geboren worden es war rot und hutzelig und wog seine sieben Pfund wie es für neugeborene Kinder sich gebührt wenn sie wie dies dem weiblichen Geschlechter angehören nur sein Geschrei war wunderlich verhohlen und hatte der Wehmutter nicht gefallen wollen das schlimmste war am dritten tage lag Elke im Kindbett fieber redete irrsahl und kannte weder ihren Mann noch ihre alte helferin die unbändige freude die Hauke beim Anblick seines Kindes ergriffen hatte war zu trübsal geworden der Arzt aus der Stadt war geholt er saß am Bett und fühlte den Puls und verschrieb und sah ratlos um sich her Hauke schüttelte den Kopf der hilft nicht nur Gott kann helfen er hatte sich sein eigen christentum zurecht gerechnet aber es war etwas das sein gebet zurück hielt als der alte doktor davongefahren war stand er am fenster in den winterlichen tag hinaus starrend und während die kranke aus ihren fantasien aufschrie schränkte er die hände zusammen er wusste selber nicht war es aus Andacht oder nicht selbst zu verlieren Wasser Wasser wimmerte die kranke halt mich schrie sie halt mich hauke dann sank die stimme es klang als ob sie weine hin seh es haf hinaus o lieber gott ich seh ihn immer wieder da wandte er sich und schob die wärterin von ihrem Bette er fiel auf seine Knie umfasste sein Weib und riss sie an sich Elke Elke so kenn mich doch ich bin ja bei dir aber sie öffnete nur die fieberglühenden Augen weit und sah wie rettungslos verloren um sich er legte sie zurück auf ihre Kissen dann krampfte die Hände ineinander Herr mein Gott schrie er nimm sie mir nicht du weißt ich kann sie nicht entbehren dann war's als ob er sich besinne und leiser setzte hinzu ich weiß ja wohl du kannst nicht alle Zeit wie du willst auch du nicht du bist allweise du musst nach deiner Weisheit tun oh Herr sprich nur durch einen Hauch zu mir es war als ob plötzlich eine Stille eingetreten sei er hörte nur ein leises Atmen als er sich zum Bette kehrte lag sein Weib in ruhigem Schlaf nur die Wärterin sah mit entsetzten Augen auf ihn er hörte die Tür gehen wer war das frug er Herr die Magd an Geräte ging hinaus sie hatte den Warmkorb hineingebracht was sieht sie mich denn so verfahren an Frau Lefke ich ich hab mich ob eurem Gebet erschrocken damit betet ihr keinen vom Tode los Hauke sah sie mit seinen besucht sie denn auch wie unsere Angrete die Konventikel bei dem holländischen Flickschneider Jantje ja Herr wir haben beide den lebendigen glauben Hauke antwortete ihr nicht das damals stark im Schwange gehende separatistische Konventikel Wesen hatte auch unter den Friesen seine Blüten getrieben heruntergekommene Handwerker oder wegen Trunkes abgesetzte Schulmeister spielten darin die Hauptrolle und Dirn junge und alte Weiber Faulenzer und einsame Menschen liefen eifrig in die heimlichen Versammlungen in denen jeder den Priester spielen konnte aus des Deichgrafenhauses brachten Angrete und der in sie verliebte Dienstjunge ihre freien Abende dort zu freilich hatte Elke ihre Bedenken darüber gegen Hauke nicht zurückgehalten aber er hatte gemeint in Glaubenssachen solle man keinem drein reden das schade niemandem und besser dort doch als im Schnaps Krug so war es dabei geblieben und so hatte er auch jetzt geschwiegen aber freilich über ihn schwieg man nicht seine Gebetsworte liefen um von Haus zu Haus er hatte Gottes Allmacht bestritten was war ein Gott denn ohne Allmacht er war ein Gottes Leugner die Sache mit dem Teufels Pferde mochte am Ende richtig sein Hauke erfuhr nichts davon er hatte in diesen Tagen nur Ohren selbst das Kind war für ihn nicht mehr auf der Welt der alte Arzt kam wieder kam jeden Tag mitunter zweimal blieb dann eine ganze Nacht schrieb wieder ein Rezept und der Knecht Ivan Jones ritt damit im Flug zur Apotheke dann aber wurde sein Gesicht freundlicher er nickte dem Deichgrafen vertraulich zu es geht es geht mit Gottes Hilfe und eines Tags hatte nun seine Kunst die Krankheit besiegt oder hatte auf Haukes Gebet der liebe Gott doch noch einen Ausweg finden können als der Doktor mit der Kranken allein war sprach er zu ihr und seine alten Augen lachten Frau jetzt kann ich's getrost euch sagen heute hat der Doktor seinen Festtag es stand schlimm um euch aber nun gehöret ihr wieder zu uns zu den lebendigen da brach es wie ein Strahlenmeer aus ihren dunklen Augen Hauke Hauke wo bist du rief sie und als er auf den hellen Ruf ins Zimmer und an ihr Bett stürzte schlug sie die Arme um seinen Nacken Hauke mein Mann gerettet ich bleibe bei dir da zog der alte Doktor sein Seidenschnupftuch aus der Tasche fuhr sich damit über Stirn und Wangen und ging kopfnickend aus dem Zimmer am dritten Abend nach diesem Tage sprach ein frommer Redner es war ein vom Deichgrafen aus der Arbeit gejagter Pantoffelmacher im Konventikel bei dem holländischen Schneider da er seinen Zuhörern die Eigenschaften Gottes auseinandersetzte wer aber Gottes Allmacht widerstreitet wer da sagt ich weiß du kannst nicht was du willst wir kennen den unglückseligen Hale er lastet gleich einem Stein auf der Gemeinde der ist von Gott gefallen und suchet den Feind Gottes den Freund der Sünde zu seinem Tröster denn nach irgendeinem Stabe muss die Hand des Menschen greifen ihr aber hütet euch vor dem der also betet sein Gebet ist Fluch auch das lief um von Haus zu Haus was läuft nicht um in einer kleinen Gemeinde und auch zu Haukes Ohren kam es er sprach kein Wort darüber nicht einmal zu seinem Weibe nur mitunter konnte er sie heftig umfassen und an sich ziehen bleib mir treu Elke bleib mir treu dann sahen ihre Augen voll staunt zu ihm auf dir treu wem sollte ich denn anders treu sein nach einer kurzen Weile aber hatte sie sein Wort verstanden ja Hauke wir sind uns treu nicht nur weil wir uns brauchen und dann ging jedes seinen Arbeitsweg das wäre soweit gut gewesen aber es war doch trotz aller lebendigen Arbeit eine Einsamkeit um ihn und in seinem Herzen nistete sich ein Trotz und abgeschlossenes Wesen gegen andere Menschen ein nur gegen sein Weib blieb er alle Zeit der gleiche und an der Wiege seines Kindes lag er abends und morgens auf den Knien als sei dort die Stätte seines ewigen Heils gegen Gesinde und Arbeiter aber wurde er strenger die ungeschickten und fahrlässigen die er früher durch ruhigen Tadel zurecht gewesen hatte wurden jetzt durch hartes Anfahren aufgeschreckt und Elke ging mitunter leise bessern als der Frühling nahte begannen wieder die Deich arbeiten mit einem Karjedeich wurde zum Schutz der jetzt aufzubauenden neuen Schleuse die Lücke in der westlichen Deichlinie geschlossen halbmondförmig nach innen und ebenso nach außen und gleich der Schleuse wuchs allmählich auch der Hauptdeich zu seiner immer rascher herzustellenden Höhe empor leichter wurde dem leitenden Deichgrafen seine Arbeit nicht denn anstelle des im Winter verstaubenden Jewe Manners war Ole Peters als Deich Gevollmächtigter eingetreten Hauke hatte nicht versuchen wollen es zu hindern aber anstatt der ermutigenden Worte und der dazugehörigen zutunlichen Schläge auf seine linke Schulter die er so oft von dem alten Paten seines Weibes einkassiert hatte kam ihm jetzt von dem Nachfolger ein heimliches Widerhalten und unnötige Einwände und waren mit unnötigen Gründen zu bekämpfen denn Ole gehörte zwar zu den wichtigen aber in Deichsachen nicht zu den klugen auch war von früher her der Schreiberknecht ihm immer noch im Wege der glänzendste Himmel breitete sich wieder über Meer und Marsch und der Kok wurde wieder bunt von starken Rindern deren Gebrüll von Zeit zu Zeit die weite Stille unterbrach unablässig sangen in hoher Himmelsluft die Lerchen aber man hörte es erst wenn einmal auf eines Atemzuges Länge der Gesang verstummt war kein Unwetter störte die Arbeit und die Schleuse stand schon mit ihrem ungestrichenen Balkengefüge ohne dass auch nur in einer Nacht sie eines Auch Frau Elkes Augen lachten ihrem Manne zu wenn er auf seinem Schimmel draußen von dem Deich nach Hause kam bist du doch ein braves Tier geworden sagte sie dann und klopfte den blanken Hals des Pferdes Hauke aber wenn sie das Kind am Halse hatte sprang herab und ließ das winzige Dinglein auf seinen Armen tanzen wenn dann der Schimmel seine braunen Augen auf sprach er wohl komm her sollst auch die Ehre haben und er setzte die kleine Winke denn so war sie getauft worden auf seinen Sattel und führte den Schimmel auf der Werft im Kreise herum und auch der alte Eschenbaum hatte mitunter die Ehre er setzte das Kind auf einen schwanken Ast und ließ es schaukeln die Mutter stand mit lachenden Augen in der Haustür Schauten ein wenig stumpf ins Weite und die kleinen Hände griffen nicht nach dem Stöckchen das der Vater ihr hinhiel Hauke achtete nicht darauf er wusste auch nichts von so kleinen Kindern nur Elke wenn sie das helläugige Mädchen auf dem Arm ihrer Arbeitsfrau erblickte die mit ihr zugleich das Wochenbett bestanden hatte sagte mitunter schmerzlich das meine ist doch nicht so wie deines Stina und die Frau ihren dicken Jungen den sie an der Hand hatte mit der Liebe schüttelnd rief dann wohl ja Frau die Kinder sind verschieden der da der stamm mir schon die Äpfel aus der Kammer bevor er übers zweite Jahr hinaus war und Elke strich dem dicken Buben sein Kraushaar aus den Augen und drückte dann heimlich ihr stilles Kind ans Herz als es in den Oktober hineinging stand an der Westseite die neue Schleuse schon fest in dem von beiden Seiten schließenden Hauptdeich der bis auf die Lücken bei dem Prile nun mit seinem sanften Profile rings oben nach den Wasserseiten abfiel und um 15 Fuß die ordinäre Flut überragte von seiner Nordwestecke sah man an Jevers heilig vorbei ungehindert in das Wattenmeer hinaus aber freilich auch die Winde fassten hier schärfer die Haare flogen und wer hier ausschauen wollte der musste die Mütze fest auf dem Kopf haben zu Ende November wo Sturm und Regen eingefallen waren blieb nur noch hart am alten Deich die Schlucht zu schließen auf deren Grunde an der Nordseite das Meer Wasser durch den Priel in den neuen Koch hineinschoss zu beiden Seiten standen die Wände des Deiches der Abgrund zwischen ihnen musste jetzt verschwinden ein trocken Sommer Wetter hätte die Arbeit wohl erleichtert aber auch so musste sie getan werden denn ein aufbrechender Sturm konnte das ganze Werk gefährden und Hauke setzte alles daran um jetzt den Schluss herbeizuführen der Regen strömte der Wind pfiff aber seine hagere Gestalt auf dem feurigen Schimmel tauchte bald hier bald die oben wie unten an der Nordseite des Deiches neben der Schlucht beschäftigt waren jetzt sah man ihn unten bei den Sturzkarren die schon weit her die Kleierde aus dem Vorlande holen mussten und von denen eben ein gedrängter Haufen bei dem Priele anlangte und seine Last dort abzuwerfen suchte durch das geklatscht des Regens und das Brausen des Windes klang von Zeit wies die Drängenden zurück ein Halt scholl von seinem Munde dann ruhte unten die Arbeit Stroh ein Fuderstroh hinab rief er den droben zu und von einem der oben haltenden Fuder stürzte es auf den nassen Klei hinunter unten sprangen Männer dazwischen und zerrten es auseinander und schrie nach oben sie nur nicht zu begraben und wieder kamen neue Karren und Hauke war schon wieder oben und sah von seinem Schimmel in die Schlucht hinab und wie sie dort schaufelten und stürzten dann warf er seine Augen nach dem Haf hinaus es wehte scharf und er sah wie mehr und mehr der Wassersaum am Deich hinauf klimmte und wie die Wellen sich noch höher hoben er sah auch wie die Leute trieften und kaum atmen konnten in der schweren Arbeit vor dem Winde der ihnen die Luft am Munde abschnitt und vor dem kalten Regen der sie überströmte ausgehalten Leute ausgehalten schrie er zu ihnen hinab nur einen Fuß noch höher dann ist genug für diese Flut und durch alles Getöse des Wetters hörte man das Geräusch der Arbeiter das Klatschen der hineingestürzten Kleinmassen das Rasseln der Karren und das Rauschen des von mitunter das Winseln eines kleinen gelben Hundes laut geworden der frierend und wie verloren zwischen Menschen und Fuhrwerken rumgestoßen wurde plötzlich aber scholl ein jammervoller Schrei des kleinen Tieres von unten aus der Schlucht herauf Hauke blickt hinab er hat es von oben hinunter schleudern sehen eine jähe Zornröte stieg ihm ins Gesicht halt haltet ein schrie er zu den Karren hinunter denn der nasse Klei wurde unaufhaltsam aufgeschüttet warum schrie eine raue Stimme von unten herauf doch um die elende Hundekreatur nicht halt sag ich schrie Hauke wieder bringt mir den Hund bei unserem Werke soll kein Frevel sein aber es rührte sich keine Hand nur ein paar sparten zählen Kleis flogen noch neben das schreiende Tier da gab es einem Schimmel die Sporen ausstieß und stürmte den Deich hinab und alles wich vor ihm zurück den Hund schrie er ich will den Hund eine Hand schlug sanft auf seine Schulter als wäre es die Hand des alten Jewe Manners doch als er umsah war es nur ein Freund des alten nehmt euch in acht Deich Graf raunte der ihm zu ihr habt nicht Freunde unter diesen Leuten lasst es mit dem Hunde gehen der Wind pfiff der Regen klatschte die Leute hatten die Spaten in den Grund gesteckt einige sie fortgeworfen Hauke neigte sich zu dem alten Wollt ihr meinen Schimmel halten Hake Jens frug er und als jener noch kaum den Zügel in der Hand hatte war Hauke schon in die Kluft gesprungen und hielt das kleine winselnde Tier in seinem Arm und fast im selben Augenblicke saß er auch wieder hoch im Sattel und sprengte auf den Deich zurück Seine Augen flogen über die Männer die bei den Wagen standen wer war es rief er wer hat die Kreatur hinab geworfen einen Augenblick schwieg alles denn aus dem hageren Gesicht des Deichgrafen sprühte der Zorn und sie hatten abergläubische Furcht vor ihm da trat von einem Fuhrwerk ein stiernackiger Kerl vor ihn hin ich tat es nicht Deich sagte er und biss von einer Rolle Kautabak ein Entchen ab das wer es tat hat recht getan soll euer Deich sich halten so muss was Lebiges hinein was Lebiges aus welchem Katechismus hast du das gelernt aus keinem her entgegnete der Kerl und aus seiner Kehle stieß ein freches Lachen das haben unsere Großväter schon gewusst die sich mit euch in Christentum wohl messen durften ein Kind ist besser noch wenn das nicht da ist tut wohl auch schweig du mit deinen heiden lehren schrien Hauke an es stopft besser wenn man dich hinein wirfe oh erscholl es aus einem dutzend kehlen war der laut gekommen und der Deich Graf gewahrte ringsum grimmige Gesichter und geballte Fäuste er sah wohl dass das keine Freunde waren der Gedanke an seinen Deich überfiel ihn wie ein Schrecken was sollte werden wenn jetzt alle ihre Spaten hin wirfen und als er nun den Blick nach unten richtete sah er wieder den Freund des alten Jewe Manners der ging dort zwischen den Arbeitern sprach zu dem und jenen lachte hier einem zu klopfte dort mit freundlichem Gesicht Gesicht einem auf die Schulter und einer nach dem anderen fasste wieder seinen Spaten noch einige Augenblicke und die Arbeit war wieder in vollem Gange was wollte er denn noch der Priel musste geschlossen werden und den Hund bag er sicher genug in den Falten seines Mantels mit plötzlichem Entschluss wandte er seinen Schimmel gegen den nächsten Wagen Stroh an die Kante rief er herrisch und wie mechanisch gehorchte ihm der Vorknecht bald rauschte es hinab in die Tiefe und von allen Seiten regte es aufs Neue mit allen Armen eine Stunde war noch so gearbeitet es war nach sechs Uhr und schon brach tiefe Dämmerung herein der Regen hatte aufgehört da rief Hauke die Aufseher an seinem Pferd morgen früh vier Uhr sagte er ist alles wieder auf dem Platz der Mond wird noch am Himmel sein da machen wir mit Gott den Schluss und dann noch eines rief er als sie gehen wollten kennt ihr den Hund und er nahm das zitternde Tier aus seinem Mantel sie verneinten das nur einer sagte der hat sich tagelang schon im Dorf herum gebettelt der gehört gar keinem dann ist der mein entgegnete Deichgraf vergesse nicht morgen früh vier uhr und ritt davon als er heimkam trat Angreta aus der Tür sie hatte saubere Kleidung an und es fuhr ihm durch den Kopf sie gehe jetzt zum Konventikel Schneider Halt die Schürze auf rief er ihr zu und da sie es unwillkürlich tat warf er das kleibeschmutzte Hündlein hinein bring ihn der kleinen Winke er soll ihr Spielkamerad werden aber wasch und wärme ihn zuvor so tust du auch ein gottgefällig Werk denn die Kreatur ist schier verklommen und Angrete konnte nicht lassen ihrem Wirt Gehorsam zu leisten und kam deshalb heute nicht in den Konventikel Ende von Teil 5 Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox .org Der Schimmelreiter von Theodor Sturm Teil 6 Gelesen von Felix für LibriVox .org Und am anderen Tage wurde der letzte Spatenstich am neuen Deich getan Der Wind hatte sich gelegt In anmutigem Fluge schwebten Möwen und Avosetten über Land und Wasser hin und wieder Von Jevers Hallig tönte das tausendstimmige Knorr der Rottgänse die sich noch heute an der Küste der Nordsee wohl sein ließen und aus den weißen Morgennebeln welche die weite Marsch bedeckten stieg allmählig ein goldener Herbsttag und beleuchtete das neue Werk der Menschenhände Nach einigen Wochen kamen mit dem Oberdeichgrafen die herrschaften Kommissäre Dann sprang er selber hinten nach und nahm die Zügel in die Hand. Er wollte die gescheite Frau seines Deichgrafen selber fahren. So ging es munter von der Werfte und in den Weg hinaus, den Akt zum neuen Deich hinan und auf demselben um den jungen Kog herum. Es war inmittels ein leichter Nordwestwind aufgekommen und an der Nord- und Westseite des neuen Deiches wurde die Flut hinaufgetrieben. Aber es war unverkennbar, der sanfte Abfall bedingte einen sanfteren Anschlag. Aus dem Munde der herrschaftlichen Kommissäre strömte das Lob des Deichgrafen, dass die Bedenken, welche hier und da von den Gevollmächtigten dagegen langsam vorgebracht wurden, gar bald darin erstickten. Auch das ging vorüber. Aber noch eine Genugtuung empfing der Deichgraf eines Tages, da er in stillem, selbstbewussten Sinnen auf dem neuen Deich entlang ritt. Es mochte ihm wohl die Frage kommen, weshalb der Kog, der ohne ihn nicht da wäre, in dem sein Schweiß und seine Nachtwachen steckten, nun schließlich nach einer der herrschaftlichen Prinzessinnen, der neue Karolinenkog, getauft sei. Aber es war doch so. Auf allen dahingehörigen Schriftstücken stand der Name und auf einigen sogar in roter Frakturschrift. Da, als er aufblickte, sah er zwei Arbeiter mit ihren Feldgerätschaften, der eine etwa 20 Schritte hinter dem anderen, sich entgegenkommen. So wart doch, hörte er den nachfolgenden Rufen. Der andere aber, er stand eben an einem Akt, der in den Kog hinunter führte, rief er entgegen. Ein andermal, Jens, es ist schon spät. Ich soll hier gleich schlagen. Wo denn? Nun hier, im Hauke-Heienkog. Er rief es laut, indem er den Akt hinabtrabte, als solle die ganze Marsch es hören, die darunter lag. Hauke aber war es, als höre er seinen Ruhm verkünden. Er hob sich im Sattel, gab seinem Schimmel die Sporen und sah mit festen Augen über die weite Landschaft hin, die zu seiner Linken lag. Hauke-Heienkog, wiederholte er leis. Das klang, als könnte es alle Zeit nicht anders heißen. Mochten sie trotzen, wie sie wollten, um seinen Namen war doch nicht herumzukommen. Der Prinzessinnen-Name würde er nicht bald nur noch in alten Schriften modern? Der Schimmel ging in stolzem Galopp. Vor seinen Ohren aber summte es. Hauke-Heienkog, Hauke-Heienkog. In seinen Gedanken wuchs fast der neue Deich zu einem achten Weltwunder. In ganz Friesland war nichts seinesgleichen und er ließ den Schimmel tanzen. Ihm war, er stünde inmitten aller Friesen. Er überragte sie um Kopfeshöhe und seine Blicke flogen scharf und mitleidig über sie hin. Allmählich waren drei Jahre seit der Eindeichung hingegangen. Das neue Werk hatte sich bewährt. Die Reparaturkosten waren nur gering gewesen. Im Kogel aber blühte jetzt fast überall der weiße Klee und ging man über die geschützten Weiden, so trug der Sommerwind einem ganze wolkensüßen Dufts entgegen. Da war die Zeit gekommen, die bisher nur idealen Anteile in wirkliche zu verwandeln und allen Teilnehmern ihre bestimmten Stücke für immer eigentümlich vorzusetzen. Hauke war nicht müßig gewesen, vorher noch einige neue zu erwerben. Ole Peters hatte sich verbissen zurückgehalten. Ihm gehörte nichts im neuen Kogel. Ohne Verdruss und Streit hatte auch so die Teilung nicht abgehen können, aber fertig war es gleichwohl geworden. Auch dieser Tag lag hinter dem Deichgrafen. Fortan lebte er einsam seinen Pflichten als Hofwirt wie als Deichgraf und denen, die ihm am nächsten angehörten. Die alten Freunde waren nicht mehr in der Zeitlichkeit, neue zu erwerben war er nicht geeignet. Aber unter seinem Dach war Frieden, den auch das stille Kind nicht störte. Es sprach wenig. Das stete Fragen, was den aufgeweckten Kindern eigen ist, kam selten und meist so, dass dem Gefragten die Antwort darauf schwer wurde. Aber ihr Liebes, einfältiges Gesichtlein trug fast immer den Ausdruck der Zufriedenheit. Zwei Spielkameraden hatte sie, die waren ihr genug. Wenn sie über die Werfte wanderte, sprang das gerettete gelbe Hühnlein stets um sie herum und wenn der Hund sich zeigte, war auch Kleinwinke nicht mehr fern. Der zweite Kamerad war eine Lachmöwe und wie der Hund Perle, so hieß die Möwe Klaus. Klaus war durch ein greises Menschenkind auf dem Hofe installiert worden. Die 80-jährige Trinians hatte in ihrer Karte auf dem Außendeich sich nicht mehr durchbringen können. Da hatte Frau Elke gemeint, die verlebte Dienstmarkt ihres Großvaters könnte bei ihnen noch ein paar stille Abendstunden und eine gute Sterbekammer finden. Und so, halb mit Gewalt, war sie von ihr und Hauke nach dem Hofe geholt und in dem Nordweststübchen der erneuen Scheuer untergebracht worden, die der Deichgraf vor einigen Jahren neben dem Haupthause bei der Vergrößerung seiner Wirtschaft hatte bauen müssen. Ein paar Märkte hatten daneben ihre Kammer erhalten und konnten der Greise nachts zur Hand gehen. Rings an den Wänden hatte sie ihr altes Hausgerät, eine Schatulle von Zuckerkistenholz, darüber zwei bunte Bilder vom verlorenen Sohn, ein längst zur Ruhe gestelltes Spinnrad und ein sehr sauberes Gardinenbett, von dem ein Ungefüger mit dem weißen Fell des Weiland-Angora-Katers überzogener Schemel stand. Aber auch was Lebigs hatte sie noch um sich gehabt und mit hierher gebracht. Das war die Möwe Klaus, die sich schon jahrelang zu ihr gehalten hatte und von ihr gefüttert worden war. Freilich, wenn es Winter wurde, flog sie mit den anderen Möwen südwärts und kam erst wieder, wenn am Strand der Wermut duftete. Die Scheuer lag etwas tiefer an der Werfte. Die Alte konnte von ihrem Fenster aus nicht über den Deich auf die See hinaus blicken. Du hast mich hier als wie gefangen, Deichgraf, murrte sie eines Tages, als Hauke zu ihr eintrat und wies mit ihrem verkrümmten Finger nach den Fennen hinaus, die sich dort unten breiteten. Wo ist denn Jeversand? Da über den roten oder über den schwarzen Ochsen hinaus? Was will sie denn mit Jeversand? frug Hauke. Ach was, Jeversand, brummte die Alte. Aber ich will doch sehen, wo mein Jung mir derzeit ist zu Gott gegangen. Wenn sie das sehen will, entgegnete Hauke, so muss ich sie oben unter den Eschenbaum setzen. Da sieht sie die ganze Haff. Ja, sagte die Alte, ja, wenn ich deine jungen Beine hätte, Deichgraf. Dergleichen blieb lange der Dank für die Höfe, die ihr die Deichgrafsleute angedeihen ließen. Dann aber wurde es auf einmal anders. Der kleine Kindskopf Winkes guckte eines Morgens durch die halb geöffnete Tür zu ihr hier rein. Na, rief die Alte, welche mit den Händen ineinander auf ihrem Holzstuhl saß, was hast du denn zu bestellen? Aber das Kind kam schweigend näher und sah sie mit ihren gleichgültigen Augen unablässig an. Bist du das Deichgrafs Kind? frug sie Trinjans. Und da das Kindwiniken das Köpfchen senkte, fuhr sie fort. So setze ich hier auf meinen Schemel. Eine Angorakarte ist es gewesen. So groß. Aber dein Vater hat die totgeschlagen. Wenn er noch lebig wäre, so könntest du auf ihm reiten. Wienke richtete stumm ihre Augen auf das weiße Fell. Dann kniete sie nieder und begann, es mit ihren kleinen Händen zu streicheln, wie Kinder es bei einer lebenden Katze oder einem Hunde zu machen pflegen. Armer Kater, sagte sie dann und fuhr wieder in ihren Liebkosungen fort. So, rief nach einer Weile die Alte. Jetzt ist es genug. Und sitzen kannst du auch noch heute auf ihm. Vielleicht hat dein Vater ihn auch nur um deshalb totgeschlagen. Dann hob sie das Kind an beiden Armen in die Höhe und setzte es derb auf den Schemel nieder. Da es aber stumm und unbeweglich sitzen blieb und sie nur immer ansah, begann sie mit dem Kopf zu schütteln. Du strafst ihn, Gott der Herr. Ja, ja, du strafst ihn. Murmelte sie, aber ein Erbarmen mit dem Kind schien sie doch zu überkommen. Ihre knöcherne Hand strich über das dürftige Haar desselben und aus den Augen der kleinen Karmes, als ob ihr damit wohlgeschehe. Von nun an kam Winke täglich zu der Alten in die Kammer. Sie setzte sich bald von selbst auf den Angoraschemel und Trinians gab ihr kleine Fleisch- und Brotstückchen in ihre Händchen, welche sie alle Zeit in Vorrat hatte, und ließ sie diese auf den Fußboden werfen. Dann kam mit Gekraisch und ausgespreizten Flügeln die Möwe aus irgendeinem Winkel hervorgeschossen und machte sich darüber her. Erst erschrak das Kind und schrie auf vor dem großen, stürmenden Vogel. Bald aber war es wie ein eingelerntes Spiel. Und wenn sie nur ihr Köpfchen durch den Türspalt steckte, schoss schon der Vogel auf sie zu und setzte sich ihr auf Kopf oder Schulter, bis die Alte ihr zu Hilfe kam und die Fütterung beginnen konnte. Trinians, die es sonst nicht hatte leiden können, dass einer auch nur die Hand nach ihrem Klaus ausstreckte, sah jetzt geduldig zu, wie das Kind allmählich ihr den Vogel völlig abgefahren. Er ließ sich willig von ihr haschen. Sie trug ihn umher und wickelte ihn in ihre Schürze, und wenn dann auf der Werfte etwa das gelbe Hündlein um sie herum und eifersüchtig gegen den Vogel aufsprang, dann rief sie wohl »Nicht du, nicht du, Perle!« und hob mit ihren Ärmchen die Möwe so hoch, dass diese sich selbst befreiend, schreiend über die Werfte hinflog und statt ihrer nun der Hund durch Schmeicheln und Springen den Platz auf ihren Armen zu erobern suchte. Fielen zufällig Haukes oder Elkes Augen auf dieses wunderliche Vierblatt, das nur durch einen gleichen Mangel am selben Stängel festgehalten wurde, dann flog wohl ein zärtlicher Blick auf ihr Kind. Hatten sie sich gewandt, so blieb nur noch ein Schmerz auf ihrem Antlitz, den jedes Einsam mit sich von dannen trug. Denn das erlösende Wort war zwischen ihnen noch nicht gesprochen worden. Da eines Sommervormittages, als Winke mit der Alten und den beiden Tieren auf den großen Steinen vor der Scheunentür saß, gingen ihre beiden Eltern, der Deichgraf seinen Schimmel hinter sich, die Zügel über dem Arme, hier vorüber. Er wollte auf den Deich hinaus und hatte das Pferd sich selber von der Fenne heraufgeholt. Sein Weib hatte auf der Werfte sich an seinen Arm gehängt. Die Sonne schien warm hernieder. Es war fast schwül und mitunter kam ein Windstoß aus Südost. Dem Kindem mochte es auf dem Platze unbehaglich werden. Winke will mit, rief sie, schüttelte die Möwe von ihrem Schoß und griff nach der Hand ihres Vaters. So komm, sagte dieser. Frau Elke aber rief, in dem Wind, sie fliegt dir weg. Ich halt sie schon und heute haben wir warme Luft und lustig Wasser. Da kann sie's tanzen sehen. Und Elke lief ins Haus und holte noch ein Tüchlein und ein Käppchen für ihr Kind. Aber es gibt ein Wetter, sagte sie. Macht, dass ihr fortkommt und seid bald wieder hier. Haukel lachte. Das soll uns nicht zu fassen kriegen und hob das Kind zu sich auf den Sattel. Frau Elke blieb noch eine Weile auf der Werfte und sah mit der Hand ihre Augen beschattend, die beiden auf den Weg und nach dem Deich hinübertraben. Trinianz saß auf dem Stein und murmelte Unverständliches mit ihren welken Lippen. Das Kind lag reglos im Arm des Vaters. Es war, als atme es beklommen unter dem Druck der Gewitterluft. Er neigte den Kopf zu ihr. Nun, Winke, frug er. Das Kind sah ihn eine Weile an. Vater, sagte es, du kannst das doch, kannst du nicht alles? Was soll ich können, Winke? Aber sie schwieg. Sie schien die eigene Frage nicht verstanden zu haben. Es war Hochflut. Als sie auf den Deich hinaufkamen, schlug der Widerschein der Sonne von dem weiten Wasser ihr in die Augen. Ein Wirbelwind trieb die Wellen strudelnd in die Höhe und neue kamen heran und schlugen klatschend gegen den Strand. Da klammerte sie ihre Händchen angstvoll um die Faust ihres Vaters, die den Ziegel führte, dass der Schimmel mit einem Satz zur Seite fuhr. Die blassblauen Augen sahen in Wirmschreck zu Hauke auf. Das Wasser, Vater, das Wasser, rief sie. Aber er löste sich sanft und sagte, still, Kind, du bist bei deinem Vater, das Wasser tut dir nichts. Sie strich sich das pfeilblonde Haar aus der Stirn und wagte es wieder, auf die See hinaus zu sehen. Es tut mir nicht gut, sagte sie zitternd. Nein, sag, dass es uns nichts tun soll. Du kannst das und dann tut es uns auch nichts. Nicht ich kann das Kind, entgegnete Hauke ernst, aber der Deich, auf dem wir reiten, der schützt uns und den hat dein Vater ausgedacht und bauen lassen. Ihre Augen gingen wieder ihn, als ob sie das nicht ganz verstünde. Dann bag sie ihr auffallend kleines Köpfchen in dem weiten Rocke ihres Vaters. Warum versteckst du dich, Wienke? raunt der ihr zu. Ist dir noch immer bange? Und ein zitterndes Stimmchen kam aus den Falten des Rockes. Wienke will lieber nichts sehen, aber du kannst doch alles, Vater? Ein ferner Donner rollte gegen den Wind herauf. Hoho, rief Hauke, da kommt es und wandte seinem Pferd zur Rückkehr. Nun wollen wir heim zur Mutter. Das Kind tat einen tiefen Atemzug, aber erst, als sie die Werfte und das Haus erreicht hatten, hob es das Köpfchen von seines Vaters Brust. Als dann Frau Elke ihr im Zimmer das Tüchelchen und die Kapuze abgenommen hatte, blieb sie wie ein kleiner stummer Kegel vor der Mutter stehen. Nun, Wienke, sagte diese und schüttelte sie leise, magst du das große Wasser leiden? Aber das Kind riss die Augen auf. Es spricht, sagte sie. Wienke ist bange. Es spricht nicht, es rauscht und toset nur. Das Kind sei ein Zweite. Hat es Beine? frug es wieder. Kann es über den Deich kommen? Nein, Wienke, dafür passt dein Vater auf. Er ist der Deichgraf. Ja, sagte das Kind und klatschte mit blödem Lächeln in seine Händchen. Vater kann alles, alles. Dann plötzlich, sich von der Mutter abwendend, rief sie, lass Wienke zu Trinjans, die hat rote Äpfel. Und Elke öffnete die Tür und ließ das Kind hinaus. Als sie dieselbe wieder geschlossen hatte, schlug sie mit einem Ausdruck des tiefsten Grams die Augen zu ihrem Manne auf, aus dem ihm sonst nur Trost und Mut zur Höfe gekommen war. Er reichte ihr die Hand und drückte sie, als ob es zwischen ihnen kein weiteren Wort bedürfte. Nein, Hauke, lass mich sprechen. Das Kind, das ich nach Jahren dir geboren habe, es wird für immer ein Kind bleiben. Oh lieber Gott, es ist schwachsinnig. Ich muss es einmal vor dir sagen. Ich wusste es längst, sagte Hauke und hielt die Hand seines Weibes fest, die sie ihm entziehen wollte. So sind wir denn doch allein geblieben, sprach sie wieder. Aber Hauke schüttelte den Kopf. Ich hab sie lieb und sie schlägt ihre Ärmchen um mich und drückt sich fest an meine Brust. Um alle Schätze wollte ich das nicht missen. Die Frau sah finster vor sich hin. Aber warum, sprach sie. Was hab ich arme Mutter denn verschuldet? Ja, Hauke, das hab ich freilich auch gefragt. Den, der allein es wissen kann. Aber du weißt ja auch, der Allmächtige gibt dem Menschen keine Antwort. Vielleicht, weil wir sie nicht begreifen würden. Er hatte auch die andere Hand seines Weibes gefasst und zog sie sanft zu sich heran. Lass dich nicht irren. Dein Kind, wie du es tust, zu lieben. Sei sicher, das versteht es. Da warf sich Elkan ihres Mannes Brust und weinte sich satt und war mit dem Leid nicht mehr allein. Dann plötzlich lächelte sie ihn an. Nach einem heftigen Händedruck lief sie hinaus und holte sich ihr Kind aus der Kammer der alten Trinjans und nahm es auf ihren Schoß und hätschelte und küsste es, bis es stammelnd sagte, Mutter, meine liebe Mutter. So lebten die Menschen auf dem Deichgrafshofe still beisammen. Wäre das Kind nicht da gewesen, es hätte viel gefehlt. Allmählich verfloss der Sommer. Die Zugvögel waren durchgezogen, die Luft wurde leer vom Gesang der Lerchen. Nur vor den Scheunen, wo sie beim Dreschen Körner pickten. hörte man hier und da einige kreischend davonfliegen. Schon war alles hart gefroren. In der Küche des Haupthauses saß eines Nachmittags die alte Trinjans auf der Holzstufe einer Treppe, die neben dem Feuerherd nach dem Boden lief. Es war in den letzten Wochen, als sei sie aufgelebt. Sie kam jetzt gern einmal in die Küche und sah Frau Elke hier hantieren. Es war keine Rede mehr davon, dass ihre Beine sie nicht hätten tragen können, seit eines Tages Kleinwinke sie an der Schürze hier heraufgezogen hatte. Jetzt kniete das Kind an ihrer Seite und sah mit seinen stillen Augen in die Flammen, die aus dem Herdloch aufflackerten. Ihr eines Händchen klammerte sich an den Ärmel der Alten, das andere lag in ihrem eigenen pfeilblonden Haar. Trinjans erzählte, Du weißt, sagte sie, ich stand im Dienst bei deinem Urgroßvater als Hausmarkt und dann musste ich die Schweine füttern. Der war klüger als sie alle. Da war es. Es ist grausam lange her. Aber eines Abends, der Mond schien, da ließen sie die Hafenschleuse schließen und sie konnte nicht wieder zurück in See. Oh, wie schrie sie und mit ihren Fischhänden sich in ihre harten, struppigen Haare griff. Ja, Kind, ich sah es und ich hörte sie selber schreien. Die Gräben zwischen den Fennen waren alle voll Wasser und der Mond schien darauf, dass sie wie Silber glänzten und sie schwamm aus einem Graben in den anderen und hob die Arme und schlug, was ihre Hände waren, aneinander, dass man es weither klatschen hörte, als wenn sie beten wollte. Aber, Kind, beten können diese Kreaturen nicht. Ich saß vor der Haustür auf ein paar Balken, die zum Bauen angefahren waren und sah weithin über die Fennen. Und das Wasserweib schwamm noch immer in den Gräben und wenn sie die Arme aufhob, so glitzerten auch die wie Silber und Demanten. Zuletzt sah ich sie nicht mehr und die Wildgänz und Möwen, die ich all die Zeit nicht gehört hatte, zogen wieder mit Pfeifen und Schnattern durch die Luft. Die Alte schwieg. Das Kind hatte ein Wort sich aufgefangen. Konnte nicht beten, frug sie. Was sagst du, wer war es? Kind, sagte die Alte. Die Wasserfrau war es. Das sind Undinge, die nicht selig werden können. Nicht selig, wiederholte das Kind und ein tiefer Seufzer, als habe sie das verstanden, hob die kleine Brust. Trinia Ans, kam eine Stimme von der Küchentür und die Alte zuckte leicht zusammen. Es war der Deichgraf Hauke Hain, der dort am Stände lehnte. Was redet sie dem Kinde vor? Habe ich ihr nichts geboten, ihre Mähren für sich zu behalten oder sie den Gänz und Hühnern zu erzählen? Die Alte sah ihn mit einem bösen Blicke an und schob die Kleine von sich fort. Das sind keine Mähren, murmelte sie in sich hinein. Das hat mein Großohm mir erzählt. Ihr Großohm, Trin? Sie wollte es ja eben selbst erlebt haben. Das ist egal, sagte die Alte. Aber ihr glaubt nicht, Hauke Hain, ihr wollt meinen Großohm noch zum Lügner machen. Dann rückte sie näher an den Herd und streckte die Hände über die Flammen des Feuerlochs. Der Deichgraf warf einen Blick gegen das Fenster. Draußen dämmerte es noch kaum. Komm, Wienke, sagte er und zog sein schwachsehiges Kind zu sich heran. Komm mit mir. Ich will dir draußen vom Deich aus etwas zeigen. Nun müssen wir zu Fuß gehen. Der Schimmel ist beim Schmied. Dann ging er mit ihr in die Stube und Elke band dem Kind dicke, wollene Tücher um Hals und Schultern und bald danach ging der Vater mit ihr auf dem alten Deiche nach Nordwest hinauf, jeweils dann vorbei, bis wo die Watten breit fast unübersehbar wurden. Bald hatte er sie getragen, bald ging sie an seiner Hand. Die Dämmerung wuchs allmählich. In der Ferne verschwand alles in Dunst und Dust. Aber dort, wohin noch das Auge reichte, hatten die unsichtbar schwellenden Wattströme das Eis zerrissen und, wie Hauke Hain es in seiner Jugend einst gesehen hatte, aus den Spalten stiegen wie damals die rauchenden Nebel. Und daran entlang waren wiederum die unheimlichen närrischen Gestalten und hüpften gegeneinander und dienerten und dehnten sich plötzlich schreckhaft in die Breite. Das Kind klammerte sich angstvoll an seinen Vater und deckte dessen Hand über sein Gesichtlein. Die Seeteufel! raunte es zitternd zwischen seine Finger. Die Seeteufel! Er schüttelte den Kopf. Nein, Winke, weder Wasserweiber noch Seeteufel, so etwas gibt es nicht. Wer hat dir davon gesagt? Sie sah mit stumpfen Blicke zu ihm herauf, aber sie antwortete nicht. Er strich ihr zärtlich über die Wangen. Sieh nur wieder hin, sagte er. Das sind nur arme, hungrige Vögel. Sieh nur, wie jetzt der Große seine Flügel breitet. Sie holen sich die Fische, die in die rauschenden Spalten kommen. Fische, wiederholte Winke. Ja, Kind, das alles ist lebig, so wie wir. Es gibt nichts anderes, aber der liebe Gott ist überall. Klein Winke hatte ihre Augen fest auf den Boden gerichtet und hielt den Atem an. Es war, als sähe sie erschrocken in den Abgrund. Es war vielleicht nur so. Der Vater blickte lange auf sie hin. Er bückte sich und sah in ihr Gesichtlein. Aber keine Regung der verschlossenen Seele wurde darin kund. Er hob sie auf den Arm und steckte ihre verklommenen Händchen in einen seiner dicken Wollhandschuhe. So, mein Winke. Und das Kind vernahm wohl nicht den Ton von heftiger Ähnlichkeit in seinen Worten. So wärm dich bei mir. Du bist doch unser Kind, unser einziges. Du hast uns lieb. Die Stimme brach dem Manne, aber die Kleine drückte zärtlich ihr Köpfchen in seinen rauen Bart. Sie gingen friedlich heimwärts. Nach Neujahr war wieder einmal die Sorge in das Haus getreten. Ein Marschfieber hatte den Deichgrafen ergriffen. Auch mit ihm ging es nah am Rand der Grube her und als er unter Frau Elkes Pflege und Sorge wieder erstanden war, schien er kaum derselbe Mann. Die Mattigkeit des Körpers lag auch auf seinem Geiste und Elke sah mit Besorgnis, wie er allzeit leicht zufrieden war. Dennoch, gegen Ende des März drängte es ihn, seinen Schimmel zu besteigen und zum ersten Male wieder auf seinem Deich entlang zu reiten. Es war an einem Nachmittage und die Sonne, die zuvor geschieden hatte, lag längst schon wieder hinter trüben Dust. Im Winter hat es ein paar Mal Hochwasser gegeben, aber es war nicht von Belang gewesen. Nur drüben am anderen Ufer war auf einer Hallig eine Herde Schafe ertrunken und einem Stück vom Vorland abgerissen worden. Hier an dieser Seite und am neuen Koge war ein nennenswerter Schaden nicht geschehen. Aber in der letzten Nacht hatte ein stärkerer Sturm getobt. Jetzt musste der Deichgraf selbst hinaus und alles mit eigenem Auge besichtigen. Schon war er unten von der Südostecke aus auf dem neuen Deich herumgeritten und es war alles wohl erhalten. Als er aber an die Nordostecke gekommen war, dort, wo der neue Deich auf den alten stößt, war zwar der erstere unversehrt, aber wo früher der Priel den alten erreicht hatte und an ihm entlang geflossen war, sah er in großer Breite die Grasnarbe zerstört und fortgerissen und in dem Körper des Deiches eine von der Flut gewühlte Höhlung, durch welche überdies ein Gewirr von Mäusegängen bloßgelegt war. Hauke stieg vom Pferde und besichtigte den Schaden in der Nähe. Das Mäuseunheil schien unverkennbar noch unsichtbar weiter fortzulaufen. Er erschrak heftig. Gegen alles dieses hätte schon beim Bau des neuen Deiches Obacht genommen werden müssen. Da es damals übersehen worden, so musste es jetzt geschehen. Das Vieh war noch nicht auf den Fennen, das Gras war ungewohnt und zurückgeblieben. Wohin er blickte, sah es ihn leer und öde an. Er bestieg wieder sein Pferd und ritt am Ufer hin und her. Es war Ebbe und er gewahrte wohl, wie der Strom von außen her sich wieder ein neues Bett im Schlick gewühlt hatte und jetzt von Nordwesten auf den alten Deich gestoßen war. Der Neue aber, soweit es ihn traf, hatte mit seinem sanfteren Profile dem Anprall widerstehen können. Ein Haufen neuer Plag und Arbeit erhob sich vor der Seele des Deichgrafen. Nicht nur der alte Deich musste hier verstärkt, auch dessen Profil dem des Neuen angenähert werden. Vor allem aber musste der als gefährlich wieder aufgetretene Priel durch neu zu legende Dämme oder Lahnungen abgeleitet werden. Noch einmal ritt er auf dem neuen Deich bis an die äußerste Nordwestecke, dann wieder rückwärts, die Augen unablässig auf das neu gewühlte Bett des Prieles heftend, der ihm zur Seite sich deutlich genug in den bloßgelegten Schlickgrund abzeichnete. Der Schimmel drängte vorwärts und schnob und schlug mit den Vorderrufen, aber der Reiter drückte ihn zurück. Er wollte langsam reiten. Er wollte auch die innere Unruhe bändigen, die immer wilder in ihm aufrohr. Wenn eine Sturmflut wieder käme, eine wie 1655 da gewesen, wo Gott und Menschen ungezählt verschlungen wurden, wenn sie wieder käme, wie sie schon mehrmals einst gekommen war. Ein heißer Schauer überrieselte den Reiter. Der alte Deich, er würde den Stoß nicht aushalten, der gegen ihn herauf schöße. Was dann? Was sollte dann geschehen? Nur eines, ein einzig Mittel würde es geben, um vielleicht den alten Kok und Gut und Leben darin zu retten. Hauke fühlte sein Herz still stehen. Sein sonst so fester Kopf schwindelte. Er sprach es nicht aus, aber in ihm sprach es stark genug. Dein Kok, der Hauke Hain Kok, müsste preis gegeben und der neue Deich durchstochen werden. Schon sah er im Geist die stürzende Hochflut hereinbrechen und Gras und Klee mit ihrem salzen schäumenden Gischt bedecken. Ein Sporenstich fuhr ihn die Weichen des Schimmels und einen Schrei ausstoßend flog er auf dem Deich entlang und dann den Akt hinab der deichgräflichen Werfte zu. Den Kopf voll von innerem Schrecknis und ungeordneten Plänen kam er nach Hause. Er warf sich in seinen Lehnstuhl und als Elke mit der Tochter in das Zimmer trat stand er wieder auf und hob das Kind zu sich empor und küsste es. Dann jagte er das gelbe Hühndlein mit ein paar leichten Schlägen von sich. Ich muss noch einmal droben nach dem Krug sagte er und nahm seine Mütze vom Türhaken wohin er sie eben erst gehängt hatte. Seine Frau sah ihn sorgenvoll an. Was willst du dort? Es wird schon Abend Hauke. Deichgeschichten murmelte er vor sich hin. Ich treffe von dem Gevollmächtigten dort. Sie ging ihm nach und drückte ihm die Hand denn er war mit diesen Worten schon zur Tür hinaus. Hauke Hain der sonst alles bei sich selber abgeschlossen hatte drängte es jetzt ein Wort von jenen zu erhalten die er sonst kaum eines Anteils wert gehalten hätte. Im Gastzimmer traf er Ole Peters mit zwei der Gevollmächtigten und einem Kokseinwohner am Kartentisch. Du kommst wohl von draußen Deichgraf sagte der Erste nahm die halb ausgeteilten Karten auf und warf sie wieder hin. Ja Ole erwiderte Hauke ich war dort es sieht übel aus übel nun ein paar hundert Soden und eine Bestickung wird's wohl kosten ich war dort auch am Nachmittag erwiderte der Deichgraf der Pril ist wieder da und wenn er jetzt auch nicht von Norden auf den alten Deich stößt so tut es doch von Nordwesten du hättest ihn lassen sollen wo du ihn fandest sagte Ole trocken das heißt entgegnete Hauke der neue Kok geht dich nichts an und darum sollt er nicht existieren das ist deine eigene Schuld aber wenn wir Lahnungen legen müssen bringt das übermäßig ein was sagt ihr Deichgraf riefen die Gevollmächtigten Lahnungen wie viele denn ihr liebt es alles beim teuersten Ende anzufassen die Karten lagen unberührt auf dem Tisch ich will's dir sagen Deichgraf sagte Ole Peters und stemmte beide Arme auf dein neuer Kok ist ein fressend Werk was du uns gestiftet hast noch laboriert alles an den schweren Kosten deiner breiten Deiche nun friste uns auch den alten Deich und wir sollen ihn verneuen zum glück ist es nicht so schlimm er hat diesmal gehalten und wird es auch noch ferner tun steig nur morgen wieder auf deinen Schimmel und sieh es dir noch einmal an Hauke war aus dem Frieden seines Hauses hierher gekommen hinter den immerhin noch gemäßigten Worten die er eben hörte lag er konnte es nicht verkennen ein zäher Widerstand ihm war als fehle ihm dagegen noch die alte Kraft ich will tun wie du es rätst Ole sprach er nur fürchte ich ich werde es finden wie ich es heute gesehen habe eine unruhige Nacht folgte diesem Tage Hauke wälzte sich schlaflos in seinen Kissen was ist mit dir frug ihn Elke welche die Sorge um ihren Mann wach hält drück dich etwas so sprich es von dir wir haben es ja immer so gehalten es hat nichts auf sich Elke erwiderte er am Deiche an den Schleusen ist was zu reparieren du weißt dass ich allzeit nachts in mir zu verarbeiten habe weiter sagt er nichts er wollte sich die Freiheit seines Handelns vorbehalten ihm unbewusst war die klare Einsicht und der kräftige Geist seines Weibes ihm in seiner augenblicklichen Schwäche ein Hindernis dem er unwillkürlich auswich am folgenden Vormittag als er wieder auf den Deich hinauskam war die Welt eine andere als wir sie tags zuvor gefunden hatte zwar war wieder Hohlebbe aber der Tag war noch im Steigen und eine lichte Frühlingssonne ließ ihre Strahlen fast senkrecht auf die unabsehbaren Watten hinfallen die weißen Möwen schwebten ruhig hin und wieder und unsichtbar über ihnen hoch unter dem azurblauen Himmel sangen die Lerchen ihre ewige Melodie Hauke Hauke der nicht wusste wie uns die Natur mit ihrem Reiz betrügen kann stand auf der Nordwestecke des Deiches und suchte nach dem neuen Bett des Prieles das ihn gestern so erschreckt hatte aber bei dem vom Zenit herabschießenden Sonnenlichte fand er es anfänglich nicht einmal erst da er gegen die blendenden Strahlen seiner Augen mit der Hand beschattete konnte er es nicht verkennen aber dennoch die Schatten in der gestrigen Dämmerung mussten ihn getäuscht haben es kennzeichnete sich jetzt nur noch schwach die bloßgelegte Mäusewirtschaft musste mehr als die Flut den Schaden in dem Deich veranlasst haben freilich Wandel musste hier geschafft werden aber durch sorgfältiges Aufgraben und wie Ole Peters gesagt hatte durch frische Soden und einige geruhten Strohbestickung war der Schaden auszuhallen es war so schlimm nicht sprach er erleichtert zu sich selber du bist gestern doch dein eigener nah gewesen er berief die Gevollmächtigten und die Arbeiten wurden ohne Widerspruch beschlossen was bisher noch nie geschehen war der Deichgraf meinte eine stärkende Ruhe in seinem noch geschwächten Körper sich verbreiten zu fühlen und nach einigen Wochen war alles sauber ausgeführt das Jahr ging weiter aber je weiter es ging und je ungestörter die neu gelegten Rasen durch die Strohdecke grünten umso unruhiger ging oder ritt Hauke an dieser Stelle vorüber er wandte die Augen ab er ritt hart an der Binnenseite des Deiches ein paar Mal wo er dort hätte vorüber müssen ließ er sein schon gesatteltes Pferd wieder in den Stall zurückführen dann wieder dann wieder wo er nichts dort zu tun hatte wanderte er um nur rasch und ungesehen von seiner Werfte fortzukommen plötzlich und zu Fuß dahin manchmal auch war er umgekehrt er hatte sich nicht zumuten können die unheimliche Stelle aufs Neue zu betrachten und endlich mit den Händen hätte er alles wieder aufreißen mögen denn wie ein Gewissensbist der außer ihm Gestalt gewonnen hatte lag dieses Stück des Deiches vor seinen Augen und doch seine Hand konnte nicht mehr daran rühren und niemandem selbst nicht seinem Weibe durfte er davon reden so war der September gekommen nachts hatte ein mäßiger Sturm getobt und war zuletzt nach Nordwest umgesprungen an trüben Vormittag danach zur Ebbezeit ritt Hauke auf den Deich hinaus und es durchfuhr ihn als er seine Augen über die Watten schweifen ließ dort von Nordwest herauf sah er plötzlich wieder und schärfer und tiefer ausgewühlt das gespenstische neue Bett des Priels so sehr er seine Augen anstrengte es wollte nicht mehr weichen als er nach Hause kam ergriff Elke seine Hand was hast du Hauke sprach sie als ihn sein düsteres Antlitz sah es ist doch kein neues Unheil wir sind jetzt so glücklich mir ist du hast nun Frieden mit ihnen allen diesen Worten gegenüber vermochte er seine verworrene Furcht nicht in Worten kundzugeben nein Elke sagte er mich feindet niemand an es ist nur ein verantwortlich Amt die Gemeinde vor unseres Herrgotts mehr zu schützen er er machte sich los um weiteren Fragen des geliebten Weibes auszuweichen er ging in Stall und scheuer als ob er alles revidieren müsse aber er sah nichts um sich her er war nur beflissen seinen gewissens bis zur Ruhe ihn sich selber als eine krankhafte übertriebene Angst zur Überzeugung zu bringen Ende von Teil 6 Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox .org Der Schimmelreiter von Theodor Storm Teil 7 Gelesen von Felix Das Jahr von dem ich Ihnen erzähle sagte nach einer Weile mein Gastfreund der Schulmeister war das Jahr 1756 das in dieser Gegend nie vergessen wird Im Hause Hauke Heinz brachte es eine Tote Zu Ende des Septembers war in der Kammer welche ihr in der Scheune eingeräumt war die fast 90 jährige Trinjans am Sterben Man hatte sie nach ihrem Wunsch in den Kissen aufgerichtet und ihre Augen gingen durch die kleinen bleigefassten Scheiben in die Ferne Es musste dort am Himmel eine dünnere Luftschicht über einer Dichterin liegen denn es war eine hohe Kimmung und die Spiegelung hob die Südspitze von Jeversand war sichtbar am Fußende des Bettes kauerte die kleine Winke und hielt mit der einen Hand sich fest an der ihres Vaters der daneben stand in das Antlitz der Sterbenden grob eben der Tod das hippokratische Gesicht und das Kind starrte atemlos auf die unheimliche ihr unverständliche Verwandlung des unschönen aber ihr vertrauten Angesichts was macht sie was ist das Vater flüsterte sie angstvoll und grob die Fingernägel in ihres Vaters Hand sie stirbt sagte der Deichgraf stirbt wiederholte das Kind und schien in verworrene Sinnen zu verfallen aber die Alte rührte noch einmal ihre Lippen Jins Jins und kreischend wie ein Notschrei brach es hervor und ihre knöchernen Arme streckten sich gegen die draußen flimmernde Meeresspiegelung Hölpmi Hölpmi Du bist Jabaven Watter Gott Gnade Andern ihre Arme sanken ein leises krachen der Bettstadt wurde hörbar sie hatte aufgehört zu leben das Kind tat einen tiefen Seufzer und warf die blassen Augen zu ihrem Vater auf stirbt sie noch immer frug es sie hat es vollbracht sagte der Deichgraf und nahm das Kind auf seinen Arm sie ist nun weit von uns beim lieben Gott beim lieben Gott wiederholte das Kind und schwieg eine Weile als müsse es den Worten nach sinnen ist das gut beim lieben Gott ja das ist das beste in Haukes Innern aber klang schwer die letzte Rede der Sterbenden Gott gnade anderen sprach es leise in ihm was wollte die alte Hexe sind denn die sterbenden Propheten bald nachdem Trin Jans oben bei der Kirche eingegraben war begann man immer lauter von allerlei Unheil und seltsamem Geschmeiß zu reden das die Menschen in Nordfriesland erschreckt haben sollte und sicher war es am Sonntag Letare war droben von der Turmspitze der goldene Hahn durch einen Wirbelwind herabgeworfen worden und das war richtig im Hochsommer fiel wie ein Schnee ein Groß Geschmeiß vom Himmel und dass man die Augen davor nicht auftun konnte und es danach fast handhoch auf den Fennen lag und hatte niemand je sowas gesehen als aber nach Ende September der Großknecht mit Korn und die Markt an Grete mit Butter in die Stadt zum Markt gefahren waren kletterten kletterten sie bei ihrer Rückkunft mit schreckensbleichen Gesichtern von ihrem Wagen Was ist was habt ihr riefen die anderen Dirnen die hinausgelaufen waren da sie den Wagen rollen hörten Angrete in ihrem Reiseanzug trat atemlos in die geräumige Küche nun so erzähl doch riefen die Dirnen wieder wo ist das Unglück los ach unser lieber Jesus wolle uns behüten rief Angrete ihr wisst von drüben über dem Wasser das alte Mariken vom Ziegelhof wir stehen mit unserer Butter ja allzeit zusammen an der Apothekerecke die hat es mir erzählt und Ivan Johns sagte auch das gibt ein Unglück sagte er ein Unglück über ganz Nordfriesland glaub mir es angerät und sie dämpfte ihre stimme mit des Deichgraff schimmel ist es am Ende auch nicht richtig machten die anderen Dirnen ja ja was kümmert es mich aber drüben an der anderen Seite geht es noch schlimmer als bei uns nicht bloß fliegen und geschmeiß auch Blut ist wie Regen vom Himmel gefallen und da am Sonntag morgen danach der Pastor sein Waschbecken vorgenommen hat sind fünf Totenköpfe wie Erbsen groß darin gewesen und alle sind gekommen um das zu sehen im Monat Augusti sind grausige rotköpfige Raupenwürmer über das Land gezogen und haben Korn und Mehl und Brot und was sie fanden weggefressen und hat kein Feuer sie vertilgen können die Erzählerin verstummte plötzlich keine der Mägde hatte bemerkt dass die Hausfreund in die Küche getreten war Was redet ihr da sprach diese lasst das den Wirt nicht hören und da sie alle jetzt erzählen wollten es tut nicht null ich habe genug davon vernommen geht an eure Arbeit das bringt euch bessern Segen dann nahm sie an Gret mit sich in die Stube und hielt mit dieser Abrechnung über ihre Marktgeschäfte so fand im Hause des Deichgrafen das abergläubige Geschwätz bei der Herrschaft keinen Anhalt aber in die übrigen Häuser und je länger die Abende wurden um desto leichter drang es mehr und mehr hinein wie schwere Luft lag es auf allen und heimlich sagte man es sich ein Unheil ein schweres würde über Nordfriesland kommen es war vor allerheiligen im Oktober Tag über hat es stark aus Südwest gestürmt abends stand ein halber Mond am Himmel dunkelbraune Wolken jagten überhin und Schatten und trübes Licht flogen auf der Erde durcheinander der Sturm war im Wachsen im Zimmer des Deichgrafen stand noch der gelehrte Abendtisch die Knechte waren in den Stall gewiesen um dort des Viehs zu achten die Mägde mussten im Hause und auf dem Böden nachsehen ob Türen und Luken wohl verschlossen seien dass nicht der Sturm hineinfasste und Unheil anrichte drinnen stand Hauke neben seiner Frau am Fenster er hatte eben sein Abendbrot hinab geschlungen er war draußen auf dem Deich gewesen zu Fuße war er hinaus getrabt schon früh am Nachmittag spitze Pfähle und Säcke voll Überall hatte er Leute angestellt um die Pfähle einzurammen und mit den Säcken vorzudämmen sobald die Flut den Deich zu schädigen beginne An dem Winkel zu Nordwesten wo der alte und der neue Deich zusammen stießen hatte er die meisten Menschen hingestellt nur im Notfall durften sie von den angewiesenen Plätzen weichen das hatte er zurückgelassen Dann vor kaum einer Viertelstunde nass zerzaust war er in seinem Hause angekommen und jetzt das Ohr nach den Windböen welche die in Blei gefassten Scheiben rasseln machten blickte er wie gedankenlos in die Wüste Nacht hinaus die Wanduhr hinter ihrer Glasscheibe schlug eben acht das Kind das neben der Mutter stand fuhr zusammen und bag den Kopf in deren Kleider Klaus rief sie weinend wo ist mein Klaus sie konnte ihre Winterreise nicht mehr angetreten der Vater überhörte die Frage die Mutter aber nahm das Kind auf ihren Arm dein Klaus ist in der Scheune sagte sie da sitzt er warm warum sagte Winke ist das gut ja das ist gut der Hausherr stand noch am Fenster es geht nicht länger Elke sagte er ruf eine von den Dirnen der Sturm drückt uns die Scheiben ein die Wort der Hausfrau war die Magd hinaus gelaufen man sah vom Zimmer aus wie ihr die Röcke flogen aber als sie die Klammern gelöst hatte riss ihr der Sturm den Laden aus der Hand und warf ihn gegen die Fenster das ein paar Scheiben zersplittert in die Stube flogen und ein zerlichter qualmend auslosch Hauke musste selbst hinaus zu helfen und nur mit Not kamen allmählich die Luken vor die Fenster als sie beim Wiedereintritt in das Haus die Tür aufrissen fuhr eine Böe hinten rein das Glas und Silber im Wandschrank durcheinander klirrten oben im Hause über ihren Köpfen zitterten und krachten die Balken als wolle der Sturm das Dach von den Mauern reißen aber Hauke kam nicht wieder in das Zimmer Elke hörte wie er durch die Tenne nach dem Stall schritt den Schimmel den Schimmel John rasch so hörte sie ihn rufen dann kam er wieder in die Stube das Harz erzaust aber die grauen Augen leuchtend der Wind ist umgesprungen rief er nach Nordwest auf halber Springflut kein Wind wir haben solchen Sturm noch nicht erlebt Elke war totenblass geworden und du musst noch einmal hinaus er er Elke sie erhob langsam ihre dunklen Augen zu ihm und ein paar Sekunden lang sahen sie sich an doch war es wie eine Ewigkeit ja Hauke sagte das Weib ich weiß es wohl du musst da trabte es draußen vor der Haustür sie fiel ihm um den Hals und ein Augenblick war es als könne sie ihn nicht lassen aber auch das war nur ein Augenblick das ist unser Kampf sprach Hauke ihr seid hier sicher an dies Haus ist noch keine Flut gestiegen und bet zu Gott dass er auch mit mir sei Hauke hüllte sich in seinen Mantel und Elke nahm ein Tuch und wickelte es ihm sorgsam um den Hals sie wollte ein Wort sprechen aber die zitternden Lippen versagten es ihr draußen wierte der Schimmel dass es wie Trompetenschall in das Heulen des Sturmes hineinklang Elke war mit ihrem Mann hinaus gegangen die alte Esche knarrte als ob sie auseinander stürzen sollte steigt auf Herr rief der Knecht der Schimmel ist wie toll die Zügel könnten reißen Hauke schlug die Arme um sein Weib bei Sonnenaufgang bin ich wieder da schon war er auf sein Pferd gesprungen das Tier stieg mit dem Vorderhufen in die Höhe dann gleich einem Streithengst der sich in die Schlacht stürzt jagte es mit seinem Reiter die Werfte hinunter in Nacht und Sturmgeheul hinaus Vater mein Vater schrie eine klägliche Kinderstimme hinter ihm drein mein lieber Vater Winke war im Dunkeln hinter dem fortjagenden her gelaufen aber schon nach hundert Schritten strauchelte sie über einen Erdhaufen und fiel zu Boden Der Knecht Ivan Johns brachte das weinende Kind der Mutter zurück Die lehnte am Stamme der Esche deren Zweige über ihr die Luft peitschten und starrte wie abwesend in die Nacht hinaus in der ihr Mann verschwunden war Wenn das Brüllen des Sturmes und das ferne Klatschen des Meeres einen Augenblick aussetzten fuhr sie wie Schreck zusammen Ihr war jetzt als Suche alles nur ihn zu verderben und werde jäh verstummen wenn es ihn gefasst habe Ihre Knie zitterten Ihre Haare hatte der Sturm gelöst und trieb damit sein Spiel Hier ist das Kind Frau schrie John zu ihr haltet es fest und drückte die kleine der Mutter in den Arm Das Kind ich hatte dich vergessen Winke rief sie Gott verzeih mit ihr in die Knie Herr Gott und du mein Jesus lass uns nicht Witwe und nicht weise werden schütz ihn o lieber Gott nur du und ich wir kennen ihn allein und der Sturm setzte nicht mehr aus es tönte und donnerte als solle die ganze Welt in ungeheurem Hall und Schall zugrunde gehen geht in das Haus Frau sagte John kommt und er half ihnen auf und leitete die beiden in das Haus und in die Stube Der Deichgraf Hauke Hain jagte auf seinem Schimmel dem Deiche zu Der schmale Weg war grundlos denn die Tage vorher war unermesslicher Regen gefallen aber der nasse saugende Klei schien gleichwohl die Hufen des Tieres nicht zu halten es war als hätte es festen Sommerboden unter sich wie eine wilde Jagd trieben die unerkennbare von unruhigem Schatten erfüllte Wüste von dem Wasser hinter dem Deiche immer ungeheurer kam ein dumpfes Tosen als müsse es alles andere verschlingen vorwärts Schimmel ritt Hauke wir reiten unseren schlimmsten Ritt da klang es wie ein Todesschrei unter den Hufen seines Rosses er riss den Zügel zurück er sah sich um ihm zur Seite dicht über dem Boden halb fliegend halb vom Sturme geschleudert zog eine Schar von weißen Möwen ein höhnisches Gegacker ausstoßend sie suchten Schutz im Lande eine von ihnen der Mond schien flüchtig durch die Wolken lag am Weg zertreten dem Reiter war es als flatterer ein rotes Band an ihrem Halse Klaus rief er armer Klaus war es der Vogel seines Kindes hatte er Ross und Reiter erkannt und sich bei ihnen bergen wollen der Reiter wusste es nicht vorwärts rief er wieder und schon hob der Schimmel zu neuem Rennen seine Hufen da setzte der Sturm plötzlich aus eine Totenstille trat an seine Stelle nur eine Sekunde lang dann kam er mit erneuter Wut zurück aber Menschenstimmen und verlorenes Hundegebell waren inzwischen an des Reiters Ohr geschlagen und als er rückwärts nach seinem Dorf den Kopf wandte erkannte er in dem Mondlicht dass er vorbrach auf den Werften und vor den Häusern Menschen an hochbeladenen Wagen umher hantieren er sah wie im Fluge noch andere Wagen eilend nach der Gest hinauffahren Gebrüll von Rindern traf sein Ohr die aus den warmen Stellen nach dort hinauf getrieben wurden Gott Dank sie sind dabei sich und ihr Vieh zu retten rief es in ihm und dann mit einem Angst schrei mein Weib mein Kind nein nein auf unsere Werfte steigt das Wasser nicht aber nur einen Augenblick war es nur wie eine Vision flog alles an ihm vorbei eine furchtbare Böe kam brüllend vom Meer herüber und ihr entgegen stürmten Ross und Reiter den schmalen Akt aber wo war das Meer wo je was sand wo blieb das ufer drüben nur berge von wasser sah er vor sich die dräuend gegen den nächtlichen himmel stiegen die in der furchtbaren dämmerung sich übereinander zu türmen suchten und übereinander gegen das feste land schlugen mit weißen kronen kamen sie daher heulend als sei in ihnen der schrei alles furchtbaren raubgetiers der wildnis der schimmel schlug mit den vorderhufen und schnob mit seinen nüstern in den lärm hinaus den reiter aber wollte es überfallen als sei hier alle menschen macht zu ende als müsse jetzt die nacht der tod das nichts hereinbrechen doch er besann sich es war ihr sturmflut nur hatte er sie selbst noch nimmer so gesehen sein weib sein kind sie saßen sicher auf der hohen werfte in dem festen hause sein deich aber und wie ein stolz flog es ihm durch die brust der hauke haiendeich wie die leute ihn nannten der mochte jetzt beweisen wie man deiche bauen müsse aber was war das er hielt an dem winkel zwischen beiden deichen wo waren die leute die hier her gestellt die hier wach zu halten hatten er blickte nach Norden den alten deich hinauf denn auch dorthin hatte er einzelne beordert weder hier noch dort vermochte er einen menschen zu erblicken er ritt ein stück hinaus aber er blieb allein nur das wehen des sturmes und das brausen des meeres bis aus unermessener ferne schlug betäubend an sein ohr er wandte das pferd zurück er kam wieder langsamer weniger gewaltig rollten hier die wellen heran fast schien's als wäre dort ein ander wasser der sollt schon stehen murmelte er und wie ein lachen stieg es in ihm herauf aber das lachen verging ihm als seine blicke weiter an der linie seines deichs entlang glitten an der nordwestecke was war das dort ein dunkler haufen wimmelte durcheinander er sah wie es waren menschen was wollten was arbeiteten die jetzt an seinem deich und schon saßen seine sporen dem schimmel in den weichen und das tier flog mit ihm dahin der sturm kam von der breitseite mitunter drängten die böen so gewaltig dass sie fast vom deiche in den neuen kok hinab geschleudert wären aber Ross und Reiter wussten wo sie ritten schon gewahrte hauke dass wohl ein paar dutzend menschen in eifriger arbeit dort beisammen seien und schon sah er deutlich dass eine rinne quer durch den neuen deich gegraben war gewaltsam stoppte er sein pferd halt schrie er halt was treibt ihr hier für teufels unfug sie hatten in schreck die sparten ruhen lassen als sie auf einmal den deich graf unter sich gewahrten seine worte hatte der sturm ihnen zugetragen und er sah wohl dass mehrere ihm zu antworten strebten aber er gewahrte nur ihre heftigen gebärden denn sie standen alle ihm zur linken und was sie sprachen nahm der sturm hinweg der hier draußen jetzt die menschen mitunter wie im taumel gegeneinander warf sodass sie sich dicht zusammenscharten hauke maß mit seinen raschen augen die gegrabene rinne und den stand des wassers das trotz des neuen profiles fast an die höhe des deichs hinauf klatschte und rost und reite überspritzte nur noch zehn minuten arbeit er sah es wohl dann brach die hochflut durch die rinne und der hauke haien kog wurde vom meer begraben der deich graf winkte einem der arbeiter an die andere seite seines pferdes nun so sprich schrie er was treibt ihr hier was soll das heißen und der mensch schrie dagegen wir sollen den neuen deich durchstechen herr damit der alte deich nicht bricht was sollt ihr den neuen deich durchstechen und den kog verschütten welcher teufel hat euch das befohlen nein herr kein teufel der gefeuillmächtigte ole peters hier ist gewesen der hat befohlen der bin hat ole peters nichts zu ordinieren fort mit euch an eure plätze wo ich euch hingestellt und da sie zögerten sprengte er mit seinem schimmel zwischen sie fort zu eurer oder des teufels großmutter herr hütet euch rief einer aus dem haufen und stieß mit seinem spaten gegen das wie rasend sich gebärdende tier aber ein hufschlag schleuderte ihm den spaten aus übrigen haufen ein schrei wie ihn nur die todesangst einer menschenkehle zu entreißen pflegt einen augenblick war alles auch der deichgraf und der schimmel wie gelähmt nur ein arbeiter hatte gleich einen wegweiser seinen arm gestreckt der wies nach der nordwestecke der beiden deiche dort wo der neue auf den alten stieß nur das tosen des sturmes und das rauschen des groß herr gott ein bruch ein bruch im alten durch eure schuld deichgraf schrie eine stimme aus dem haufen eure schuld nehmt mit vor gottes thron haukes zornrot des antlitz war totenbleich geworden der mod der es beschien konnte es nicht bleicher machen seine arme hingen schlaff er wusste kaum dass er den zügel hielt aber auch das war nur ein Augenblick stöhnen brach aus seinem munde dann wandte er stumm sein pferd und der schimmel schnob und raste ostwärts auf dem deich mit ihm dahin des reiters augen flogen scharf nach allen seiten in seinem kopfe wühlten die gedanken was hatte er für schuld vor gottes thron zu tragen der durchstich des neuen deichs vielleicht sie hätten es fertig gebracht wenn er sein halt nicht gerufen hätte aber es war noch eins und es schoss ihm heiß zu herzen er wusste es nur zu gut im vorigen sommer hätte damals ole peters böses maul ihn nicht zurückgehalten da lag's er allein hatte die schwäche des alten deichs erkannt er hätte trotz alledem das neue werk betreiben müssen herr gott ja ich bekenne es rief er plötzlich laut in den sturm hinaus ich habe meines amtes schlecht gewartet zu seiner linken dicht an des pferdes hufen tobte das meer vor ihm und jetzt in voller finsternis lag der alte kok mit seinen werften und heimatlichen häusern das bleiche himmelslicht war völlig ausgetan nur von einer Stelle brach ein lichtschein durch das dunkel und wie ein trost kam es an des mannes herz es musste von seinem haus herüberscheinen es war ihm wie ein gruß von weib und kind gott lob die saßen sicher auf der hohen werfte die anderen gewiss sie waren schon im geestdorf droben von dort her schimmerte so viel lichtschein wie er niemals noch gesehen hatte ja selbst hoch oben aus der luft es mochte wohl vom Kirchtum sein brach solcher in die nacht hinaus sie werden alle fort sein alle sprach hauke bei sich selber freilich auf mancher werfte wird ein haus in trümmern liegen schlechte jahre werden für die überschwemmten fennen kommen siele und schleusen zu reparieren sein wir müssen es tragen und ich will helfen auch denen die mir leids getan nur herr mein gott sei gnädig mit uns menschen da warf er seine augen seitwärts nach dem neuen kog um ihn schäumte das meer aber in ihm lag es wie nächtlicher friede ein unwillkürliches jauchzen brach aus des reiters brust der hauke haiendeich er soll schon halten er wird es noch nach hundert jahren tun ein donnerartiges rauschen zu seinen füßen weckte ihn aus diesen träumen der schimmel wollte nicht mehr vorwärts was war das pferd sprang zurück und er fühlte es ein deichstück stürzte vor ihm in die tiefe er riss die augen auf und schüttelte alle sinnen von sich er hielt am alten deich der schimmel hatte mit den vorder hufen schon drauf gestanden unwillkürlich riss er das pferd zurück da flog der letzte wolkenmantel von dem mond und das milde stirn beleuchtete den graus der schäumend zischend vor ihm in die tiefe stürzte in den alten kok hinab wie sinnlos starrte hauke darauf hin eine sündflut war es um tier und menschen zu verschlingen da blinkte wieder ihm der lichtschein in die augen es war derselbe den er vorhin gewahrt hatte noch immer brannte der auf seiner werfte und als er jetzt ermutig in den kok hinab sah abstürzte nur noch eine breite von etwa 100 schritten überflutet war dahinter konnte er deutlich den weg erkennen der vom kok heran führte er sah noch mehr ein wagen nein eine zweiräderige karriole kam wie toll gegen den deich herangefahren ein weib ja auch ein kind saßen darin und jetzt war das nicht das kreischende gebell eines kleinen hundes das im sturm vorüber flog allmächtiger gott sein weib sein kind waren es schon kam sie dicht heran und die schäumende wassermasse drängte auf sie zu ein schrei ein verzweiflungsschrei brach aus der brust des reiters elke schrie er elke zurück zurück aber sturm und mehr waren nicht barmherzig ihr tobend zerwehte seine worte nur seinen mantel hatte der sturm erfasst es hätte ihn bald vom pferd herabgerissen und das fuhrwerk flog ohne aufenthalt der störtenden flut entgegen da sah er dass das weib wie gegen ihn hinauf die arme streckte hatte sie ihn erkannt hatte die sehnsucht die todesangst um ihn sie aus dem sicheren haus getrieben und jetzt rief sie ein letztes wort ihm zu die fragen fuhren durch sein hirn sie blieben ohne antwort von ihr zu ihm von ihm zu ihr waren die worte all verloren nur ein brausen wie vom weltuntergang füllte ihre ohren und ließ keinen anderen laut hinein mein kind o elke o getreue elke schrie hauke in den sturm hinaus da sank aufs neu ein großes stück des deiches vor ihm in die tiefe und donnernd stürzte das meer sich hinten rein noch einmal sah er drunten den kopf des pferdes die räder des gepferdes aus dem wüsten gräuel empor tauchen und dann quirlend darin untergehen die starren augen des reiters der so einsam auf dem deiche hielt sahen weiter nichts das ende sprach er leise vor sich hin dann ritt er an den abgrund wo unter ihm die wasser unheimlich rauschend sein heimatsdorf zu überfluten begannen noch immer sah er das licht von seinem hause schimmern es war ihm wie entseelt er richtete sich hoch auf und stieß dem schimmel die sporen in die weichen das tier bäumte sich es hätte sich fast überschlagen aber die kraft des mannes drückte es herunter vorwärts rief er noch einmal wie er es so oft zum festen ritt gerufen hatte noch ein sporenstich ein schrei des schimmels der sturm und wellenbrausen überschrie dann unten aus dem hinabstürzenden strom ein dumfer der mond sah leuchtend aus der höhe aber unten auf dem deiche war kein leben mehr als nur die wilden wasser die bald den alten kog fast völlig überflutet hatten noch immer aber ragte die werfte von hauke heinz hofstatt aus dem schwall hervor noch schimmerte von dort der lichtschein und von der gest her wo die häuser allmählich dunkel wurden warf noch die einsame leuchte aus dem kirchturm ihre zitternden lichtfunken über die schäumenden wellen der erzähler schwieg ich griff nach dem gefüllten glase das seit lange vor mir stand aber ich führte es nicht zum munde meine hand blieb auf dem tische ruhen das ist die geschichte von hauke hein begann mein wirt noch einmal wie ich sie nach bestem wissen nur berichten konnte freilich die wirtschafterin unseres deichgrafen würde sie ihnen anders erzählt haben denn auch das weiß man zu berichten jenes weiße pferdsgerippe ist nach der flut wiederum wie vormals im mondschein auf jeweils hallig zu sehen gewesen das ganze dorf will es gesehen haben so viel ist sicher hauke hein mit weib und kind ging unter in dieser flut nicht einmal ihre grabstätte habe ich droben ins meer hinaus getrieben und auf dessen grunde allmählich in ihre urbestandteile aufgelöst sein so haben sie ruhe vor den menschen gehabt aber der hauke haiendeich steht noch jetzt nach hundert jahren und wenn sie morgen nach der stadt reiten und die halbe stunde um weg nicht scheuen wollen so werden sie ihn unter den hufen ihres pferdes haben der Dank den einstmals je mann dem sokrates gaben sie ein gift zu trinken und unseren herrn christus schlugen sie an das kreuz das geht in den letzten zeiten nicht mehr so leicht aber einen gewaltsmenschen oder einen bösen stiernackigen pfaffen zum heiligen oder einen tüchtigen kerl nur weil er uns um kopfeslänge überwachsen war zum spuk und nachtgespenst zu machen das geht noch alle Tage als das ernsthafte männlein das gesagt hatte stand es auf und horchte nach draußen es ist dort etwas anders geworden sagte er und zog die wolldecke vom fenster es war heller mondschein seht nur fuhr er fort dort kommen die gevollmächtigten zurück aber sie zerstreuen sich sie gehen nach hause drüben am anderen ufer muss ein bruch geschehen sein das wasser ist gefallen ich blickte neben ihm hinaus die fenster hier oben lagen über dem rand des deiches es war wie er gesagt hatte ich nahm mein glas und trank den rest haben sie dank für diesen abend sagte ich ich denke wir können ruhig schlafen das können wir entgegnete der kleine herr ich wünsche von herzen eine wohlschlafende nacht beim hinabgehen traf ich unten auf dem Flur den deich grafen die er in der schenkstube gelassen hatte mit mir nach hause nehmen alles vorüber sagte er aber unser schulmeister hat ihnen wohl schön was weiß gemacht er gehört zu den aufklärern er scheint ein verständiger man ja ja gewiss aber sie können ihren eigenen augen doch nicht misstrauen und drüben an der anderen seite ich habe es ja voraus gesagt ist der deich gebrochen ich zuckte die achsel das muss beschlafen werden gute nacht her deich graf er lachte gute nacht am anderen morgen beim goldensten sonnenlichte das über einer weiten verwüstung aufgegangen war ritt ich über den hauke haiendeich zur stadt hinunter ende von der schimmelreiter